Heute im Tech Talk 39 erfahrt ihr was über autarke Clouds. Außerdem erklären wir euch, warum Luca besser ein Vorname bleiben sollte. Ja, und der Tobi hat sich impfen lassen und er redet darüber, ob er jetzt schon Gefühle für Microsoft entwickelt hat. Dranbleiben lohnt sich, bis gleich. Weiter geht's nach dem Intro. So. Da sind wir wieder. Tech Talk 39. Wir hatten ja mal wieder eine Umfrage der Woche gemacht. Und erst mal haben wir euch gefragt, wie sieht es denn aus mit SMS? Da war ja so das Thema, dass ja jetzt auch irgendwelche Phishing-SMS rausgeschickt wurden. Und ja, und jetzt kam eben raus, dass bei uns, sag ich mal, 38% noch SMS nutzen, die da daran teilgenommen haben. Und 63% sagen nein. Wir haben euch aber gefragt, ob ihr SMS versendet. Also das sind die Zwei-Faktor-Apps, Zwei-Faktor-SMS von eurer Bank EDC. Die sind da nicht mit eingerechnet, sondern das geht jetzt wirklich rein um Versenden von SMS. Dann ging es darum, ob ihr euch einen Tesla kaufen würdet, nach der ganzen Geschichte. Also wenn ihr das Geld hättet. Und lustigerweise muss man sagen, dass nur 13% der Zuschauer gesagt haben ja. Und nein, 75% und 13% haben auch gesagt, sie haben bereits einen Tesla. Das ist auch geil. Also einer, könnte ich mir vorstellen, Grüße gehen raus hier an meinen Namensvetter, an den Steffen, wenn er zuguckt. Der hat nämlich einen. Ist einer der Leute, die schon länger mit dabei sind. Und ich glaube, Gamescom 2013 haben wir uns damals getroffen. Jo, aber ist doch schon mal ganz nett, dass hier bei unseren Tech-Zuschauern einige Leute sich einen Tesla leisten können. Dann ist ja schon mal alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir haben auch ein paar Fragen von euch bekommen. Die würde ich gerne beantworten oder mal drauf eingehen, weil manche Sachen, die könnten ein bisschen ausarten. Die werden wir mal gesondert behandeln, aber ich werde es trotzdem mal vorlesen. Erste Anfrage. Hallo, liebes Tech-Talk-Team. Ich höre schon seit Beginn von Corona euren Podcast. Aha. Und freue mich auf jede neue Folge. Aktuell bin ich in der 9. Klasse und frage mich, was ich nach der Schule im Bereich IT machen kann. Dachte da an eine Ausbildung. Habe in der einen oder anderen Folge herausgehört, dass unter euch auch Fachinformatiker sind. Ja, hier gerade drei. Könntet ihr mal was zur Ausbildung erzählen? Ich denke mal, über euch erfahre ich mehr als über meinen Berufsberater, das ist immer so, in der Realschule. Danke und macht weiter. Bis hoffentlich bald. Grüße von Pavel. Pavel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aus Frankfurt. Jo, Grüße gehen raus. Wir hatten das in unserer letzten Redaktionssitzung nämlich schon behandelt, das Thema, weil da habe ich diese Nachricht auch schon gelesen. Wir werden dazu eine Sonderfolge machen. Also es gibt dann eine extra Folge Thema Ausbildung, Fachinformatiker, weil das würde den Rahmen sprengen. Also da gibt es so viel zu erzählen einfach. Vor allem, weil es bei uns, glaube ich, nicht anders sein könnte oder unterschiedlicher sein könnte. Wir haben Leute hier dabei, die halt eben bei, sagen wir mal, fast, meine Wenigkeit hier, sagen wir mal, fast im Behördenumfeld unterwegs waren. Wir haben Leute in der Banken-IT. Wir hatten Leute bei, Georg, was war das? Fertigungsindustrie? Das war Logistikindustrie. Logistikindustrie irgendwie. Also wir haben so viele verschiedene Gewerke, auch Leute, die Anwendungsentwicklung machen, wie Tobi jetzt, Leute, die fiesi sind, wie ich zum Beispiel. Also es gibt da, also das sind ja schon mal die verschiedenen Ausrichtungen von dem Ausbildungsberuf. Und dann gibt es halt auch so Anekdoten, IHK und so weiter und so fort. Tobi macht ja auch, oder hat ja jetzt schon Teil der Abschlussprüfung absolviert. Deswegen ist mein Vorschlag zugüte, Pavel, wir machen es auf jeden Fall. Aber wir machen es dann, wenn Tobi auch seine Ausbildung komplett fertig hat und die Abschlussprüfung hat, dann kann er mal auf das große Ganze dann zurückblicken und kann dann, ja. Hoffentlich weiß mein Ausbilder nicht von dem, was ich hier mache. Also von daher. Das hoffe ich. Ja gut, mein Ausbilder, der ist mittlerweile weinig. Also falls der Stefan irgendwie hier zuguckt, so weiß man sich von der IHK halt. Ja, und ich kann, bei mir kommt halt noch dazu, dass ich halt auch mittlerweile als Unternehmer da auch mit der IHK zu tun habe. Und da kann ich dann halt auch schon das ein oder andere Liedchen über die IHK singen. Leider Gottes. So, das war jetzt die eine Einsendung. Dann kommt Kritik an meiner Person. Ich hoffe, das kriegen wir heute besser hin. Steffen sollte sich mal ein bisschen zurückhalten. Man hat den Eindruck, die anderen kommen gar nicht zu Wort. Beziehungsweise ihnen werden ständig Punkte vorweggenommen. Das löst Erinnerungen zum DSGVO-Podcast von euch aus. Da war es genau andersherum. Ansonsten mag ich euch aber. Smiley. Ja. Grüße gehen raus hier. Herzlichen Dank. Ja, genau. Ja, wir versuchen das. Also, ihr müsst mich halt unterbrechen. Und ich rede halt gern. Und deswegen mache ich ja den Podcast. Weil sonst würde ich das. Ich habe das früher ja mal in einzelne Videos gepackt. Die waren dann zu lang. Da haben sich die Zuschauer auch beschwert. Jetzt beim Podcast, da kann man wenigstens mal so ein bisschen. Und es ist halt auch so eine entspannte Atmosphäre hier. Ich meine, wir haben immer eine, was wir Pre-Show nennen, also vor der Aufnahme, da unterhält man sich dann noch mal nett und redet dann auch mal so off-topic noch. Und dann hat man so einen Redeschwall drin. Dann gibt es vielleicht noch mal den ein oder anderen Getränk währenddessen oder davor. Und dann redet man halt gern. Das ist halt einfach so. Nee, aber ist ein Punkt. Also, ich versuche das ein bisschen zu verbessern, dass da auch mehr Abwechslung reinkommt. Das ist mir auch schon aufgefallen bei manchen Folgen. Es gibt so manche Folgen, da denkst du halt dann irgendwie, nachdem du es irgendwie aufgenommen hast, ist jetzt nicht so toll. Und das sind aber meistens die Folgen, die dann am besten bewertet werden von den Zuschauern. Keine Ahnung. Dritte Einsendung oder dritte E-Mail ist, ich habe da mal eine Frage. Ich war ziemlich geschockt, wie ich gesehen habe, dass mein VPN-Anbieter, ich sage jetzt keinen Namen, ich möchte nicht verklagt werden, der mit dem Gebirge oder mit dem Berg alle möglichen Seiten, die ich nutze, aufzeichnet und speichert und sogar auswertet in einem öffentlichen Blog-Eintrag. Was sollte ich eurer Meinung nach verwenden? Ich nehme eure Warnung jetzt ernst. Weil wir hatten ja ein paar Folgen, glaube ich, über das Thema VPN-Anbieter und so geredet. Ja, es ist immer, ich tue mir da immer schwer, irgendwelche Produktempfehlungen rauszuhauen. Ich kann nur so viel sagen, man sollte sich halt genau anschauen, was das für ein Unternehmen ist, wo das herkommt, mit welchen anderen Unternehmen das zusammenarbeitet. Und dieser besagte Anbieter mit dem Gebirge, der hat zum Beispiel, also da ist so ein Punkt, wo ich schon mal so ein bisschen Zugungen bekomme, wenn man sich mal auf die Seite begibt und nach unten scrollt, dann sieht man nämlich, dass diese Firma gar keine GmbH ist oder so oder auch keine AG. Wenn man dann mal weiter wühlt und mal guckt, wo habe ich denn eine Adresse, sieht man, dass die Firma in Panama angemeldet ist. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich sage, da habe ich vielleicht schon mal so ein schlechtes Grundgefühl. Und was ich halt auch so ein bisschen nicht mag, ist halt, wenn man mich anlügt. Also wenn man zum Beispiel sagt, und das macht diese Seite von denen auch, wenn du drauf gehst, du bist generell immer ungeschützt. So, was machen die da oben? Da steht, du bist ungeschützt. Deine IP-Adresse, dein Internetanbieter, das sind alles Daten, die kann man ja öffentlich einsehen. Also das ist nichts. Damit verarschen sie ja auch die Leute im Prinzip, dass sie sagen, hey, hier guck mal, du bist ungeschützt. Jeder kann deine IP-Adresse sehen, was ja jeder Web-Server kann, auf den du dich begibst. So, und dieses ungeschützt, das steht jetzt generell dort, außer wenn eine IP-Adresse von ihren Servern da drauf geht. Und dann steht da geschützt. So, also, das ist halt so eine Verfahrensweise, das finde ich halt schon mal unseriös. So, das ist der Punkt eins. Und dieses ungeschützt ist halt völliger Bullshit. Warum sollte ich ein VPN brauchen, wenn ich mich gerade zu Hause in meinem eigenen WLAN, in meinem eigenen Netzwerk befinde? Brauche ich mich eigentlich nicht mit einem VPN zu schützen? Also, das ist völliger Quatsch. Und das ist halt sowas, wo ich sage, daran erkennt man schon mal einen unseriösen Anbieter. Und auch, dass die Kontaktdaten so versteckt sind, dass man nicht wirklich was über die Firma erfährt, auch wenn man den Punkt über uns aufruft, dann erfährt man nicht so wirklich, was das für eine Firma eigentlich ist, wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Also, es ist alles ein bisschen schwierig und da habe ich kein Vertrauen hin. Also, ich will jetzt auch keine Hersteller nennen. Ich kann nur so viel sagen, guckt euch um, was ist das für eine Firma? Googelt vielleicht auch mal ein bisschen danach, guckt euch vielleicht auch mal Bundesanzeiger, so Jahresabschlüsse an und solche Geschichten. vielleicht auch noch mal überlegen, brauche ich überhaupt ein VPN? Das ist vielleicht so der Punkt eins. Und das macht mich halt auch bei diesen Anbietern mit den Gebirgen im Moment so ein bisschen fuchsig, weil der auch bei Tech-Youtubern hoch und runter läuft. Da wollte ich nämlich auch noch gerade was dazu sagen. Da grätsche ich jetzt mal mit dem Steffen rein, um gleich mal den Kommentar von vorhin mal anzumerken. Was mich bei dem ganzen Aktionen schon extrem stutzig gemacht hat, und das hatte ich ja mit einem Berufsschulkollegen drüber, dass die so aggressiv Werbung machen, also auch nicht nur bei Tech-Youtubern, sondern so bei allem, was halt bei drei auf dem Baum ist, hat man so das Gefühl. Ja, da kommt es einem doch schon immer so ein bisschen, also zu mir ein bisschen komisch vor, dass eine Sicherheitsfirma, die ja damit wirbt, ja ach so toll zu sein, ja überall wirbt. Natürlich muss es jetzt nicht heißen, nur weil man überall davon Werbung hört, dass die Firma jetzt gleich irgendwie schlecht ist oder dich irgendwie ausnehmen will, aber man sollte sich dann doch schon fragen, warum wirbt die Firma mit wenig Geld so weit? Es ist im Grunde ja auch wieder nur eine Firma, die am Ende vom Tag irgendwie Geld reinbekommen will. Es ist ja hier kaum jemand die Wohlfahrt, der irgendwo Werbung macht beziehungsweise der irgendwo ein Unternehmen hat. Ja, ich meine, die nehmen ja Geld dafür, das ist ja auch schon mal okay, sag ich mal, weil der Betrieb, der Server kostet ja Geld, aber der Preis ist schon teilweise sehr, sehr günstig, muss man sagen, wirklich dafür, dass das halt unlimited ist. Dann, gut, ist natürlich eine Mischkalkulation, der eine benutzt es nur, um seine E-Mails abzurufen, der andere streamt 24-7 Netflix, was halt auch Bullshit ist, darüber Netflix zum Beispiel zu streamen. Warum kann ich das nicht über meinen normalen Hausanschluss machen? Völlig egal. Außer ich habe da irgendwelche Hacks am Laufen, dass ich irgendwas sehen kann, was ich sonst nicht... Weniger Hacks, was ich da noch mitbekriegt habe, ist halt, dass du teilweise Region-Locked-Sachen hast. Aber... Genau, das meine ich ja damit, dass ich da irgendwas umgehen möchte, dann so eine... Ja, aber dann... Michal, warum du nicht irgendwie ein Proxy oder was nimmst, der halt eben nicht jetzt die ganze VPN-Datenrate verrisst. Also da gibt es ja bestimmt auch Möglichkeiten, dass man da irgendwie... Genau, das ist auch noch ein Punkt, was man ja auch mit berücksichtigen muss. Wenn ich den VPN aktiviere, geht ja wirklich mein kompletter Internet-Traffic drüber. Also nicht nur Netflix, sondern alles, was, wenn ich am PC sitze, alles, was im Hintergrund läuft, geht über den VPN raus. Das ist auch so eine Geschichte. Die darf man da natürlich auch nicht vergessen. Es kann auch dadurch passieren, dass man zum Beispiel, wenn man öfters mal so länderübergreifend den VPN wechselt, dass man irgendwelche Online-Dienste damit komplett verrückt macht. Also was weiß ich, Office 365 oder Google, die melden dann irgendwann, ja, Moment mal, warum bist du jetzt so oft hin und her gewechselt in den Regionen und so weiter. Und die kriegen ja jedes Mal die neue IP-Adresse. Das heißt, irgendwann kann man sich da rausblocken aus den Accounts. Also man könnte sich damit schon ein Eigentor schießen. Also wenn man natürlich immer in der gleichen Region bleibt mit seinem VPN, ja, unkritisch, aber man verliert so ein bisschen die Kontrolle auch drüber. Diese ganzen Sicherheitsmechanismen greifen halt nicht mehr hundertprozentig dadurch, dass man halt nicht mehr nachvollziehen kann. War ich da jetzt wirklich in der Region unterwegs? Ist es eine IP-Adresse, die ich wirklich hatte? Oder habe ich da nur eben mal gerade mit meinem VPN wieder was Lustiges gespielt? Also schwierige Sache und noch schwieriger sind halt die Anbieter, die gar nichts verlangen. Da gibt es auch welche. Also immer noch ein Rätsel, wie man da mit seriösen Mitteln Geld verdienen kann, indem man so einen VPN-Dienst betreibt und kein Geld dafür verlangt. Es geht eigentlich gar nicht, weil ich meine, wir wissen alle hier, wie viel Server-Ressourcen kosten und Traffic ist teuer. Ich meine, braucht man nun mal die Telekons-Fragen mit ihren Mobilfunk-Tarifen. Datenverkehr ist richtig teuer und dann kommt da einer daher und sagt, hey, du kannst so viel downloaden und machen, wie du möchtest, alles anonym und wir tracken natürlich auch nichts und du musst auch nichts bezahlen. Leute, das können wir nicht erzählen. Das ist einfach nicht so. Nee, aber wie gesagt, überlegt euch das und schaut auch mal, welche Philosophie hinter der Firma steckt. Es gibt ja Firmen, die auch im IT-Sicherheitsbereich schon seit Jahren unterwegs sind, die auch solche Produkte anbieten, die halt auch einen Ruf zu verlieren haben und da ist meiner Meinung nach sind auch die Produkte da am besten, die den VPN selber entwickelt haben und es gibt ja auch welche, die bieten das an, aber das ist eigentlich zugekauft. Also da sieht man dann, okay, powered by irgendwas, Firma XY und dann kann man sich die Firma ja auch wieder angucken, aber es macht eigentlich am meisten Sinn, wenn dieses Sicherheitsunternehmen den VPN auch selber programmiert hat, weil dann wissen sie, was da drin steckt und dann, sagen wir mal, sind die auch so ein bisschen dafür verantwortlich für die ganze Geschichte, aber ja, das sind so die Tipps, die ich geben kann. Ihr merkt schon, ich weigere mich da so ein bisschen jetzt ein Produkt zu nennen, weil das ist immer schwierig, da irgendwelche Werbung zu betreiben für Unternehmen. Erstens mal, wir haben ja nichts davon, das ist ja der erste Punkt und zweitens mal, wenn man dann doch so ein bisschen falsch liegt damit, ist halt dann auch scheiße, aber das sind so die Sachen, also Kriterien anhand dessen würde ich das bewerten und wenn man die Möglichkeit hat, sich einen eigenen VPN zu bauen, dann ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Also wenn ich jetzt, ich würde nie als Unternehmen auf die Idee kommen, mir so ein VPN-Dings einzukaufen, auch mit der Kurs of Youth Services, wir haben eigene Firewalls im Rechenzentrum stehen und so weiter, wir haben eigene VPNs, über die wir arbeiten können und die Dinger laufen ja sowieso, die Firewall und so weiter läuft ja sowieso und rund um die Uhr und dann kann ich da einfach irgendwie VPN mit draufklatschen und fertig. Und sicher ist es auch außerdem. Also würde ich als Unternehmen würde ich da auf gar keinen Fall sowas machen. Da auch Vorsicht, muss ich dazu sagen, bei solchen Lösungen, es gibt ja zum Beispiel für eine NAS gibt es ja auch VPN, da kann man sich auch ganz schön irgendwelche Löcher in sein Unternehmensnetz reinschießen, wenn man dann sagt Hauptsache VPN und dann hat man irgendwie so eine NAS, die halt irgendwo mal VPN mit drauf hat, stellt die ins Internet und das Ding ist halt offen wie ein Schweizer Käse und dann ist halt nicht nur VPN offen, sondern auch SMB-Freigabe und sonst was. Keine gute Idee, also man sollte da schon ein bisschen drauf achten. Gut, haben wir das, glaube ich. Irgendwie ist heute so ein bisschen meine Stimme, ich weiß nicht, ich habe heute, ich glaube, im Job zu sehr rumgeschrien, den Azubi wieder zusammengebrüllt. Ich muss nochmal einen kurzen Schluck nehmen. aus meiner guten T3N-Tasse. Übrigens, Tassen war auch so ein Thema bei euch gewesen, da gab es auch einen Kommentar, ich habe den jetzt gar nicht gefunden, der könnte aber schon älter sein. Da hat jemand nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Tassen und so ein Stuff. Wird es geben, aber jetzt, ich kann da noch kein Datum nennen, wann das genau kommt. Wir müssen uns erst mal Gedanken machen, was kommt da überhaupt drauf, wie sieht das überhaupt aus. Es soll ja nicht ausschauen wie Hund und die Qualität muss halt auch stimmen, aber langfristig wird es definitiv irgendwann mal so Kleinigkeiten geben, ja, was man so als Merch in Anführungsstrichen bezeichnen könnte. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal das erste Thema rein, das Thema Luca-App. Da gab es ja einigen Gegenwind und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja am Anfang habe ich so gedacht, Luca-App und ich glaube, Georg hat es ja mit in den Tech-Talk mit reingebracht damals und ich fand die Idee ja auch gut und habe auch gemeint, Mensch, das könnte jetzt wirklich eine Chance sein, da was draus zu machen, aber sie haben halt wirklich auf großer Strecke einfach versagt. Also, Sicherheitslücken, Datenschutzproblematik, Quellcode nicht komplett offengelegt und lauter solche Geschichten, also alles, was man eigentlich so falsch machen kann, hat man so das Gefühl, dass es eben schiefgelaufen ist und es ist natürlich auch ein PR-Desaster, sagen wir es mal so und auch der Chaos Computer Club hat sich ja mittlerweile gegen die Luca-App ausgesprochen. Was ein bisschen schwierig ist, ist ja, dass unser Landkreis hier mit der Luca-App zusammenarbeitet, also die haben jetzt auch schon Lizenzen für diese Luca-App gekauft also unsere Steuergelder werden da versenkt und das macht die Sache halt jetzt nicht einfacher. Was ich halt auch nicht verstehe, die Corona-Warn-App, die hat ja mittlerweile jetzt auch die Funktion, dass du einchecken kannst. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal angeguckt oder ausprobiert? Tatsächlich ja, das haben wir schon mal ausprobiert, weil wir haben einen Lehrer, der das jetzt immer anbietet, der zeigt quasi auf der Tafel dann seinen QR-Code an, den wir dann quasi einscannen können und da kann man vorher schon eine Zeit festlegen, wie lange man quasi an diesem Ort eingecheckt ist. Genau, also der nutzt genau das und man kann halt dann hier sagen, ja, man sieht das jetzt hier schlecht in der Kamera, aber man kann dann halt hier sagen, ich möchte jetzt einen QR-Code einscannen und den kann man sich vorher auch generieren. Also ich habe hier auch fürs Haus, habe ich hier auch jetzt einen QR-Code mal generiert und wenn dann jemand hier zu Hause ist, dann kann er da einchecken zum Beispiel. Also ihr könnt das auch zu Hause ausdrucken, an die Wand pappen und dann können die Leute einchecken. Und das ist halt auch der datenschutzsicherere Weg und deswegen verstehe ich auch nicht, warum unsere Kommunalpolitiker, also wir sind ja jetzt nicht der einzige Landkreis, der sich dafür entschlossen hat, mitzumachen. Warum haben die da Geld reingesteckt, wenn sowieso die Corona-Warn-App von Steuergeldern finanziert ist und ja auch diese Möglichkeit bietet? Da muss ich reingrätschen, weil ich denke, da ist das Problem, dass es lange nicht verfügbar war in der Corona-Warn-App. Ja, aber... Das würde das Ding sein und ich denke, die Verhandlungen werden schon seit Monaten gelaufen sein. Man hat sich seit Monaten schon geeinigt und dann kommt irgendwann mal die Corona-Warn-App und sagt, hey, wir haben es jetzt auch. Aber die Corona-Warn-App, muss man dazu sagen, die kam ja trotzdem, also sie kam spät, muss man wirklich sagen, wenn man es mit Neuseeland zum Beispiel vergleicht und so, die hatten das ja viel, viel früher schon. Aber es war ja absehbar, dass es als Feature irgendwann kommt. Die Telekom und SAP, die hatten das ja auch schon länger auf dem Schirm und das war eigentlich auch in anderen Ländern war das schon länger Thema. Also es musste ja eigentlich auch für Deutschland kommen, aber man kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil es haben jetzt schon so viele Bundesländer sich da oder auch Berlin. Gut, Berlin, was die für Geld vernichten, das ist sowieso eine andere Nummer. Aber Berlin war da mit drin, Brandenburg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Bayern, Sachsen-Anhalt, Hamburg und das Saarland. Und die haben da scheinbar, also Recherchen von Netzpolitik, die haben da scheinbar Geld reingesteckt in die Nummer. Und das waren halt mehr als 20 Millionen Euro. Ist schon ein bisschen schwierig, hat so ein Geschmäckle. Und ich weiß auch nicht, ob Smudo, ob der Sänger da von den Fantas, ob der mittlerweile es durchdreht, weil er sagt, so eine Scheiße oder ob er einfach sagt, ja, ist halt so. Ich meine, es ist ein Sänger, es ist kein ITler, darf man auch nicht vergessen. Und ja, aber er hat sich halt da jahrelang, äh jahrelang, monatelang dafür eingesetzt und ist auch von Talkshow zu Talkshow gegangen. Und jetzt ist halt da ein Problem nach dem anderen aufgekommen. Böhmermann hat ja dazu auch nochmal irgendwas abgefeuert, dass er sich da irgendwo in einem Zoo eingecheckt hat, mitten in der Nacht und so. Und gut, das geht aber auch bei der Corona-Warn-App, wobei ich sagen muss, dadurch, ähm, was kann denn passieren? Mal ganz ehrlich, jetzt, ich könnte hier einen QR-Code in die Kamera halten, ihr könntet den einscannen, so, und was kann denn passieren? Es könnte passieren, dass vielleicht zwei, drei Leute mal getestet werden, obwohl nichts ist. Das ist eigentlich die einzige Gefahr, die passieren kann, dass halt jemand, und das ist ja auch nicht so einfach mit der Corona-Warn-App, weil, ähm, du musst ja auch dazu sagen, du musst dich ja, du musst ja wirklich infiziert sein, du musst entweder der Hotline glaubhaft versichern, ähm, dem Gesundheitsamt praktisch, ja, ich hab Corona und damit du so einen Key bekommst, damit du dich auf deiner App infiziert melden kannst und erst dann werden ja die anderen Leute gewarnt. Also vielleicht, das Einzige, was passiert, dass vielleicht Leute einmal mehr getestet werden und vielleicht ein, zwei Tage unnötig sich isolieren, was eigentlich nicht sein müsste. Aber mehr kann da eigentlich nicht passieren. Ähm, dadurch, dass halt eben die Corona-Warn-App so anonym ist und alles, ähm, ja, ist da, ist da kein großes Gefahrenpotenzial. Während bei der Luca-App sind da halt doch noch so ein paar mehr Sachen dabei, ähm, wo dann eben, ja, Leute besser getrackt werden können. Also es gibt halt Datenschutzprobleme, es ist halt nicht anonym und so weiter und das ist halt schwierig. Und, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, das Start-Up natürlich ist mittlerweile saniert, das Geld ist weg. Also ich glaube nicht, dass die sagen, so Leute, jetzt hier, jetzt habt ihr das Geld wieder, weil die Lizenzen sind ja verkauft. Das ist wie wenn du irgendeine Scheiß-Software kaufst oder ein Game, ähm, wenn, äh, ja, wenn du es gekauft hast, hast du es gekauft. Ne, also ist halt dann so. So, jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Ja, dann, was sagt ihr denn zur Luca-App? Ich glaube, ich muss mal kontrollieren, was meine Kamera hier treibt. Also ich habe noch recht wenig Kontakt mit der gehabt, um ehrlich zu sein, überhaupt noch keinen. Also, ich habe da nicht wirklich so eine Meinung, obwohl, ich meine, wie du schon gesagt hast, äh, die ganzen Sachen, wo die Luca-App anbietet, sind jetzt mittlerweile in der Corona-App. also finde ich die Luca-App so gesehen eigentlich schon ein bisschen überflüssig. Okay, was jetzt wieder die Luca-App hat, ist ja das mit diesen Hardware-Token, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das scheint für einige ja trotzdem praktisch zu sein, weil nicht jeder über ein halbwegs modernes Handy verfügt. Ja gut, ich habe, äh, mit der Luca-App jetzt eigentlich außer den Negativ-Schlagzeilen, die das ganze Ding so gemacht hat, äh, auch wenig Berührungspunkte gehabt. Aber ich habe, muss auch ehrlich sagen, mit der Corona-One-App, äh, nie wirklich Berührungspunkte gehabt, da ich, ja, jetzt hier wieder Klischee, haha, der Anwendungsentwickler geht nicht raus, aber, ähm, ja, die Sache ist die, ich, äh, war während Corona, maximal mal beim Einkaufen oder mal beim Kaffee, äh, mir einen Kaffee-to-go holen oder halt irgendwie Physiotherapie oder sowas und dann musst du ja eh, äh, alles unterschreiben. Also von daher, äh, ja klar, ähm, man kann natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt eine technische Lösung, aber, äh, ich bin Anwendungsentwickler vielleicht auch ein bisschen der Altmodischste von den drei, die jetzt hier mit dabei sind, aber, äh, warum muss ich mir da eine technische Lösung anschaffen, wo ich nicht eine technische Lösung brauche. Also bisher hat das Ding ganz gut funktioniert und also ich, ich denke jetzt auch nicht, es sei denn, die machen jetzt einen kompletten 180 Grad Drehen mit dem Teil und, äh, äh, dass man das Ding jetzt, äh, sofort so, äh, verwenden kann und das Ding, äh, jetzt die, die absolutes, das absolute Allheilsmittel ist, oder halt, keine Ahnung, ist, äh, Gott bewahre, es irgendwie zur Pflicht werden sollte, aber wenn, sobald irgendwie irgendwelche, äh, Ausweis-Apps, glaube ich, zur Pflicht werden, dann, glaube ich, rotiere ich erstmal nochmal, äh, persönlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja, ähm, ich bin dem Ganten einfach durch die, die Presse, die rumgekommen ist, eher negativ gegenübergestellt, aber es ist eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verpatzte Öffentlichkeitsarbeit und ich sehe halt auch, äh, wie jetzt hier schon meine zwei Vorredner in großen Sinn, hinter einem, hinter einer zweiten Lösung nicht wirklich. Ja, beim Steffen sieht man wieder ein bisschen was. ich wollte gerade sagen, Steffen kommt aus, aus dem, aus dem Bob zurück. Oh, oh. Ah! Er ist zurück. Wenn ich die Warn-App richtig in Erinnerung habe, war ja auch da das Problem, dass es die Daten nicht direkt an das Gesundheitsamt weitergegeben hat, weil es, also, es entlastet das Gesundheitsamt ja nicht richtig. Liege ich da richtig, oder? Ähm. Bei der Luca oder bei der normalen? Bei der normalen, bei der Corona-Warn-App. Du kriegst ja erst, die Corona-Warn-App funktioniert ja so, äh, du wirst getestet und dann kriegst du einen Code, den du da einlösen kannst und dann werden die Leute benachrichtigt praktisch. Genau. Und die müssten sich dann selber beim Gesundheitsamt wahrscheinlich melden. Ähm. Ja, aber ist es nicht so, wenn du bei einem Testzentrum bist, ähm, dass die das dann wiederum melden, dass du identifiziert bist? Also, wir hatten es, äh, im Betrieb sogar. Ähm, allerdings jetzt nicht, während ich da war, also, ich bin, äh, außen vor. Ja. Ähm, sonst würde ich auch nicht irgendwie zur Physiotherapie oder einkaufen gehen, also, so intelligent bin ich dann schon. Ähm, nee, okay, ja. Äh, da, ähm, ist es so, also, wenn du positiv getestet bist, äh, werden die Leute, äh, 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 weil das Gesundheitsamt, äh, 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 bei uns hat es ja zum Beispiel auch der Betroffene auch selbst gesagt, äh, 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 Ich glaube, da ist was. Ich glaube, da ist was. Also ich habe einen Positiv-Test und schaut mal, was ist. Und es war dann auch keiner positiv im Betrieb. Allgemein kann ich ja sagen, die Teststrategie, das ist ja bei uns auch so, dass man da mehrfach wöchentlich testet und den Leuten auch mehrfach Tests einräumt, die zum Beispiel Kontakt mit Kunden haben oder eben auch ja, viel intern untereinander irgendwie Kontakt haben. Also es gibt ja Leute, Fast-Level-Support zum Beispiel oder Kundendienstler, die halt sehr viel draußen unterwegs sind, auch zu Corona-Zeiten, weil es einfach nicht anders geht. Und die werden halt dann öfters getestet und allgemein die normalen Büro-Einzeltäter, sag ich mal, die sich auch Home-Office-mäßig abwechseln, die werden dann halt zweimal die Woche getestet. Finde ich, ist halt eine vernünftige Strategie erst mal, also muss ich mal ganz klar so sagen. Bester als nix. Ja, ich glaube halt jetzt, ich habe auch die Zahlen, die könnt ihr euch auch mal reinziehen. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Da sieht man mal, welches Bundesland wie viel ausgibt. Bleiben wir mal bei Bayern. Also wir haben allein 5,5 Millionen Euro in die Luca-App reinversenkt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass der Geschäftsführer da mittlerweile mit einem Porsche durch die Gegend fährt. Gut, aber sei ihnen trotzdem gegönnt. Immerhin waren sie ja trotzdem mit die Vorreiter und die haben ja mit am Anfang das Zeug irgendwie entwickelt, auch wenn es dann am Ende jetzt qualitativ nicht so das Beste ist. Also ich habe nur von Entwicklern gelesen im Internet, dass der Code wohl, der veröffentlicht wurde, wohl auch, naja, nicht so die Qualität hat, wie man sich das Ganze vorstellt. Ja, muss man mal mit Vorsicht genießen, solche Aussagen. Aber ich glaube, das mit der Luca-App hat sich erledigt. Was mich so ein bisschen, vielleicht um das Thema noch abzuschließen, was mich so ein bisschen noch frustriert im Zusammenhang mit diesen Apps, ist halt einfach, dass immer noch viel zu wenig Leute sich auch darüber infiziert melden. Wenn man mal zum Beispiel die Infektionszahlen mit den Zahlen abgleicht, mit den Leuten, die halt das gemeldet haben an dem Tag über die App, dann ist es teilweise nicht mal ein Viertel der Infektionen, die dann auch in der Corona-Warn-App registriert werden. Ja, schwierig. Ja gut, da muss ich aber auch nochmal zu sagen, ich habe es ja glaube ich am Anfang, wo wir es über die Einführung der Corona-Warn-App hatten, habe ich ja glaube ich persönlich sowas schon mal prophezeit, aber... Ja, mir war auch klar, dass das schwierig wird und gerade auch in Deutschland, da spielen ja so viele Sachen rein. Die einen haben Probleme mit dem Datenschutz, was ja durchaus sein kann, dass man da ein Problem mit hat, die anderen haben Probleme allgemein mit Technik und dann hast du halt wiederum Leute, die entweder sich, die zu jung sind und sich einen Scheiß dafür interessieren oder die einfach mittlerweile in einem Alter sind, wo die App nicht relevant wird und dann irgendwann fallen da so viele Gruppen einfach weg oder dann ist das ja gut, so viele sind es ja gar nicht mehr, die tendenziell sich so ein Ding installieren würden, weil halt immer mehr Gruppen dann da irgendwie durch irgendwelche Argumente wegfallen. Und das sind ja nicht alles irgendwelche Corona-Leugner, die die App nicht installiert haben, sondern es gibt sicherlich Leute, die haben gute Gründe oder sie haben halt kein Smartphone oder irgendwas. Das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen und dann hast du halt sehr schnell den Punkt, dass die App eben noch nicht so verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber gut, an sich ein trotzdem gutes Angebot und ich hätte es auch... Also es wäre schade gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte mit der App. Sagen wir es mal so. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Ja, was dann natürlich auch noch wichtig ist, wenn man jetzt mal beim Thema Corona noch mal bleibt, ist natürlich die Impfung. Und das ist teilweise ja auch Abenteuer. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, diese Impfzentren, wie die teilweise aufgebaut sind. Und ja, der Tobi hat ja jetzt Erfahrungen sammeln dürfen. Das Teil habe ich nicht in der Impfung gefunden. Nee, das wäre auch ein bisschen zu groß für die Spritze gewesen. Nee, und es gab ja jetzt auch einen Fall, dass ein 17-Jähriger für seinen Opa so eine Impftermin-Suchmaschine gebaut hat. Das ist auch so ein Ding. Oder ich habe auch gelesen, dass irgendwie zwei Gamer irgendwie angeboten haben über Ebay Kleinanzeigen, dass sie eben für Rentner Impftermine zusammenklicken, weil sie halt ein bisschen flinker unterwegs sind als irgendwie Rentner, die sich dann früh um sechs da irgendwie in das Portal stellen und versuchen dann so, oh, bis die da irgendwas anklicken, ist der Impftermin weg. Und der Server down. Und da gibt es kuriosesten Sachen. Dazu kann man ja auch so ein bisschen vielleicht erzählen. Ich habe ja schon die, den ersten Chip, wurde ja schon eingesetzt bei mir. Und, magst du Microsoft jetzt? Nee, nicht wirklich. Das Einzige, was ich von Microsoft mag, sind ihre Controller und das war's. Und die hat bestimmt auch nur irgend so einen Designer mal entwickelt, der mal eine menschliche Hand gesehen hat. Aber das ist wieder was anderes. Nee, aber also die Portale sind also jetzt in Bayern eher schon so semi. Aber so von dem, was ich da gelesen habe, ein bisschen ja die, wo dir das mit dem 17-Jährigen war, also die absolute Grütze gewesen sein. Also ich weiß jetzt nicht, wer sich hier von unseren Zuhörern und Zuschauern schon mal da angemeldet hat. Also einfach so eine Sache, dass man da ein nicht scrollbares Dropdown-Menü bekommt, um sein Geburtsjahr anzugeben. Das mag ja jetzt bei meinen Zaten 26 noch funktionieren. Aber ich hatte Verwandtschaft, die da ihren über 80-jährigen Vater einwählen wollten. Also der wirst ja bekloppt. Der wirst ja zum schweren Alkoholiker, wenn du deine beiden alten Eltern, wenn die noch leben sollten, eintragen willst und die ja dann theoretisch eher drankommen sollten. Oder keine Ahnung, wenn das Ganze nicht automatisiert geht, was ich insgesamt der ganzen Aktion zutrauen würde und du irgendwo in einem Altenheim oder so arbeitest, ey Leute, also da... Der arme Mitarbeiter, der sich sowas kümmern darf. Also wenn ich das machen würde, glaube ich, wird bei mir die Lever aufgeben. Gut, der Mitarbeiter, also so wie es jetzt ist, werden wahrscheinlich Altenheime das noch faxen und da muss dann niemand irgendwie was am PC machen. Das wird handelschriftlich faxen. Ja doch, dann irgendwann so ein armes Schwein von Praktikant im Gesundheitsamt, der dann die Zuteilung oder so eintragen darf. Ja okay, das kann natürlich sein. Ja, also ich habe mich auch registriert und bei mir war ja schon das Problem, dass irgendwie an dem Tag der Mail-Server von denen umgekippt ist und dann war das Problem, diese Verifizierungs-E-Mail nochmal rauszulassen und zu sagen, hier, mein Mail, schick doch nochmal. So und das war natürlich mehrfach das Problem und das hat ewig gedauert. Also ich habe mich, glaube ich, auch mit drei E-Mail-Adressen registrieren müssen, habe immer noch keinen Impftermin, aber das ist eine andere Geschichte, aber letztendlich hat es halt wirklich funktioniert und diese Portale, man muss ja auch sagen, fast jedes Bundesland hat sein eigenes Portal, das ist ja noch das Nächste. Also da hat man mal wieder sich ausgetobt und hat gesagt, hey, warum was Einheitliches machen? Hier die Länder, die machen doch alle ihr eigenes Süppchen und in Bayern hat es ja irgendwie so eine, sowas wie die KPNG, so eine Riesen- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die hat dieses Portal zusammengeklöppelt, habe ich gelesen. Also das ist, es gibt doch noch andere Wirtschaftsprüfer, es gibt doch noch Deloitte und wie sie alle heißen, aber auf jeden Fall muss das Portal wohl bei denen irgendwo mal rausgefallen sein und das merkt man halt auch. Sorry, ist einfach so. Aber wahrscheinlich ist unser Portal noch mit am besten, wenn man sich da andere Bundesländer anguckt, wo dann auch die Server irgendwie, die haben zumindest hinbekommen, dass das Portal des Frontend wenigstens noch steht und nur das Backend halt hinten weggeschossen wurde, aber wenn dann auch das Frontend irgendwie wegfliegt, schon früh um sieben, was auch bei Extra 3 schon ein paar Mal gezeigt haben, dann Rentner, die sich früh verabreden, um sich einen Impftermin zu klicken und solche Sachen. Also es ist schon wirklich sehr skurril, muss man schon wirklich sagen. Das gibt es halt in Bayern nicht, aber... Ja, das Internet ist nach wie vor Neuland für uns alle. Ja. Also ich frage mich halt echt immer, wer sowas programmiert hat, also wenn es freie Wirtschaft war, was ist das für ein Laden? Ja. Ne, also ich meine jetzt mal ernsthaft, also wenn jetzt die Firma, für die ich momentan abweiten würde, wenn wir so wirtschaften oder solche Produkte abliefern, da machst du maximal ein paar Jahre und dann sitzt du unter der Brücke. Ja, gut. Wenn das natürlich jetzt auch wieder, Achtung, bin ich wieder böse, wenn das natürlich irgendwelche Startsoftware ist, dann kann man sich ja immer mal ganz gern angucken, was da so zusammengeklöppelt irgendwo auf einem Raspberry Pi in einem Kommunenkeller läuft, hat man manchmal so das Gefühl. Ja. Natürlich jetzt alles überspitzt. Klar. Das ist alles Satire natürlich. was heißt alles Satire, das ist schon Kernwahrheit. Habe ich schon ernst gemeint? Ja, es ist ein gewisser Kernwahrheit schon dahinter. Ja, klar, ist so. Manche Sachen würden halt dann echt einfach nur gnadenlos untergehen und da fragt man sich halt dann echt, es muss ja Leute gegeben haben, die gesagt haben, ja, können wir so machen. Das ist eine gute Idee, ja, genau. Das war so. Da fragt man sich ja dann auch immer so, wie konnte das passieren? Ja, also ich habe ja mal mich mit jemandem unterhalten, der so, ja, Behörden berät im IT-Bereich und er hat halt auch gemeint, also er hat vorher schon gedacht, irgendwie so 15 Jahre im IT-Beratung, Consulting, er hat alles gesehen, aber dann kamen die ganzen Kommunen und Ämter und so weiter und da siehst du dann halt wirklich die Pferde kotzen, also da ist, da ist, ähm, ist es sehr speziell und was auch speziell ist, zum Beispiel, dass die, ähm, das Hosting von dem bayerischen Impfportal, in den USA liegt, also das ist auch schon mal interessant, ähm, wenn ich überlege, was da für ein Terz war mit Microsoft Teams und so, obwohl du ja ein Tenet auch in Deutschland anlegen kannst oder in Europa zumindest, äh, und bei dem Impfportal ist es völlig egal, das kann ruhig in den USA liegen und es ist jetzt kein AWS oder so, ne, das würde ich ja auch sagen, wenn es einer der größten, der großen, ähm, Hyperscaler wäre, aber es ist ein US-Hoster, der, ähm, dieses, ähm, Ding hostet, hat halt auch so ein, so ein gewisses Geschmäckle alles, ne, und ist halt auch, wenn man sich mit so riesigen Wirtschaftsberatungsunternehmen einlässt, ähm, da steht halt dann auch ganz gerne mal, ähm, der Server woanders, sagen wir es mal so, und auf der Website von dem Hoster, ähm, wird zum Beispiel beworben, dass die auch so Militärhosting machen, zum Beispiel. Okay. Ähm, und, ähm, die haben dann halt auch eben diese, diese Bulletproofed Datacenter und so weiter, haben die eben auch im Einsatz und, äh, Waffensysteme und so weiter und Hosting, Air Defense und solche Sachen, Radar, Fire Control Systems. Ja, dann, dann wissen wir ja auch schon mal, wer die ganzen Chips fernsteuert, äh, sobald. Ja, 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 es ist schon echt, äh, witzig. Also, wenn man da mal so tiefer gräbt und ich meine, als ITler weiß man ja schon, wo man da nachgucken muss, ähm, IP-mäßig und solche Sachen, dann ist es schon echt interessant, was da abgeht. Weil du gerade auch noch mal gesagt hast mit Militär und so weiter, ähm, da kommen wir auch noch mal zurück auf das, ganz vom Anfang, auf die, äh, VPN-Sache. Das finde ich auch immer so wahnsinnig witzig, wenn dann solche, äh, solche Vereine mit Verben, ja, Military Grade Encryption und so Zeug, äh, wenn man sich dann mal überlegt, ja, was heißt Military Grade? Äh, das Minimalen Mögliche zum Minimalen Preis. Also halt so der, der typische Behörden- oder Staatsauftrag, also, es muss halt, es muss halt gerade so klappen und es muss billig sein. Genau, wenn man sich so unsere Bundeswehr anguckt, dann, ja gut, das ist ja eh noch mal so ein ganz anderer Haufen. Das ist noch mal extra ein anderes Level, einfach, das andere Level von militärischer Grad einfach. Das ist das ganz andere, wenn halt, äh, selbst irgendwelche Milizen besser ausgerüstet sind, als der stehende Seher, sollte man sich vielleicht mal überlegen, äh, wenn der Querdenker besser verschlüsselt ist, als die Bundeswehr. Yeah! Ja, okay, ich meine, wir wollen ja noch werbefreundlich für YouTube bleiben. Wir wollen ja noch werbefreundlich bleiben und wo ist da der große Unterschied? Okay, äh, ich bin gleich weg. Ähm, ähm, nee, okay, ähm, also so viel zum Impfportal, äh, vielleicht noch was, was vielleicht den einen oder anderen noch interessieren wird. Äh, du hast was für einen Impfstoff bekommen? Ähm, hier, wie heißt es? Biontech. Biontech. äh, also AstraZeneca kriegst du ja eh erst ab einem gewissen Alter und unter dem bin ich drunter und Moderna war ja letzten Monat noch nicht verfügbar. Ja, genau. Also von daher. Und meine Oma ist ja auch schon geimpft worden und, ähm, die hat, also bei der war es, äh, Biontech und die hat null gemerkt, hat jetzt auch schon die zweite Impfung drin, also alles gut verlaufen und, ähm, ja, ich habe jetzt noch niemanden im Bekanntenkreis mit AstraZeneca gehabt, aber, ja, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du da was bekommst, irgendwelche Impfschäden, ist wahrscheinlich sehr gering. Das ist ja eh, also relativ gering, wenn man sich, glaube ich, es waren irgendwie ein paar, also unter 0,00 irgendwas, äh, also relativ geringe Prozentzahl. Genau, also wir sind keine Ärzte oder so, ne, aber das ist, ich hatte jetzt die Zahl auch nicht direkt im Kopf, also es war sehr gering. Sehr, sehr gering, genau. Ähm, sagen wir mal so, es ist wahrscheinlicher, dass du, ähm, in den nächsten Monaten dir das Bein brichst, als dass du da irgendwelche, Ja, und dazu muss man dann auch wieder sagen, äh, wenn man sich mal aktiv die Packungsbeilage von anderem Zeug durchliest, was man sich so, äh, einwerfen muss oder sollte oder kann, äh, ist das auch meistens mit Vorsicht zu genießen, ähm, ich weiß, wovon ich rede, äh, es hat auch einen Grund, warum ich jetzt schon geimpft wurde, also kann man sich wahrscheinlich denken. Ja. Ähm, ja, also, natürlich muss man, äh, die Kirche am Dorf lassen und ich, äh, ich sehe auch es bei jedem ein, der sagt, nee, ich möchte, äh, AstraZeneca jetzt nicht, weil, keine Ahnung, in der Familie oder Krankheitsgeschichte sind gewisse, äh, äh, medizinische Vorgeschichte für solche Sachen vorhanden. Ja. Dann ist es auch durchaus einzusehen, äh, ja, ich habe beim Impfen auch eigentlich nur die, die klassischen Impfnebenwirkungen, äh, so ein bisschen Muskelkater und halt ein Knups am Arm, aber, ja, ich bin, äh, was, was Medikamentnebenwirkungen angeht, eh, eher resistent. Herderes gewohnt. Ja, was heißt Herderes gewohnt, aber resistent, also das ist bisher, äh, was man mir so, äh, also, was ich bisher so eingeworfen habe, habe ich eigentlich alles, äh, gut vertragen. Ja, halt, äh, bis, bis auf, äh, Langzeitwirkungen und, äh, so ein bisschen auf die Art, ja, äh, die Nebenwirkungen haben wir erwartet und wie war der Geschmack so auf die, in die Art, äh, äh, ähm, ja, also, von daher, ich bin jetzt da kein, äh, guter Labor, äh, guter Laborteil, aber, äh, also, wenn es, selbst ich Frack überlebt habe, dann, äh, schaffen es die anderen auch, würde ich mal behaupten. Genau, also, wir halten fest, Impfung, gute Sache, äh, schaut, dass ihr geimpft werdet, dass wieder langsam normal wird hier alles, ähm, ne, also, äh, ich bin auch deiner Meinung, dass ich sage, wenn jemand wirklich sagt, okay, ja, da bedenken, dann, auch gegen eine Zwangsimpfung, also, wenn jemand wirklich sagt, okay, äh, ich habe da Bedenken, ja, soll er Bedenken erstmal haben, äh, ist das seine, seine persönliche Freiheit, dass er da Bedenken hat, ähm, und, ähm, ich bin auch, äh, äh, bei, bei manchen Leuten in meinem Bekanntenkreis, wo ich sage, okay, gerade, wie du sagst, die sehr viele andere Krankheiten haben, wo ich sage, okay, dann lass dich halt eben nicht mit AstraZeneca impfen, dann warte halt, bis genügend Impfstoff von BioNTech da ist, oder irgendwas anderes, und dann pfeifst du dir, lässt du dir den reinpfeifen, äh, und fertig, das ist doch gut, irgendwann haben wir sowieso, das wird jetzt nicht mehr lang dauern, haben wir sowieso Impfstoff in rauen Mengen, und dann kann man sich das raussuchen, oder dann sag mal einfach, ja, Arzt, ruf mich an, wenn du wieder genügend BioNTech hast, und dann pfeifen wir das rein, ähm, also, ich glaube nicht, dass das dann mehr das Problem sein wird, aber, ähm, ja, meine Oma, muss ich wirklich sagen, die hat sich wahnsinnig gefreut, das war für die halt so, klar, die älteren Leute sind da noch ein bisschen anders drauf, die, für die ist halt dann das, äh, Digitale, sie macht zwar auch viel digital, und auch Videocalls und so weiter, und, und WhatsApp, und schieß mich weg, aber es ist halt dann doch nicht das Gleiche, und sie hat halt auch viele ältere Leute im Bekanntenkreis, logischerweise, sie ist über 80, ähm, die halt eben keine, digitalen Möglichkeiten haben, und mit denen möchtest du natürlich auch in Kontakt bleiben, und da freut sie sich natürlich wie Bolle, dass die jetzt auch schon geimpft sind, und dass da wieder einigermaßen Normalität einkehrt, und, ähm, ja, das sollte man halt vor Augen halten, dass da, äh, dass dann wieder alles normaler wird, als es im Moment so ist. Gut, ähm, was für viele ja normal ist, ist ja die Nutzung von WhatsApp, und, ähm, da gibt es ja jetzt auch so ein paar Sachen, also, wir hatten ja schon drüber berichtet, ähm, das ja jetzt so auch im Gespräch war, im, es werden ja Spezialfolge gemacht, wo es darum ging, dass WhatsApp die Nutzungsbedingungen überarbeitet, und, äh, den Zugriff auf, äh, also von Facebook-Seite, weil Facebook gehört ja WhatsApp, äh, äh, auf die ganze, äh, äh, WhatsApp-Geschichte, ähm, zulassen möchte, oder auch andere Dienste, also war auch Instagram dabei, oder irgendwelche anderen Baustellen, die so Mark Zuckerberg noch irgendwo rumliegen hat, dass sie da eben die Daten kombinieren können, und, ähm, jetzt ist es ja soweit, und ich muss sagen, ich habe es wirklich geschafft, und ich hätte es nicht gedacht, am Anfang dieses Jahres, dass ich mich komplett von, ähm, WhatsApp verabschiedet habe, also ich habe kein WhatsApp mehr, ähm, Leute, falls jemand dabei ist, der meine Nummer hat, und versucht mich da über WhatsApp zu erreichen, geht jetzt nicht mehr, aber ich habe zumindest gefühlsmäßig alle wichtigen Leute irgendwo anders hin migriert, entweder hatten die schon einen anderen Dienst, oder, ähm, ich habe die aktiv angeschrieben, hey, kannst du nicht dir noch Signal holen, oder irgendwas anderes, oder Streamer, ähm, und deswegen muss ich sagen, also ich bin im Moment auf einem guten Stand, dass ich da einfach problemlos umstellen konnte, aber, ähm, es geht natürlich nicht jedem so, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ähm, da will ich gleich mal was dazu sagen, zum Beispiel, also ich würde wahnsinnig gern von WhatsApp weggehen, aber ich habe halt, äh, paar, was heißt, paar Probleme, einmal habe ich so ein paar, äh, Leute im Freundeskreis, die ich vehement nicht dazu, äh, wegbewegen kann, weil bei denen sagen, ja, ich habe ja dann auch noch Freunde da drüber, und, ähm, ja, äh, so, ja, äh, so, ja, mir ja scheißegal, Facebook weiß es eh, da, äh, ja, ich kenne die Leute schon lang genug, äh, da behalte ich dann aber meinen Hals für mich, ähm, ja, also, und dann teilweise auch noch so Sachen wie, äh, jetzt die, die, äh, Haushaltshilfe oder manche Leute, die haben halt dann einfach nur WhatsApp, und wenn es dann dann heißt, ja, wie hast du kein WhatsApp, ja, dann geht es halt schlecht. Je weiter du aus der IT-Bubble rausgehst, umso weniger Leute, äh, sind dafür halt offen, äh, für sowas, ne? Also, ich meine, äh, bei meiner Familie war es recht einfach. Ich habe es ja, glaube ich, mal erzählt in einem Podcast, ähm, so Familienfeier, und dann habe ich gesagt, so, Leute, jetzt hier mal Handy her, jetzt kommt da mal Signal drauf, und, ähm, es hat natürlich nur in der näheren Verwandtschaft, habe ich das natürlich nur gemacht, ne, ist klar, aber, ähm, Eltern, Oma, Opa, so in dem Bereich halt, ähm, und das hat dann funktioniert, und, ähm, die haben dann auch relativ schnell gemerkt, ähm, das Look and Feel ist ja von Signal genauso wie von WhatsApp im Prinzip, und dann hat das funktioniert, aber, ähm, es ist auf jeden Fall, ich verstehe Leute, die sagen, es ist wirklich schwer, davon wegzukommen, und, äh, ist es dann auch irgendwo okay, ähm, ich meine, man kann ja auch mehrere Sachen parallel nutzen, ich kenne auch Leute, die machen das so, dass sie sagen, sie nutzen, ähm, für den Freundeskreis Signal, also für den IT-Love-Nerd-Freundeskreis Signal und Streamer, und, äh, privat für den anderen Scheiß halt WhatsApp weiter, und, äh, wollen halt einfach weniger Daten in dieses, dieses schwarze Loch von Mark Zuckerberg reinschaufeln. einschaufeln. Naja, Georg, ja? Dazu noch vielleicht eine witzige Sache, weil du angesprochen hast, mit Familie, ähm, witzigerweise war es bei mir fast genau andersrum, ich musste meinen Vater dazu überreden, überhaupt irgendeinen Messenger zu installieren, äh, weil der auch so, so ein Datenschutz-Fanatiker und so weiter ist, wie, äh, meine Wenigkeit, beziehungsweise der Steffen, ähm, und dem muss sich dann mehr oder weniger dazu prügeln, dass er allein schon Streamer benutzt. Mhm. Aber, äh, das Problem ist, zum Beispiel SMS, das wissen ja auch viele, sind ja auch unverschlüsselt in dem Sinn. SMS ist eine totale Security-Katastrophe eigentlich. Eben, also von, von daher, ähm, ja, muss man dann aber auch wieder sagen, ist jetzt auch schon, logischerweise eine Generation älter wie ich, oder beziehungsweise eine Generation älter wie ich, da war halt, äh, Telefonie noch sicher. Aber, Ja. Okay, äh, er beschäftigt sich jetzt auch nicht so mit, äh, mit Telekommunikation, also mit der, ich sag jetzt mal mit der Hardware-Tele-Kommunikation. Das ist ja wieder nochmal was anderes, die Software und die Hardware dazwischen und wie du jetzt nur im Endeffekt irgendwas abfängst und was nicht. Aber das sprengt auch wieder den Rahmen der Diskussion. Ja, klar. Ja. Ja, ähm, wirklich interessant, wie man mit den Leuten dann umgeht, weil es ist immer schwierig, also falls ihr euch für Alternativen interessiert, dann könnt ihr euch gerne mal die Sonderfolge vom Podcast anhören. Da habe ich mit David, äh, der ist ja auch jemand, der sehr viele verschiedene Messager, jetzt ist die Kamera wieder ausgegangen, äh, sehr viele verschiedene, äh, Messager benutzt, äh, und da haben wir einiges mal durchdiskutiert, was für Möglichkeiten habt ihr, das wollen wir heute nicht nochmal besprechen, äh, wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Aber Georg, wenn ich jetzt mich nochmal um die Kamera kümmere, äh, was ist denn bei dir so der Stand? Nutzt du denn noch WhatsApp? Und, äh... Tatsächlich, ja, und ich werde es auch noch ein bisschen weiter nutzen, weil ich das gleiche Problem habe, dass es halt einige Kontakte gibt, die halt wehmen nicht auf Signal wechseln. Aber das Interessante ist halt, ich merke halt, wie viele im Hintergrund jetzt quasi anfangen, immer mehr Signal zu benutzen. Also du kriegst ja doch immer diese Nachricht so, hey, Kontakt XY verwendet jetzt auch Signal. Ja. Und das nimmt jetzt immer mehr zu. Und, ähm, da habe ich auch ein paar interessante Zahlen gefunden. Da gab es nämlich eine Umfrage unter tausend Personen, und, ähm, da haben 23% angegeben, dass sie seit diesen, äh, seitdem sie aufgefordert sind, quasi diesen Nutzungsbestimmungen, äh, zuzustimmen, 23% sagen, sie benutzen WhatsApp weniger, und 4,3% verwenden es sogar gar nicht mehr. Ähm, 41% davon haben einen neuen Messenger ausprobiert, leider der Großteil davon den Facebook, äh, Messenger, was halt, ich weiß es nicht, also, äh, man springt irgendwie direkt zu Facebook, so, hier, Facebook, nimm gleich meine Daten, so, nimm nicht den Umweg erst durch WhatsApp, sondern, hier, hast du. Ähm, und dann der zweite große ist Telegram, was auch nicht ganz so gut ist, weil, naja, äh, sicherheitstechnisch, das wird halt nicht verschlüsselt. Und erst auf dem dritten Platz mit 13% kommt dann Signal irgendwann. Wie du jetzt schon mal die Prozentzahlen hier rausgelassen hast. Man sieht, äh, Georg hier, äh, der einzige, Mathe-Abi, der sich, äh, professionell, äh, Ich hab mir halt was zusammengeschrieben diesmal. Wahnsinn, Vorbereitung. Vorbereitung, das ist doch nur was für Warmduscher und Schattenparker. Nein. Wollte ich gerade sagen, das ist für Leute, die nicht improvisieren können. Ja, naja, man sieht heute, also, für Leute, die sich wundern, was haben die jetzt mit Kamera und so, wir haben es ja, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass jetzt in einem Videopodcast-Feed wir auch zu sehen sind. Also, wenn deine Kamera geht, Steffen. Wenn meine Kamera geht, ähm, ich bin gerade hier am rumwurzeln, weil scheinbar bei der, ähm, ich nutze hier meine, oder unsere Videokamera, die wir bei Kurs O4U zum Filmen, auf dem Messen und so weiter. Du hast, du hast gleich volles Rohr, äh, nicht irgendwie, äh, trockenschwimmen mit einem, mit einem normalen Webcam, sondern gleich, äh. Ja, das ist ja das Problem. Ich wollte hier gleich richtig aufkrachen, weil David war ja letztes Mal derjenige, der hier voll aufgefahren hat beim Videopodcast. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich das Gleiche. Das ist auch lustigerweise die gleiche Cam, also die Sony, ähm, äh, 7, äh, Sony, wie heißt die, A7 Mark III, ähm, ähm, die ich hier am Start habe. Aber, ähm, ja, das Problem ist scheinbar, dass USB-C nicht ausreicht, um die mit genügend Strom zu versorgen. Und dann wird der Akku mit entladen, parallel. Und irgendwann ist der Akku leer. Und dann ist halt Ende im Gelände. Was wahrscheinlich eher weniger das Problem ist, dass USB-C wahrscheinlich der Standard schon reichen würde, aber wahrscheinlich da Interface von deinem Rechner nicht genug, äh, rüberpumpt. Ja, ich habe hier aber auch schon extra ein Netzteil am Start, aber, ähm, irgendwie bringt das auch nicht genug. Da muss ich nochmal überprüfen, was da, ähm, das Blöde ist halt, die zeigt dir das auch nicht an. Beim Notebook hast du ja immer das, dass er dann sagt, hier, ähm, ist ja schön, dass du mich ansteckst, aber das reicht nicht. Aber die Kamera, die sagt einfach, hey, cool, Strom nehme ich. Aber, äh, die sagt nicht irgendwie, da passt irgendwas nicht. Und das ist jetzt so aktuell der Stand. Mal gucken, vielleicht kriege ich es noch auf die normale Billo-Webcam hier umgeswitcht, dass wenigstens ein Bild da ist. Ähm, aber wir machen einfach mal weiter. Wir lassen uns da nicht den, den Spaß jetzt verderben. Ja, ähm, WhatsApp-Messager, da war ja jetzt auch noch das Thema, ähm, dass die, die Weitergabe von Daten ja auch untersagt ist, so was ich da jetzt gelesen habe. Äh, Georg, da hast du ja auch was mitbekommen. Genau, da hat nämlich der, äh, Datenschutzbeauftragte namens Johannes Kasper aus, äh, Hamburg, ja, ähm, der hat jetzt eine, ein Dringlichkeitsverfahren eingeleitet, mit dem er quasi für drei Monate quasi hergehen kann und die Datenweitergabe von, äh, WhatsApp zu Facebook unterbinden kann. Facebook sagt, das ist uns trotzdem ein bisschen egal, das betrifft, die verwenden ja dafür eine Begründung, die gar nicht stimmt, weil die Behörde sagt, hier zum Beispiel, naja, es gibt ja keine rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung durch Facebook, ähm, es sei für den Anwender auch nicht ersichtlich, welche Daten Facebook letztendlich verarbeitet und die Weiternutzung von WhatsApp ist halt, äh, an diese Zustimmung, an die Nutzerbedingungen gebunden und das kritisiert, quasi diese Behörde und Facebook sagt, na na, das ist nicht so und da gibt es fundamentales Missverständnis und wir wollen doch nur Gutes für euch. Facebook will immer Gutes, nämlich unsere Daten. Facebook will nur das Beste von dir. Geld und Daten. Was macht denn, also, die Sache ist die, dass Facebook ja jetzt schon, äh, bestimmte Daten, wie, äh, das ganze Kontaktbuch quasi mit eurem Profil verknüpft, mit eurem Facebook-Profil, aber jetzt wollen sie natürlich mit diesen neuen Nutzen, mit den neuen Nutzungsbestimmungen, wollen sie quasi ihre Facebook-Produkte und die Werbung verbessern und was auch noch drinsteht in diesen Nutzungsbestimmungen, bei Senden von Direktwerbung wollen sie auch noch ermöglichen. und das ist, finde ich auch ein bisschen, äh, ausgeschämt, weil man hat ja damals bei der Übernahme gesagt, na, da wird's nie wirklich Werbeanzeigen geben. Na, na, und da werden auch keine Daten an Facebook weitergegeben. Niemand hat die Absicht, Werbung zu errichten. Ja, nee, das stimmt, das haben sie gesagt und, ähm, ich meine auch, dass der, der Gründer von WhatsApp ja auch dann, äh, zu Facebook gesagt hat, hier, ähm, ich will das aber nicht, dass ihr da irgendwie Werbung, und dann war die Aussage, nee, wir machen das natürlich nicht. Ähm, gut, man darf nicht vergessen, der Gründer von, äh, WhatsApp, der hat mittlerweile andere Sorgen, nämlich weiß der nicht, wie er das ganze Geld ausgeben soll, was er so bekommen hat, äh, 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 aber das ist eine andere Geschichte und, ja, schwierig. Also, jetzt muss man halt wirklich gucken, was macht man mit dem Laden? Ähm, geht man weiterhin auf diese App, äh, durchs Leben oder verabschiedet man sich da, äh, davon? Eine Alternative zum Beispiel wäre ja, äh, Discord und da haben ja viele Leute jetzt auch gedacht, oh Gott, oh Gott, Microsoft hat Interesse an Discord, aber das hat sich ja jetzt scheinbar irgendwie auch, äh, ja, in Wohlgefallen aufgelöst. Mir war es wohlgefallen, also, die Übernahme ist schlicht und einfach gescheitert, äh, Discord waren wohl die 10 Millionen, ein bisschen wenig, oder 10 Milliarden, sehe ich gerade, 10 Milliarden Dollar, äh, wohl nicht genug, beziehungsweise, äh, haben sich die ganze Aktion nochmal anders überlegt, und wollen jetzt, äh, mit ihrer Firma an die Börse. Ähm, kann man jetzt von halten, was man will, ähm, beziehungsweise man kann auch von der Übernahme, von Microsoft, von Discord halten, was man will. Mhm. Ähm, ich habe hier nach wie vor, äh, werde ich den, den Witz nicht, äh, ablegen, dass sich es bei Microsoft Teams um den Discord-Fork von Microsoft handelt. Ähm, Ja, ja, äh, ja, äh, was man so gelesen hat, äh, äh, würde wahrscheinlich, oder hätte Microsoft wahrscheinlich Discord so ein bisschen mit ihrer Gaming-Schiene, also auch dem ganzen Xbox-Konzept so ein bisschen verheiraten wollen. Ja, was man ja denen nicht verdenken kann. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine naheliegende Sache, äh, Discord ist ja nach wie vor, ähm, ja, eher eine, ich sage jetzt mal, Gaming-Social-Voip-Plattform, und, äh, wird ja eigentlich nur für anderes Zeug so ein bisschen, Missbraucht. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen hervergewaltigt, also, ähm, natürlich kann man es als Messenger oder Chat-Room oder was auch immer, äh, verwenden, aber da ist ja die Funktionalität einfach nicht da. Also, das ist ja da, aber das ist halt so ein bisschen, äh, natürlich kann ich, äh, meinen Topf zum Braten verwenden, aber eigentlich, äh, ist ja dafür gedacht, dass ich was drin, also, dass ich da drin irgendwelche Flüssigkeiten heiß mache. Ja. Ähm, ja, also, ich verstehe den, den Hass, was manche Leute haben auf Discord nicht, aber, äh, äh, naja, ich sag mal so, ich hab halt da wieder, also, ich würde jetzt Discord nie für private Nachrichten benutzen, aber an sich, ähm, also, wegen der Security jetzt, nicht falsch verstehen, so, äh, für unsere Zuschauer auch nochmal, warum, ähm, aber grundsätzlich muss man den Jungs und Mädels wirklich lassen, dass Discord, äh, so den, den, äh, Spirit der Gamer und alles wirklich gut trifft, ne, also, das ist halt sehr optimiert da drauf, die UI, die passt ganz gut, die ist auch individuell, äh, intuitiv zu bedienen, ähm, und das passt einfach, das ist einfach darauf zugeschnitten, und dass dann Leute sagen, Moment, ich hab hier einen Messenger, der funktioniert, und ich verwende den jetzt auch für was anderes, und, man darf ja auch nicht vergessen, die Grenzen von Gaming und der realen Welt verschwimmen ja immer mehr, vor zehn Jahren oder so, oder zwanzig Jahren, da hätte es ja, ja, hier, äh, äh, Freunde im Game treffen oder im Internet treffen oder kennenlernen unmöglich oder macht es bloß nicht, mittlerweile ist es wahrscheinlich eher die Regel, dass sich Leute übers Internet kennenlernen zuerst und dann im realen Leben treffen oder wie auch immer, ich meine, das beste Beispiel ist hier auch bei Kurs of for You, ähm, und deswegen ist halt auch, äh, verschwimmen diese Grenzen halt auch einfach, man kann das nicht klar trennen, ne, ich meine, man darf auch nicht vergessen, äh, TeamSpeak oder Mumble, was wir ja immer gerne genutzt haben, das sind ja auch Applikationen, die erstmal primär fürs Gaming entwickelt wurden und nicht, um dann einen Podcast drin aufzuzeichnen und so, das macht man halt dann einfach, weil sich das Zeug anbietet, zum Beispiel, also, ja, interessant auf jeden Fall, dass das Geld, äh, scheinbar zu gering war bei der ganzen Geschichte. Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das Geld zu gering war, also, oder ob sich einfach, ich sag jetzt mal, da irgendwelche Chefetagen, äh, dann doch nicht an, äh, an Microsoft, äh, verkaufen wollten oder, äh, sie einfach gemerkt haben, okay, das Wachstum von Discord ist da und, äh, warum schlagt man jetzt nicht eben Kapital durch den Börsengang raus, als, äh, dass wir uns da, ähm, an Microsoft verkaufen. Natürlich, äh, könnte ich jetzt sagen, ich nehme meine, wie gesagt, meine 10 Milliarden und, äh, teile die da über irgendwelche, irgendwelche CEO-Gehälter auf und, äh, machen mir dann irgendwo in der Karibik ein schönes Leben. Mhm. Ähm, ich behaupte jetzt mal, dass dafür die, die Jungs und Mädels, die da irgendwo, äh, Entscheidungen mitgetroffen haben, äh, durchaus genug abfällt, dass die, äh, da sich keine Sorgen mehr machen müssen, was jetzt, äh, der arme Programmierer, der das Ding letztendlich geschrieben hat, äh, 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 davon sieht, ist wieder die andere Frage, aber wer sieht da im Grunde schon irgendwas davon, es sei denn, man ist irgendwie ein Notch und hat allein das, die Idee gebaut und dann irgendwie sich zum CEO hochgearbeitet. Ja. Aber wo funktioniert das noch? Also von daher, ich denke mal, dass das eine ganz einfach kalkulierte Business-Entscheidung war, als, äh, jetzt groß zu sagen, nee, ich will nicht zu Microsoft oder ich, äh, möchte mehr Geld. Oder wir unterstellen ihnen einfach mal Herz. Also, Steffen, komm, äh, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Aber ich wollte gerade sagen, wir wissen, wie die Welt funktioniert. Du willst in einem großen Unternehmen irgendwas unterstellen, dass die irgendwas aus Nächstenliebe tun. Follow the money, sag ich dann nur. Aber immer doch. Naja, ähm, wer auch dem Geld folgt, äh, ist ja GameStop. Ich habe ja ein Doppelthema, Wahnsinn. Ähm. Und ich, ich gucke so lange mal an die Kamera, da kannst du ja ein bisschen was zu GameStop erzählen. ja, GameStop, äh, hat jetzt die Pandemie zum Anlass genommen, äh, seine, ich sage jetzt mal, ähm, Offline-Präsenz aus Deutschland zurückzuziehen. Ja, ähm, äh, die andere, die Frage war halt auch wieder, wie überraschend war's? Äh, GameStop hat ja jetzt auch die letzten Jahre nicht unbedingt so die, die besten Zahlen geschrieben und hat auch schon immer so ein bisschen am, am Hungertuch genagt. Äh, insgesamt so die ganze, ich sage jetzt mal, äh, monolithische Gaming, äh, Store-mäßig oder insgesamt der Hardware-Handel, was Games angeht, waren ja eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig so, äh, äh, eigentlich nur noch Vorbestellungen und halt irgendwie die, die Hardcore-Follower schafft, beziehungsweise irgendwelche, welche Hard, äh, Hardcore-Gamer, die dann sagen, ja, ich möchte unbedingt, ähm, die physische Kopie oder halt irgendwie die, die Super-Special-Sonder-Edition, die dann eh nur irgendwo in einem, in einem Schrank verstaubt. Also, zumindest habe ich so das Gefühl dabei. Ähm, ja, äh, es geht wohl auch ein paar Leuten jetzt, äh, auf den Keks und an den Nieren, dass das alles so ein bisschen, äh, guerillamäßig entschieden wurde. Also, ja, äh, was machen wir jetzt mit unserer Vorbestellung, die wir haben, die, keine Ahnung, irgendwann 2022 oder so rauskommen sollen oder irgendwann Ende 2021, äh, je nachdem. So. Äh, ja, äh, dann ist natürlich die Frage, äh, äh, warum hast du vorbestellt, du Nudel? Ähm, das, äh, was? Ja, ja, ähm, es geht darum, warum sich manche Leute aufregen, warum GameStop zumacht, so, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, Hand aufs Herz, wann wart ihr zuletzt in einem GameStop und habt was gekauft? Fünf Jahre her? Ähm, also, das letzte Mal, was ich aktiv eingesehen habe, war vor zwei Jahren, aber da bin ich dran vorbeigelaufen. Nee, warte mal, ich war, ich war, glaube ich, sogar mal drin und hab mir mal die Gebrauchsspiele angeguckt. Ist der eigentlich in Coburg noch? Der ist so sicherlich seit Jahren auch schon weg. ich war bei dem in, äh, ich wohne ja nicht mehr in Coburg, ich war bei dem in Frankfurt, vor ein paar Jahren mal, aber das Visit war auch nur, weil ich, äh, zufällig in diesem unsäglichen, äh, Einkaufszentrum unterwegs war, äh, um ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter zu besorgen. Tatsache, den gibt's sogar noch. Und, äh, was? Wo gab's den den? Das ist ja geil. Jetzt mal ernst, wo gab's den den? Äh, warte mal, Steingasse 4. Aber, es ist scheinbar kein Franchise von der Marke GameStop, der heißt einfach nur Video GameStop. Okay. Ähm, okay, das ist scheinbar eine Videothek und Game, äh, Gameathek. Das ist doch, das ist hundertprozentig auch Geldwäsche. Ähm, hat aber lauter positive Bewertungen bei Google. Ja gut, die, die, die andere Frage ist halt, wenn du das wirklich Nischen mehr, ach, das ist das Ding. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Naja, das sieht auch so ein bisschen... Der, der, der war doch auch mal so ein Pen-and-Paper-Laden in der Nähe, glaube ich. Ja, genau, genau. Verrückt. Äh, ja gut. Äh, ja gut, äh, wie gesagt, wenn das, wenn das die Leute mit, mit Herz und Seele machen, also wieso denn nicht, wenn du das Ganze noch so ein bisschen retromäßig aufziehst? Wenn, wenn du Kundschaft findest, äh, warum nicht? Ja, warum nicht? Und wenn du auch ein bisschen technische Ahnung hast, äh, wenn ich's könnte, würde ich sowas auch machen. Also, keine Ahnung, sagst, okay, du, du reparierst noch irgendwelche alten Atari-Geräte oder so mit, äh, das ist ja jetzt auch nicht so, dass du die nicht mehr reparieren kannst, das ist ja nicht wie heutzutage ist, dass du, wenn du so ein PCP mal schief anschaust, äh, dass du da, äh, schon Probleme mit hast, an den alten Dinger konntest du ja noch Zeug rumlöten, ohne, ohne dass dir sofort irgendwie ein, äh, Team von Anwälten hinter, hinterher springt oder du mit dem, mit dem Lötkolben mal locker, äh, durch die, durch die Platine durch bist. Ja. Ja, man muss aber auch dazu sagen, Ältere werden sich erinnern, ich mein, ähm, die Videotheken, wo gibt's noch Videotheken, wenn man mal ehrlich ist. Also, das Gleiche wird auch bei den, bei diesen Game-Geschichten passieren, bei GameStop und bei ähnlichen Läden. Das, warum soll's da einen Unterschied geben? Ist meine persönliche Meinung. Ja, freilich, also, das Einzige, was ich da noch sehe, ist halt wirklich irgendwelche, dass du irgendwelche wirklich totalen Nischenläden hast, aber die halt dann auch nicht mehr als Franchise funktionieren. Also, wie du's halt zum Beispiel Tabletop-Gaming-Stores oder Pen-and-Paper-Stores oder so hast, wo du halt wirklich, ich sag jetzt mal, Leute hast, die das Ganze mehr als Hobby, als, als, äh, als Ding sehen, oder die da ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und die dann halt auch nischenmäßig, äh, ihre Ahnung haben, wo du aber halt dann eben auch, ah, nicht wie es bei GameStop ja üblich war, dass du halt, keine Ahnung, da mit irgendeiner, äh, Collectors Edition von hast du nicht gesehen, reinkommst und so, das Beste, was man machen könnte, ist 5 Euro und das Ding halt mehr oder weniger unausgepackt, äh, 25 Stück von den Dingern irgendwie nur verkauft wurden oder so, äh, sondern halt auch Leute, die dann von ihrem Fach Ahnung haben, wo du halt dann eben vielleicht auch, wie ich halt vorhin zum Beispiel angemerkt, halt eben, nicht nur irgendwie, ich sag jetzt mal, so eine PS2-Gritze kriegst, wo dann halt eh keiner haben will, sondern vielleicht irgendwelche alten Atari-Sachen oder, äh, sind wir mal ganz verrückt, irgendwelche ganz alten Dinge, die noch auf dem Tape-Deck oder so sind, äh, ja, also da sehe ich eher die Zukunft oder halt dann, äh, dass du halt auch wieder zurück zu den großen gehst, äh, Amazon, ähm, dann, äh, hier Saturn Media Markt, der Verein, äh, ja, leider stirbt es so ein bisschen, aber, dass da jetzt eine Franchise weiter existiert, ähm, also ich weiß nicht, wer sich da die großen, äh, Illusionen gemacht hat, ja, der, der, ich sag jetzt mal, der Gag mit dem, äh, mit dem ganzen Börsending von Reddit, äh, da hat man halt mal die, äh, die, der unsichtbaren Hand des Marktes mal so ein bisschen, äh, die Knöchel zertreten, ja, aber das ist auch wieder nur Spielen mit dem Feuer, äh, ja, ich meine, das ist ja auch anderen Unternehmen passiert, Nokia haben sie ja auch so ein bisschen, ähm, versucht, den Bauch zu pinseln damit, aber da ist nichts weiter passiert, ich meine, die Nokia ist ja nicht so kaputt wie GameStop, sagen wir es mal so, äh, Nokia, was ja viele nicht wissen, die verkaufen ja jede Menge Netzwerkequipment, ähm, an Provider, und da verdienen die ihr Geld, aber GameStop, hm, könnten jetzt im Online-Business halt einsteigen und versuchen da irgendwas zu machen, aber da gibt's halt schon so viele. Ich würde sagen, da musst du erst mal schauen, dass der Amazon und den ganzen, den ganzen Vereinen, äh, erst mal irgendwie die Kundschaft abläuft, also das ist ja, und dann musst du dann auch wieder sagen, äh, wenn ich eh schon online kaufe, dann kaufe ich halt, äh, bei den gängigen Verbrechern, die halt dann, äh, das Ding gleich als Download anbieten, und dann ist halt auch wieder die Sache, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, GameStop versucht, ein Epic abzuziehen, und, äh, dann nochmal, noch einen vierten, äh, Mitspieler auf den Markt bringen will, und, Leute, also irgendwann funktioniert es nicht, die, dass du diesen Konsolenkrieg oder, oder Franchisekrieg, äh, anzettelst, wie es ja manche Leute, äh, prophezeit haben, es funktioniert halt auf dem Computer nicht. Ja. Äh, das ist halt nach wie vor das Schöne am, am, am Rechner, und noch das noch Schönerer an Linux. Um gleich mal wieder für Linux so ein bisschen. Ja, um gleich mal für Linux-Servor zu machen. Es geht halt alles. Du, du hast halt Leute dahinter, mit denen alles funktioniert. Die Hardware ist halt nach wie vor Hardware, und die Software, die drauf läuft, ist, äh, manipulierbar, aber ist halt, ja, doch manipulierbar, ist, äh, erweiterbar. Da geht halt mehr als, äh, mit einem zugemauerten, goldenen Käfig-System. Das ist wohl wahr. Ja, ähm, eine bessere Überleitung hätte man wohl kaum machen können. Zur Apple-Keynote. Ähm, es ist, es war wahrscheinlich Zufall, dass das jetzt hier, äh, 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 genau, wir gehen jetzt rüber zur Apple-Keynote. Aber wir wollen noch irgendwas zu GameStop loswerden. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon alles Mögliche zu erzählen. Das wäre vielleicht was für die Umfrage der Woche, genau. Äh, schreibt mal rein hier, umfragederwoche, äh, punkt kursofu.com, schaut mal rein, äh, und stimmt mal ab, äh, erstens mal, ob ihr solche Läden, äh, immer noch besucht, ob ihr die noch bräuchtet, äh, oder ob ihr eigentlich nur noch Games Online shoppt. Und ich gehöre, also, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mal so der, der Hardcore-Gamer, dass ich mir jetzt jeden Monat ein neues Game hole, aber wenn ich mir was hole, dann ist es halt auch alles digital, muss ich ganz ehrlich sagen. So, interne Anmerkung noch, sieht man mich eigentlich bei euch wieder, oder ist es... Nein. Okay, weil das ist irgendwie auf der Regie, sehe ich mich auch noch nicht. In der Vorschau sehe ich mich lustigerweise. Egal, ähm, ich habe jetzt mal, für Leute, die es interessiert, ich habe jetzt hier eben mal mein MacBook-Netzteil angesteckt, ähm, weil das hat ordentlich Dampf und USB-C mal, ich denke, das könnte funktionieren, aber wenn ihr mich jetzt nicht seht, dann ist es natürlich ein bisschen witzlos. Gut, äh, Apple Keynote, wenn wir schon mal beim Thema sind, ähm, ich werde jetzt nicht im Detail alles von der Apple Keynote nochmal durchkauen, dafür gibt es Podcasts, die kümmern sich nur um die Apple Keynote, aber so ein paar Sachen wollte ich einfach mal ansprechen, weil ich die einfach selbst auch als Windows-User, der ab und zu mal mit Apple was zu tun hat, ganz interessant finde. Das eine, was wahrscheinlich mittlerweile überall durch die Medien gegangen ist, ist dieses sogenannte AirTag, ähm, dass man eben so ein kleines Stückchen Plastik, ähm, in Form von einer Münze vielleicht, ähm, so groß ungefähr, wer noch die 5D-Mark-Münzen kennt, ähm, Steffen, wir werden alt. Genau, ja, der, der wird, ähm, also ungefähr diese Größe halt, ne, die 5D-Mark-Münze, und so groß ist es halt auch rund, Plastikteil ist aber auch wasserdicht, bis zu einer gewissen Tiefe, und, ähm, sollte man nicht allzu lange machen, hat eine Knopfzelle drin, und der Charme an diesem Teil ist halt eben, äh, dass man Dinge wiederfinden kann. Das heißt, du kannst es dir irgendwo an den Rucksack packen, an den Schlüsselbund, äh, oder irgendwie in die Sporttasche und Rucksack oder irgendwas, oder ans Auto, und kannst dann das eben wiederfinden. Äh, und wie funktioniert das? Also die klassische, äh, klassische GPS-Tracker oder so, die haben ja dann ein GPS-Modul drin, die haben eine SIM-Karte drin, äh, haben allerdings auch den Nachteil, dass sie sehr viel Energie brauchen, und irgendwann ist halt dann einfach der Akku leer, und, äh, man kann eben dieses Teil nicht mehr tracken, und das ist halt bei dem AirTag ein bisschen anders, dadurch, dass das AirTag dieses Find-My-Netzwerk benutzt. Find-My-Netzwerk ist, äh, das Netzwerk, was Apple schon die ganze Zeit hatte, äh, dass du eben dein iPhone eben wiederfinden kannst, ähm, und es funktioniert auch ohne Internet, über eigenes Bluetooth-Protokoll, also dieses Low-Energy-Zeugs, ähm, und wenn jetzt irgendjemand an einem AirTag vorbeiläuft, äh, der, ähm, ein iPhone hat zum Beispiel, oder ein iPad oder ein MacBook oder irgendwas, dann wird automatisch der Standort an die Cloud übermittelt, und, ähm, man braucht also diesen Weg über das Mobilfunknetz nicht. Und da gab's auch von anderen Anbietern bereits solche, äh, Lösungen, die, muss man aber sagen, mangels der fehlenden Community, äh, eben nicht so durchgeschlagen sind, wie jetzt, oder durchschlagen werden wahrscheinlich, wie dieses AirTag, ähm, weil es halt dann doch nochmal eine andere Geschichte, wenn du irgendwo in der Stadt irgendwas liegen lässt, oder auf einem Parkplatz, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem, ähm, Apple-Gerät, mit einem iPhone da vorbeiläuft, ist halt relativ hoch, äh, während wenn du halt irgendwie von so einem Nischenhersteller irgendwas hat, dass jemand mit dem gleichen Nischengerät da vorbeiläuft, ist halt dann nochmal, äh, ein Stück weit geringer, muss man halt ganz ehrlich sagen. Und, äh, ich weiß nicht, äh, wie siehst du das eigentlich, Tobi, so ein Teil, wäre das was für dich, oder? Äh, das Problem ist schon mal, dass halt Apple ständig nach Hause telefoniert, wie du schon gesagt hast, mit der Cloud, das, äh, bin ich ja ehrlich gesagt gar kein Freund davon. Ja. Ähm, ja, die Frage ist halt auch wieder, äh, inwiefern ist es, äh, interessant für mich. Ähm, eigentlich kaum, weil ich persönlich nicht den Einsatz, also nicht den Einsatzgebiet habe. Ich sehe es jetzt, äh, Du verlierst nichts, sozusagen. Ja, also, so blöd es klingt, ich habe effektiv, jetzt, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, in meinem Leben noch nie irgendwas, oder was ist es in meinem Leben, halt jetzt die letzten fünf, sechs Jahre, jetzt nicht irgendwie das Telefon verloren, also, das Mobiltelefon verloren, oder, äh, ein Tablet liegen lassen, naja, vielleicht mal eine Jacke irgendwie im Büro oder in der Schule hängen lassen, aber, äh, dann bin ich halt den nächsten Tag wieder dort und hab's ja wieder. Ähm, und dass ich jetzt so teure Jacken habe, dass ich sage, äh, ich müsste mir da ein AirTag oder was reinhängen, äh, da bin ich dann auch wahrscheinlich nicht der Typ für. Das AirTag ist ja jetzt auch nicht so billig, ne, ja, also, wenn man sich die Preise mal anguckt, man ist mit einem AirTag mit 35 Euro dabei. Äh, wie du, ich, ich, ich sehe einen Nutzen dafür, so ist es nicht. Ja. Äh, zumal du, wie du gesagt hast, wenn ich das Ding, keine Ahnung, ich klatsche mir es in irgendeine Klamotte, ich klatsche mir es in einen Rucksack, den ich normalerweise mit mir rumtrag, äh, wenn ich halt jemand bin, der das Zeug leicht vergisst oder, äh, blöd gesagt, ich in der Umgebung wohne, wo halt auch mal was abhanden kommt. Äh, jetzt, du lachst, es gibt nach wie vor halt jetzt, äh, wie ich sage jetzt mal, schlechte Viertel oder was, äh, wenn du da halt einen Rucksack liegen lässt, kannst du davon ausgehen, dass er in der nächsten Stunde nicht mehr da ist. Äh, die andere Frage ist halt jetzt, wenn ich hier irgendwo in der Innenstadt meinen Rucksack verlieren würde oder, keine Ahnung, eine Tasche oder was, dann, äh, ja, äh, würde ich mal auch nicht unbedingt, äh, darauf wetten, dass ich die wiederfinde. Ähm, ja klar, also es gibt nach wie vor, äh, Dinge, wo ich sage, okay, das ist ein Anwendungsgebiet, aber ich, äh, ich persönlich habe, wie gesagt, ein ethisches Problem damit, dass halt das ganze Zeug ständig nach Hause sendet, aber das habe ich, äh, theoretisch auch beim Smartphone und ich muss ja trotzdem irgendwie benutzen, weil, äh, gibt ja nicht groß Alternativen, beziehungsweise auch einfach, äh, Technik sagt nein, also ich kann ja in dem Sinn keinen, äh, kein Event, oder ich könnte wahrscheinlich schon, aber dafür ist halt die, die Struktur nicht ausgelegt, ich sage jetzt mal ein Event-basiertes, äh, äh, Mobilfunksystem aufbauen, was sehr interessant wäre, wie man dann irgendwie, äh, mal erreichbar wäre, sonst könnte man ja eigentlich nur theoretisch rein, ja, telefonieren. Ähm, aber okay, lassen wir mal die, die, die esoterischen, äh, Ideen. Ja, nee, aber, man sieht auf jeden Fall einen Markt. Wollte gerade sagen, ich sehe einen Markt dafür, äh, ich denke, bin dafür kein Kunde, aber, ähm, da gibt es Leute bestimmt. Ja, ja, also, ich meine gerade, wenn du jetzt Apple-Jünger bist und sagst, hey, ich, ähm, ob ich jetzt 35 Euro mehr ausgebe, ich meine, es klingt erst mal wenig bei 35, also für Apple-Jünger, es klingt erst mal wenig, Problem ist allerdings, du hast dann diese, diese 5, 5 Mark Stück, äh, oder dieses, dieses runde Teil, äh, äh, das musst du ja auch irgendwie an dem Zeug befestigen. Wenn wir jetzt beim Schlüsselbund sind, dann musst du das Ding ja irgendwie an den Schlüsselbund ranbringen oder an deine Tasche. Und jetzt wird es halt absurd und das ist was, das muss ich unbedingt mit reinnehmen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte Geld sparen und, ähm, da gibt es dann preiswerte Varianten, wo du so einen, ähm, Air-Tech-Halter, nenne ich es mal, wo du so einen Air-Tech-Halter schon für, ja, 40 Euro bekommst, für dieses Teil. Du kannst aber auch sagen, ich hätte gern was aus Leder und da gibt es die französische Firma Hermes und die verlangen für diesen Lederhalter, für dieses Air-Tech, was schätzt ihr, ohne dass ihr das wisst? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also du hast vorhin gemeint, 40 Euro für, äh, die Billo-Variante. Für die Billo-Variante, genau, die Apple halt jetzt mal auf der ersten Teilung hat. okay, ähm, okay, das ist irgend so ein französisches Nobelding wahrscheinlich, ähm, gehen wir mal ungefähr mit dem Dreifachen, ich sag so 150. Ja. Ich sag 200. Okay, also ihr seid beide noch drunter, 349 Euro. Holla die Waldfee. Ja, also, äh, dazu noch eine kleine Sache, äh, wie man wahrscheinlich jetzt auch gemerkt hat, äh, DIY, äh, bin ich auch irgendwo, äh, ein Fan von. Leute, kauft euch bitte sowas nicht. Wenn ihr sowas in der Tasche machen wollt, schaut, dass ihr irgendwie verlernt, mit Nadel und Faden umzugehen. Ja, nee, das ist, also, vor allem, es ist ja nicht so, als hätte man nicht eine andere Wahl. Also man könnte auch, äh, zum Beispiel habe ich auch schon Tutorials, gesehen, wo Leute jetzt einfach mit einem dünnen Bohrer an der Seite ein Loch ins Gehäuse bohren. Es war dann nicht mehr wasserdicht, aber man kann's dann halt, man kann da dann irgendwie ein Seil durchmachen oder einen Faden oder irgendwas oder ein Draht, äh, und kann's dann auch befestigen. Funktioniert auch. Das ist halt jetzt wirklich die, DIY-Geschichte. Ich wollte gerade sagen, die absolute Ghetto-Lösung. Ja, wobei die, die absolute Ghetto-Lösung der Panzertape. Genau, aber es funktioniert halt. Und ich meine, es gibt auch günstige, ähm, Lederbänder, und ich denke mal, das wird auch nicht lang dauern, bis die ganzen China-Shops da irgendwelches China-Fake-Leder irgendwie anbieten und das aussieht wie das von Hermes. Äh, die machen übrigens hauptsächlich so Sachen wie Reizsattel für Pferde und solche Geschichten und da haben die ganz gerne auch mal so Sachen, die über 10.000 Euro kosten oder so. das ist ja wieder was anderes da. Genau, richtig, aber aus dem Bereich kommen die, aber die haben halt eben auch so hauptsächlich Lederwaren und, ähm, ja, also sehr speziell. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es passt da doch zu Apple, dass die sich mit so einer Firma zusammentun, äh, es gibt sicherlich Apple-Kunden, die sich das Teil holen werden. Die andere Frage ist halt auch, warum nicht, wenn es Leute kaufen, warum soll ich es nicht machen? Ja. Äh, wie so zum Beispiel vorhin, wenn du dir halt irgendwie eine paar hunderttausend oder hundert Euro teure Jacke kaufen willst oder tausend Euro teure Jacke, Ja. Wieso nicht, äh, hält dich genauso warm wie jede andere. Ähm, also, relativ gesprochen. Ja, genau. ja, 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 das ist natürlich bei Apple, äh, ich jetzt als eher Apple-Kritiker, äh, so oft, ja, dass es mich bei Apple nicht wundert. Ähm, ja. Hermes hat ja zum Beispiel auch noch einen Kofferanhänger für das Airtag und, ähm, da ist es so, dass das Ding sogar über 400 Euro kostet. Hey, Leute, alter Verwalter, wenn ich, jetzt, jetzt mal ernsthaft, wenn ich mir einen Kofferanhänger für einen Airtag für über 400 Euro leisten kann, dann brauche ich keinen Airtag. dann brauche ich A, A, Airtag und B, lasse ich, habe ich dann jemanden, der mir die Koffer irgendwie in einem Bentley lädt, so auf die Art. Also, das, äh, ist für mich dann so ein bisschen, die, die ganze Sache, ad absurd umgeführt. Aber, das ist was, wofür ich, äh, Apple dann doch wieder irgendwo feier, die geben einfach keinen Scheiß mehr drauf und machen einfach. Das ist so, okay, äh, wir wollen das jetzt so und es gibt irgendwelche Bonzen, die, äh, die das ganz sicher feiern und, ähm, ich wette mit dir, dass so mancher Oligarch oder Oligarche Frau oder Oligarche Kind, äh, Also Putin hat das bestimmt. Ja, aber Putin kriegt sowas auch gratis, weil er sonst bei dir einmarschiert. Ähm, der überfällt einfach den Apple Store in Moskau oder lässt ihn überfallen. Mehr, der überfällt nicht, der geht einfach rein und dann, äh, kriegt, ist der Zar ausgehändigt. Ja. Ähm, ja, also wie schon gesagt, mich wundert's nicht und, äh, wir sind nach wie vor alle Affen und Affen wollen ihr, äh, Status-Symbol. Ja. Und, äh, mich würde's nicht wundern, wenn der nächste hippe, reiche, äh, Top-Instagrammer dann plötzlich über dem Zeug rumrennt. Also, mit Sicherheit. Ähm, ja, um das Thema abzuschließen mit dem RMS, ich verlinke mal in den Shownotes was, eine sogenannte Lärmhaube für ein Pferd. Die kostet 220 Euro. Das ist so eine Strickmütze mit so Aussparungen für die Ohren vom Pferd. Mhm. Sieht so ein bisschen aus, äh, wie so eine Batman-Maske. Das ist auf jeden Fall sehr amüsant. Ähm, ja, leider irgendwie funktioniert meine Video-Übertragung gerade nicht, sonst hätte ich das mal im Stream eingeblendet. Schade. Äh, kriegen wir auf jeden Fall gefixt noch bei der nächsten Folge. Aber es ist, es ist sehr absurd. Auf jeden Fall da in den Shop, wenn ihr mal lachen wollt, guckt in den Shop. Das ist irrsinnig für mich. Oder wenn ihr zu viel Geld habt. Genau. Ähm, AirTag. Gut, da waren wir stehen geblieben. Also, wie gesagt, dieses Netzwerk über, über diese Bluetooth-Repeater, sag ich mal, auch durch das, das halt ein iPhone, und sowas reporten kann an die Find-My-Cloud, äh, kriegt man halt dann raus, wo sowas sich befindet. Es ist auch, was getan, um Missbrauchpotenzial zu verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt meinen AirTag nehmen würde, würde das beim Tobi ans Auto kleben, äh, und der Tobi hätte ein iPhone, dann würde das iPhone zum Beispiel sagen, pass mal auf, da in deiner Nähe befindet sich jetzt schon seit zwei Stunden ein AirTag, was dir gar nicht gehört, und, äh, verfolgt dich. Und da kannst du dann halt eben, äh, zum Beispiel bei dem AirTag, das ist auch so, wenn du das dann findest, dann kannst du auch über das AirTag auslesen, wer der eigentliche Besitzer ist und was die Kontaktdaten sind und so weiter. Da möchte man wahrscheinlich bei Stalking und so weiter vorbeugen, weil, ich meine, da ist natürlich auch ganz schönes Missbrauchspotenzial theoretisch vorhanden. also Apple, muss man sagen, ich meine, natürlich senden die auch Daten nach Hause, aber die sind trotzdem immer noch eine Company, die sich halt, ähm, Datenschutz irgendwo auf die Fahnen schreibt und versucht zumindest noch irgendwas zu machen. Und, äh, was ich auch spannend finde, dass dieser Akku oder die Batterie, das ist eine Knopfzelle, die soll wohl ein Jahr lang halten, ähm, kann ich mir aber ganz gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja auch viele Smart-Home-Geschichten, also auch hier mein Smart-Home mit Hometic, was ich hier im Einsatz habe, äh, da halten die Batterien teilweise auch ein Jahr durch und, äh, das ist ja, wie gesagt, Bluetooth Low Energy und nicht irgendwie ein WLAN, was da irgendwie rumpurzelt. Ich wollte gerade sagen, die, die Bluetooth Low Energy Sachen und die ganzen Bauteile, die sind ja mittlerweile, äh, relativ energieeffizient und wenn du da nicht, äh, ständig nach Hause, nach Hause telefonieren musst und das Ganze auch noch mit einer, mit einer gewissen Frequenz, äh, das heißt, äh, das Ganze noch mit einer gewissen, äh, Bandbreite machst, wo das, äh, Ziel in Grenzen hält. Ja. Ich hab halt ein, also, wie gesagt, ich hab halt, äh, so das anzumäkeln, dass ich halt sage, okay, auf dem Land wird das nicht funktionieren. Also in der Stadt wird es definitiv funktionieren, äh, wo ständig Leute mit iPhones rumrennen oder Apple-Geräten, die Idee ist gut, ähm, und, äh, man muss sich halt überlegen, ob man das Geld ausgibt. Wie gesagt, 35 Euro ist der, äh, Einstiegswiderstand, für das AirTag und dann muss man sich halt noch so einen Halter entweder selber bauen oder, äh, ab, sag ich mal, 15 Euro kriegt man schon so einen pinken Billo-Halter von Apple, äh, dazu, äh, also der ist nicht von Apple selbst, aber der wird bei Apple verkauft im Store, also ähnlich wie das Hermes gibt's da eben auch andere Partner, mit denen sich Apple da zusammengetan hat, äh, und man kann sich halt günstiges Armband oder Band kaufen, man kann aber auch den Rolls-Royce unter den Lederbändern für sein, äh, für sein, äh, AirTag kaufen. Wenn man Angst hat, dass ihm, dass dir dein Pferd abhanden kommt. Genau. Ähm, ja, Apple Keynote, ähm, was war noch interessant? Ich lass mal diesen ganzen anderen großen Scheiß weg, äh, Leute, seid mir nicht böse, falls ihr Apple, äh, sehr mögt, dann guckt euch dazu andere Videos an. Ich versuch halt mal, was in unserer Filter-Bubble hier so wichtig ist, zusammenzufassen. Ähm, es gibt neue iMacs, ähm, da gibt's dazu zu sagen, erst mal, es gibt neue Farben bei den iMacs, äh, das ist eher für mich unwichtig. Man geht da so ein bisschen back to the roots zu den ersten iMacs, äh, die halt eben so bunt waren, ähm, und jetzt hat man das halt eben auch wieder, ist Geschmacksfrage, keine Frage. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich mir ein iMac kaufen würde, würde ich mir den in Silber oder einfach in Space Grey kaufen, aber sicherlich nicht in, in rosa oder in, in pissgelb oder so, aber dafür gibt's sicherlich auch einen Markt. Ähm, da soll noch angemerkt sein, die Farbe, die hinten auf dem, äh, iMac ist, ist nicht die Farbe, die man dann sieht, wenn man auf das Gerät drauf guckt, weil vorne hat er wieder einen blasseren Ton. Also wenn einer sagt, boah, dieses pissgelbe hinten, das gefällt mir, dann ist es vorne nur so ein Zitronen, leichtes Zitro, äh, gelb, also so ein ganz schwaches gelb nur. Also, da muss man auch aufpassen. Ähm, was aber technologisch interessant ist, das ist ja die neue, ähm, Prozessoren, äh, Plattformen von Apple, die da im Einsatz ist, nämlich die neuen M1-Chips, die sind da, also es ist kein Intel mehr drin, sondern schon ein neuer M1-Chip. Es ist aber, und das ist die große Falle auf der Seite, es gibt aber auch noch welche mit Intel-CPU, was natürlich völliger Blödsinn ist, wenn ich in dem Universum von Apple bin, dass ich mir dann nochmal so eine alte CPU reinpfeife, äh, die viel weniger Leistung hat und alles, und, ähm, aber kann man machen. Also, wenn jemand keine Ahnung hat oder aus irgendwelchen Gründen unbedingt noch, äh, ein Intel-Mac braucht, weil er zum Beispiel Systemadministrator ist und Windows virtualisieren muss oder sowas, äh, dann kann er das noch tun, aber, äh, ich würde es für den Privatgebrauch nicht mehr empfehlen. Ähm, ansonsten, was auch, was ich ganz nett finde, bin ich ganz ehrlich, ähm, für den iMac gibt's jetzt auch eine neue Lösung für den Ethernet-Anschluss, weil es war ja immer eine Diskussion, Ethernet-Anschluss schwierig, weil das Ding ist zu flach. Also, der iMac ist flacher als ein Ethernet-Stecker. Ähm, und dann hat sich Apple jetzt eine Lösung einfallen lassen, dass eben das Ethernet-Kabel über das Netzteil mit reinkommt. Äh, finde ich eigentlich ganz nett, weil Netzteil ist eh irgendwie vielleicht im Tisch mit verbaut, in dem Kabelschacht vom Schreibtisch oder so, das heißt, man kann das schön clean verstecken, man hat nur ein Kabel, was zum iMac hochgeführt wird, äh, und, äh, ist eine saubere Lösung, also damit kann ich leben. Ähm, der Nachteil ist allerdings, äh, bei den kleinen iMacs ist das Netzteil nicht mit dabei. Du musst den größeren kaufen, den mittleren, erst dann ist dieses Spezialnetzteil mit dabei. Also, die, die Leute, die sagen, ja, der Kleinste, der reicht mir eigentlich, weil ich nur surfen möchte und Büroarbeit, äh, ich möchte aber LAN haben, die müssen entweder mit einem USB-C-Adapter rumfummeln, äh, ja, oder die müssen sich dieses Netzteil kaufen. USB-C hat da wieder Nachteile, weil Latenzen und so, also Netzwerktechniker, die finden USB, äh, to Ethernet-Adapter immer nicht so geil, äh, sie funktionieren, aber es ist halt, es geht halt über den USB-Bus und da muss man halt dann auch Abstriche machen bei der Latenz. Also, 10 Gigabit Ethernet ist darüber schwierig, Punkt. Also, es wird nicht so performant laufen, wie eben über, äh, andere Schnittstellen. Gut, das, äh, soviel zum iMac, ähm, es gibt auch ein, also, es gibt, äh, Touch-ID, ich würde euch als Nicht-Apple-User nichts sagen, schätze ich mal, das ist der Fingerabdruck am, am Mac-System, dass man halt, äh, Sachen über Fingerabdruck entsperren kann, und da gibt's jetzt eine, ähm, Apple-Tastatur, die das eben integriert hat, ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, kann man machen, ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben, Vmware zum Beispiel sagt, sie brauchen noch ein bisschen mit Vmware Fusion, das ist ja die Virtualisierungslösung, die vorher auf der ganz normalen, äh, Mac-OS-Plattform lief, unter Intel CPU, die soll dann eben auch auf ARM-CPUs portiert werden, und dann kannst du da auch eben mit Vmware Windows und Linux und was du halt möchtest virtualisieren, äh, Docker habe ich gelesen, soll es auch bald geben, also, für Leute, die da mit Linux rumfummeln wollen, die sind da da auch, äh, können da auch arbeiten mit, äh, das wird dann auch nochmal interessant, und, ähm, ja, ich bin, also, ehrlich gesagt, äh, ich würde mir aktuell, also, wenn jetzt jemand ein Mac hat, dann würde ich aktuell den Mac einfach behalten, und würde mal warten, bis die nächste Generation der, ähm, M1, oder der, der ARM-CPUs dann kommt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sagen, ich bin da im Moment noch ein bisschen vorsichtig und skeptisch, ähm, aber die Leute, die so ein Teil haben, die sind sehr begeistert, weil die halt wirklich sauschnell sind, also, das ist wohl, äh, schon eine CPU, wo du halt wirklich merkst, da ist Bums dahinter, gibt allerdings noch so ein paar Kinderkrankheiten, äh, wenn es zum Beispiel um die Anbindung von externen Monitoren geht, und so weiter, äh, äh, deswegen bin ich da aktuell noch so ein bisschen vorsichtig, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sich ein MacBook Air kauft, äh, äh, da gibt es ja auch schon den M1-Prozessor, ähm, und der will das hauptsächlich benutzen als mobiles Gerät, äh, dann kann man eigentlich sagen, macht, macht man da im Moment nichts falsch, außer, dass es halt sehr teuer ist, aber es ist Apple, äh, äh, come on, also, wenn man sich was von Apple kauft, dann, äh, muss man halt den Geldbeutel ein bisschen weiter aufsperren, äh, oder die Kreditkarte vorher mit WD40 einsprühen, und dann geht das schon, ähm, genau, das war jetzt zum Thema iMac, äh, AirTag hat man ja angesprochen, Apple TV, also es gibt neuen Apple TV, wer sowas braucht, ist mir immer noch schleierhaft, bin ich ganz ehrlich, also ich hab Fire TV Stick hier von Amazon, um halt Netflix und sowas auf einen alten Bildschirm zu gucken, der halt das nicht integriert hat, äh, äh, funktioniert super, also ich wüsste jetzt nicht, warum man sich so einen teuren Apple TV kaufen sollte, ähm, das Ding ist ja auch nicht gerade billig, also wenn man überlegt, was zum Beispiel so ein Fire TV kostet, äh, und dann, äh, und kann, und was halt dieser, ja, Apple TV kostet, äh, das ist halt dann schon nochmal ein Unterschied, so ein Fire TV kriegst du mittlerweile für, ja, unter 50 Euro, äh, der Apple TV kostet halt mit 32 Gigabyte Arbeit, äh, 32 Gigabyte SSD oder Speicher drin, 200 Euro, äh, und der mit 64 sogar 219 Euro, so, und letztendlich ist es einfach eine Setupbox für den Fernseher, äh, wo du ein bisschen Netflix oder halt eben, äh, ja, die Programme oder die, die Filme von, von Apple angucken kannst, von dem Streaming-Dienst von Apple, ähm, weiß ich nicht, ist es, wäre es mir nicht wert, bin ich ganz ehrlich, aber, ähm, ähm, ja, wenn jemand sagt, ich will unbedingt dieses Apple-Design und ich brauche diesen Apfel, das wird man schon sehr esoterisch, aber wer sowas braucht, der sollte halt dann, ähm, so ein Apple-TV sich kaufen, was ich neidlos anerkennen muss, die, ähm, die, äh, Fernbedienung, die ist schöner als beim Fire TV, aber ganz ehrlich, wer sagt, boah, guck mal, meine Fernbedienung, hä, wie schön die doch ist, also, ich hab noch niemanden gehört. Steffen, genau die gleichen Leute, die mit ihren Schlüsselanhänger angeben. Schauen wir her, ich hab einen Schlüsselanhänger, der 250 Euro kostet. Ja, ja, stimmt. Egal, ähm, das nur mal am Rande, aber, wie gesagt, äh, Apple-TV ist aus meiner Sicht tot, mich wundert es, dass die halt da noch was machen, aber vielleicht machen die das einfach, dass es so als, äh, als Vollsortimenter eben ihren Fans da was anbieten können, also, vielleicht eher so Fanpflege, dass man da halt auch was im Portfolio hat, ähm, was noch viel interessanter ist, und das ist auch der letzte Punkt aus der Keynote, ist das Thema Podcast, ähm, da gibt's jetzt eine neue Podcast-App, das wird vielleicht auch für uns relevant, ich hoffe, die machen da nicht allzu viel kaputt, äh, wie, wie zum Beispiel Spotify, ähm, es immer mal wieder macht, äh, was Podcasting angeht, und es gibt ja, beim Podcast ist es so, dass viele, viele, ähm, Seiten, oder viele, viele Podcasts, beziehen ja ihren Data-Feed von Apple, also, die laden den Scheiß bei Apple rein, auf gut Deutsch, und dann wird dieser RSS-Feed von Apple halt überall eingetragen, und da hab ich schon gelesen, in Foren, dass es da wohl diverse Probleme gibt. Das Schöne ist ja bei QSO4U, wir sind ja ITler, das heißt, wir haben einen eigenen RSS-Feed auf einem eigenen Server, und, äh, wir haben den eigenen Server überall eingepflegt, also bei Apple und bei den ganzen anderen Plattformen, wo es eben Podcasts gibt, und, ähm, wir sind da wahrscheinlich fein raus, außer Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht auch noch ein Payment-Modell anbieten würden, das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, einen Podcast, ähm, ja, so eine Art Abo abzuschließen, dass der werbefrei ist, was auch immer das heißen soll, weil wenn wir Werbung machen, dann ist die ja im, äh, in dem Audio-File mit integriert, sag ich mal, ich weiß nicht, wie Apple das dann macht, oder gibt's dann zwei Versionen, das weiß man noch nicht so genau, die man hochlädt, eine werbefreie, und eine mit Werbung, und dann ist die Frage, wie werden die Podcaster dran beteiligt, und die nächste Frage ist noch, äh, wer darf das überhaupt, ist es dann wie bei Spotify, dass nur irgendwelche riesigen, großen Podcasts, die vielleicht von Spotify noch beworben werden, das nutzen können, ähm, oder kann da auch Lieschen Müller sagen, ich hab hier einen Bug-Podcast, und ich möchte, dass der da irgendwie, das weiß man noch nicht, und das wird nochmal sehr spannend, ich hoffe nur, ähm, dass, dass für uns, äh, äh, ja, kein Aus bei iTunes bedeutet, weil wir haben schon ein paar Zuhörer über iTunes, zwar nicht so viel wie bei Spotify, oder den normalen Feed, aber, ähm, es könnte sein, dass es nochmal unangenehm wird, wir werden sehen, ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, ein Hinweis noch, wir haben, von Zuhörern die Info bekommen, dass wohl auf YouTube unser Kanal ab und zu nicht mehr angezeigt wird, vielleicht mal die Gelegenheit, uns mal, äh, zu deabonnieren und wieder zu abonnieren, oder die Glocke zu aktivieren, ähm, das nur mal als Hinweis, falls ihr das Problem habt, weil ich hab schon Rückmeldung bekommen, ja, ich hab da geguckt, äh, oder ich hab da mich schon gewundert, warum kommt von Kurs O4U seit drei Monaten nix mehr, äh, und dann hab ich mal nachgeguckt auf den Kanal, und dann waren da schon wieder Folgen vom Podcast, das sollte man vielleicht mal gucken, irgendwie ist da YouTube halt, ein bisschen schwierig unterwegs, vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr andere Social Media Plattformen nutzt, wie Twitter oder Facebook oder Instagram, folgt einfach Kurs O4U, könnt ihr einfach in der Suche eingeben, dann kriegt ihr mit, wenn es einen neuen Podcast gibt. Wir haben, also erstmal bin ich wieder bildmäßig da, für alle, die, ähm, den Stream schauen, oder den, den YouTube, äh, das YouTube-Video schauen, ich hab jetzt mal hier, für alle, die es nicht tun, stellt euch Steffen vor. Ja, vielleicht sogar besser, als er wirklich aussieht dann. Ähm, 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 er funktioniert jetzt wieder, aber ich hab's halt jetzt anders gelöst, also jetzt ist halt nicht mehr unsere schöne Profi-Kamera am Start, sondern hier eine Webcam, aber besser als nix. müssen wir mal gucken, wie man dieses, äh, Problem mit der Spannungsversorgung, lösen, ähm, vielleicht auch eine andere Kamera, ich hab noch ein paar andere, können wir mal rumprobieren. Anyway, es gibt wieder die Kategorie Achtung, Update, und, äh, es war wieder einiges los, also so die Klassiker, Firefox, Chrome war natürlich wieder mit dabei, wir haben Adobe, mit Adobe Reader, ich mein, das ist auch so eine ewige Baustelle, aber PDF ist halt nicht tot zu kriegen, und die haben auch gleich ihre halbe Creative Cloud mit geupdatet, also da war auch Illustrator, InDesign, Copy-In und so weiter, die waren After Effects, äh, die waren auch mit dabei, ähm, ja, deswegen, wenn ihr da was habt, könnt ihr gleich mal patchen, SAP hat er auch Patch Day, und da ging es sogar so weit, dass Angreifer theoretisch, äh, unter anderem in Business, One und NetWeaver, ähm, Daten abgreifen konnten, und liegen konnten, und das wurde auch als hoch eingestuft, ähm, und da sollte man auf jeden Fall mal drüber gehen, wenn man eine SAP Umgebung hat, ähm, allgemeiner Hinweis, wir verlinken natürlich alle Patch Hinweise, auch in den Shownotes, da könnt ihr euch dann als Admin das Ganze nochmal im Detail reinziehen, ähm, ja, Microsoft Patch Day, ähm, ist auch wieder ein Thema, äh, da geht es sogar so weit, dass ein Windows-Thorianer sich wurmartig verbreiten könnte, das heißt also auch eine gute Idee, gute Idee, äh, die Updates zu installieren, ähm, was gab es noch, wir haben eine kritische Lücke, also Zero-Day-Lücke in Pulse Secure VPN, ähm, das ist so eine VPN-Appliance, die es eben in Unternehmen, äh, massenhaft gibt, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe davor noch nie was von der Firma gehört, aber es ist scheinbar trotzdem in, ja, im Einsatz, und, ähm, da sollte man auf jeden Fall auch patchen, Links dazu in der Beschreibung, falls ihr euch gerade angesprochen fühlt, außerdem die E-Mail Security Appliance von der Sonic Wall, äh, also Dell Firewall-Sparte ist auch betroffen, da könnte man auch mal patchen, und für die VMware NSX, äh, gibt es da auch eben Updates, Cisco, klar, also bei keinem Achtung Update darf Cisco fehlen, äh, diesmal sind auch wieder die Cisco Asa, oder die Firepower Threat Defense, äh, äh, mit betroffen, und da könnt ihr dann mal die Links abchecken in der Beschreibung, und zu guter Letzt, äh, vielleicht auch für alle Home-User interessant, QNAP, ähm, sollte man jetzt patchen, seine QNAP NAS, weil, äh, wenn man die im Internet hängt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man einer Ransomware zum Opfer fällt, und da, ähm, ja, werden mittlerweile im, im sechsstelligen Bereich werden da eben, äh, Lösegelder abgeknüpft, und, äh, das muss ja nicht unbedingt sein, aber ich hinterfrage auch mal, ob es überhaupt sein muss, eine QNAP, äh, so ins Internet zu stellen, ohne VPN und Firewall, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, gut, das soll's gewesen sein, von unserer Seite mit Achtung Update, ähm, was auch ein Update gebrauchen könnte, das wäre mal unsere Behörden-IT, und da gibt's jetzt schon Einschätzungen, ähm, und, äh, und, äh, die Modernisierung wird vom Bundesrechnungshof, äh, eingeschätzt, ähm, bis 2032, ähm, wird es wohl dauern, bis unsere IT in den Behörden mal so ein bisschen an Fahrt annimmt, und, äh, die Rede ist hier auch von einer Jahrhundertreform, und, äh, von einem zäh laufenden Projekt, und etwa, ja, dreihunderttausend, äh, Mitarbeitenden, ähm, die auf der Basis von Windows 10 eingerichtet werden sollen, ähm, was ja indirekt auch heißt, dass teilweise wahrscheinlich noch Windows 7 im Einsatz ist, ähm, und, äh, und Windows 10 noch gar nicht so im Einsatz ist, also ich glaube nicht, dass Windows 8 im Einsatz ist, aber, äh, Windows 7 bestimmt noch, das heißt, unsere Steuergelder fließen da auch munter in Richtung Microsoft, äh, weil die nehmen's natürlich auch von den Lebenden, du kannst dich da ja auch noch freikaufen, und kannst dir da Updates einkaufen, ist halt alles eine Frage des Geldes, und, ähm, das wird nochmal sehr interessant, äh, will da jetzt nicht ins Detail eingehen, ähm, weil so viele Details gibt's da leider noch nicht, aber, äh, was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, ich meine, ich bin jetzt kein Microsoft-Feind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Behördenzeug ist aus meiner Sicht doch so speziell, dass es sich vielleicht sogar lohnen würde, wenn man sagt, in Deutschland, man, man beauftragt eine Software-Schmiede, dass die für Linux, ähm, da diese Software zusammendengeln, für Behördenverwaltung, da gibt's ja zig, äh, Vorgänge, was weiß ich, Pässe und, äh, Führerschein, whatever, äh, und dass man das halt alles über eine Software abwickelt, die zum Beispiel einmal für den Bund programmiert wurde, und, äh, die halt eben auch flächendeckend dann ausgerollt wird, und vielleicht sogar noch Open Source ist, ähm, halte ich für sinnvoller, als da jetzt irgendwelche Sonderlösungen, und das wird wahrscheinlich alles wieder Sonderlösung, und speziell, und, und dann jammert man in 2030 wieder rum, jetzt müssen, jetzt können wir von Windows 10 wieder nicht migrieren, zu Windows 15, oder was weiß ich, ähm, also ich sehe halt das Wiederkommen, das ganze Thema, also das ist wahrscheinlich nicht vorbei, äh, weil die bleiben ja auf dieser Geschichte, und ich, also gerade in diesem Umfeld, wo es so hoch spezialisiert ist, ähm, würde es aus meiner Sicht schon Sinn machen, dass man einfach sagt, okay, wir lassen da was entwickelt, und, äh, und, äh, bei so Sachen wie Textverarbeitung, das setzt man halt dann auf das, was es beim, bei Open Source halt im Moment gibt, LibreOffice zum Beispiel, also aus meiner Sicht wäre das halt ein vertretbarer Weg, äh, gerade weil das halt so nischig ist, oder so, ähm, eigen ist, und, äh, also aus meiner Sicht gibt es da sehr, sehr wenige Gründe, warum man sich da jetzt diese Geschichte hier anlacht, äh, und ich befürchte halt auch wieder, dass das nicht gerade effizient alles abläuft, aber gut. Ja, äh, weil du sagst, mit dem, äh, mit dem Emigrieren, dass das eventuell über Linux oder irgendwas, leichter ist, ich, also, sagen wir es mal so, man will sich es eigentlich erhoffen, aber so, wie momentan die ganze Startsache läuft, denke ich nicht mal, dass es, äh, der große Fall ist, weil wenn du da einmal, okay, gehen wir jetzt mal davon aus, du, äh, der Start baut das auf irgendeinem, dann müsstest du ja komplettes, äh, komplettes Betriebssystemer selber mit aufbauen, auf irgendeinem Kernel, und sobald der dann mal größeres Update kommt, müsstest du den Kernel-Update ausrollen, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das alles, äh, wurde in München gemacht, Limux-Projekt. Wie, wenn das Ganze funktioniert und sicher gebaut ist, dann ist es okay, also, ich meine jetzt nicht sicher im Sinne von datensicher, sondern im Sinne von, äh, ich sage jetzt mal vom, vom programmiertechnischen sicher gebaut, also, sprich, dass du, äh, die Grundsätze der Programmierung einhältst und das halt im Untergrund auch Sachen austauschen kannst, ohne dass du dir dann mit der kompletten Architektur zerschießt, ähm, dann ist das, denke ich, kein Problem, aber, wie gesagt, so wie ich die ganze Sache sehe, ist es dann auch wieder eher so ein Patchwork, weil es gibt teilweise so Horrorgeschichten aus Gemeindeverwaltungen oder so Zeug, dass man dann, äh, da, äh, Kisten laufen hat, die auf irgendwelchen uralt Windows-Systemen laufen, weil, also, ich meine damit jetzt nicht Windows 7, sondern, äh, auch noch davor, weil halt eben die Software nirgends anders läuft und man, äh, keine Ahnung, niemanden gefunden hat, der eine ähnliche herstellt oder, keine Ahnung, man, äh, nicht mehr genug Ziegen zusammenbekommt, um das Opfer, an die Software-Gönner zu erbringen, um, äh, da ein Update zu bekommen oder so, weil, keine Ahnung, der Entwickler vor 30 Jahren verstorben ist oder so, ähm, ja, also, wenn, dann hoffe ich mal, dass das in dem Zuge diese, diese Erneuerung, in dieser historischen Erneuerung, wie es ja so schön heißt, Jahrhundertprojekt, Jahrhundertprojekt, äh, eben auch mal, ich sag jetzt mal, komplett auf links gedreht wird und sich ein bisschen vielleicht an der freien Wirtschaft orientiert oder, äh, zumindest mal, ähm, mit einem, mit einem Gedanken im Hintergrund orientiert wird, dass man sagt, äh, wir müssen schauen, dass wir mit der Technik mithalten können und halt eben nicht uns von so einem, so einem monolithischen alten Zeug irgendwie abhängig machen, äh, äh, oder dass man vielleicht auch eben mal Leute ransetzt, die eine Ahnung haben von dem, was sie reden. Mhm. Es ist halt, das ist halt eben die Frage, ist, äh, oder ist anders, die Frage ist halt, kann man, äh, eine Behörde mit einem Unternehmen gleichsetzen oder, ähm, sollte man da extra Lösungen backen? Das ist halt jetzt die Frage. Ich weiß nicht, äh, äh, also technisch gesehen wäre es ja möglich, dass du sagst, okay, ich, äh, hab ein Standard-Debian und ich flansch da einfach noch, äh, Paketquellen dazu mit meiner eigenen Software und, äh, lasse die dann da reinfließen und hab dann irgendwie so eine Bundes-, ein Bundes, äh, Repo, äh, wo ich dann einfach diese ganze Behördensoftware rausschieße an die Clients. Ich meine, im Prinzip kannst du ja auch mit Linux wunderbar, äh, Patch-Management betreiben, äh, ist ja alles drin durch diese ganzen Paketmanager und so weiter. Also theoretisch, die, dann ist halt wieder das andere Thema, okay, da bin ich auch bei deiner Argumentation, es gibt halt viel zu wenige Systemhäuser. Jetzt kannst du halt sagen, also im Linux-Bereich, die wirklich drauf spezialisiert sind, jetzt gucke ich einmal in die gelbe Seiten, finde ich 30 Unternehmen, die der Behörde weiterhelfen können, wenn irgendwas wäre. Ähm, das ist halt dann ein bisschen spezieller, aber da könnte man halt vielleicht eigenes Personal aufbauen und so weiter und so fort und man wäre halt ein bisschen unabhängiger davon, ähm, aber es ist eine Philosophie-Frage. Ich will das jetzt auch nicht anzweifeln, dass es auch nicht mit Microsoft funktioniert, weil, wie gesagt, ich bin kein Feind der Microsoft-Produkte, ich hinterfrage das jetzt nur mal und, ähm, ich finde halt den Gedanken ganz nett, wenn man sagt, okay, man hat hier Behörden-Software, die vielleicht sogar noch Open-Source ist, ähm, spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, ne, also Open-Source-Software, ich meine, so eine Verwaltungs-Software, wenn die Open-Source ist, ist ja eigentlich sogar nicht schlecht, weil dann werden vielleicht auch mal Sicherheitslücken reportet, weil jemand mal dagegen tritt, einfach aus Gründen und, ähm, es hat vielleicht auch so seinen Reiz, bin ich ganz ehrlich, aber, ähm, ähm, ich bin auch bei dir, wenn, wenn es dann darum geht, äh, ja, sag ich mal, homogene Umgebung, die halt leicht verwaltbar ist oder von austauschbaren Personal verwaltbar ist, weil da hast du halt dann wieder die Personalfrage, wer verwaltet das, wer wartet das, äh, und wenn du jemanden vom Markt brauchst, der Markt ist sowieso schwierig, der IT-Administratoren- und Expertenmarkt, kannst du jetzt sagen, okay, dann gehe ich mal an den Bahnhof, da wird schon einer stehen, den ich mitnehmen kann, das ist halt im Moment nicht so und das wird auch in den nächsten fünf Jahren sicherlich nicht anders werden, das wird noch länger so gehen, bis der Markt dann wirklich mal gesättigt ist, äh, mit Administratoren, also, ich bin gespannt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, seid ihr für Linux in Behörden, äh, oder dagegen, oder vielleicht habt ihr noch Ideen oder Befürchtungen oder sonst was oder wisst vielleicht darüber auch mehr, ähm, aber ich fände es ganz spannend, also ich glaube halt auch, dass vielleicht an manchen Punkten dieses Limux-Projekt, wir hatten darüber schon mal ausführlicher diskutiert, ich glaube mit David, ähm, dass es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu engstirnig gedacht wurde und vielleicht, wenn man das größer aufgezogen hätte, ähm, wäre es vielleicht besser gelaufen und man würde sich halt auch, das ist ja unser Steuergeld, darf man auch nicht vergessen, wenn man diese Software einmal geschmiedet hat und dann an alle Behörden in ganz Deutschland verteilen könnte, und da ist halt auch wieder das Problem, Föderalismus, äh, was in, in einer Software in Bayern gültig ist, muss nicht heißen, dass es in Berlin auch so ist. Und das ist halt dann schon wieder das nächste Problem. Dann hast du dann wieder für Bayern, äh, extra Software, dann hast du vielleicht noch für bestimmte Landkreise eigene Software und so weiter und irgendwann fällt das Ganze zusammen und du bist dann wieder bei Microsoft und bei Individualprogrammierung innerhalb von Microsoft oder SAP-Umgebungen oder sonst was. Ganz schwierige Nummer. Naja, wir sind gespannt, was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Also, wir werden dann schon sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, es ist immer wieder spannend. Naja, wo ich auch noch das Problem sehe, ist direkt bei den Anwendern. Weil, wie gesagt, so, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Open Source Software, wäre wie, oh, jetzt muss ich die Kamera schnell wechseln. Ja, jetzt ist beim Georg auch mal die Kamera weg. Nicht nur bei mir heute hier. Ah, das ist die GoPro. Die mag das auch irgendwie eine dauerhafte angeschlossen zu sein. Nee, aber was ich sagen wollte, das Problem ist mit den Anwendern, jetzt mit LibreOffice. Das ist schon an sich ein bisschen komplizierter zu bedienen und etwas unkomfortabler als jetzt das Word. Und da gibt es auch in der Umgebung, wo die Anwender sich befinden, auch bestimmt relativ wenig Kurse. dazu, wie man das zu bedienen hat. Und ich denke, dass da auch schon das Leid der Anwender groß genug ist, dass man da sagt, na, man verwendet eher in der Office, weil da gibt es mehr Tutorials drüber und das ist, gibt es einfach mehr geschultes Personal, was einem weiterhelfen kann. Ja gut. Ist ein Argument. Ist ein Argument, aber da sehe ich dann auch wieder, dass inwiefern, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wer benutzt denn die Textverarbeitung so stark, dass du da wirklich, ich sage jetzt mal, die letzten fitzelchen Leistungen aus deinem Programm rauskitzelst? Mehr als du denkst. na gut, ich habe davon keine Ahnung, also ich meine die Dinge, um ehrlich zu sein, wie die Pest, also von daher. Ne, die Sache ist ja, du willst ja auch diese Dokumente, die du an Dritte weitergibst, die in diesen Textsoftwaren hergestellt werden, willst du ja auch weitergeben, die müssen ja auch ansehnlich sein. Das sage ich ja nicht, aber da sehe ich ja dann eher wieder so ein bisschen den Anwendungsentwickler oder den Techniker, sage ich jetzt mal, da baust du einmal durch einen Grafiker mit einem Techniker ein Template beziehungsweise halt eine Maske und die wird rausgegeben und dann hat halt eben dein Schreiberling oder der Schreiberling hat von dieser Maske groß runde abzuweichen. Dann ist da halt zu standardisieren. Okay, ist auch eine Möglichkeit, aber ich muss Georg recht geben. Ich meine, ich habe ja auch Erfahrungswerte aus dem, sage ich mal, behördenähnlichen Umfeld und da ist es halt auch so, da hast du halt auch Leute, weil die Anwendungsfälle, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie ja in Misskredit bringen, diese Mitarbeiter, die versuchen halt diese Bullshit-Prozesse, die halt irgendwie durch Gesetze oder irgendwas verordnet wurden, irgendwie in Office umzusetzen und dann hast du halt da jemanden sitzen, der sich mal am Abend bei einer Flasche Wein hier irgendwie Makro-Programmierung reingezogen hat und der baut halt dann den übelsten Excel-Shit zusammen und dann kommst du mit deiner IT-Sicherheit und sagst, Moment mal, hier Makros, ganz böse, wir müssen die signieren und alles mögliche damit machen und dann fällt du voll auf die Nase. Also das ist jetzt wirklich ein Beispiel aus der Praxis und deswegen kann ich den Schmerz da verstehen, aber wenn man, also wenn man, also anders, wenn Deutschland das komplett hätte, wahrscheinlich wäre das dann auch kein Problem mehr, weil dann hätte man vielleicht auch eigene Dozenten, um die Mitarbeiter zu schulen oder man hätte dann halt auch dementsprechend die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wie Tobi das schon gesagt hat, einheitliche Formulare oder man gibt Rahmen vor, in denen sowas passiert und man hat den Aufwärten dann nur einmal, man macht sich den Aufwand dann nur einmal, aber klar, man muss sagen, es ist Aufwand, es ist erstmal mehr Aufwand, das tut am Anfang vielleicht an einen oder anderen Stellen mehr weh, das hat man ja auch in München gemerkt, aber wahrscheinlich wäre es für den Steuerzahler besser, muss man halt mal ganz klar sagen. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, du musst es erstmal so groß aufziehen und bevor du das so groß aufziehst, ist es halt wahrscheinlicher, wieder auf Windows zu wechseln. Ja, aber weil du es ja vorhin gemeint hast, da hat sich dann halt irgendwie mal, keine Ahnung, der Buchhalter die Markerkenntnisse am beim Schöppelschen Wein angeeignet, ist ja aber eigentlich also nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch, jetzt sagen wir mal, rein von der Technik her sehen eigentlich ja der falsche Weg, weil du ja damit dann auch wieder, ich sag jetzt mal, auch performant und ganz einfach auch ergebnissichermäßig ja nicht mit dem arbeitest, was eigentlich herkommen soll. Natürlich kann ich jetzt als jemand, der ein Abitur hat und Informatiker macht, Dinge berechnen, aber deswegen mache ich noch keine Berechnungen jetzt für irgendwelche Statik von irgendeinem Gartenhaus. Das ist jetzt, nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, also das waren jetzt auch keine solchen Sachen, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Gutachten oder Statik, sondern da geht es einfach darum, sie haben Bürokratie und sie wollen irgendwas, so einen Deppenjob eben automatisieren, der vom Gesetzgeber halt so vielleicht sogar noch auf Papier verordnet wird oder muss ich sagen, es wäre auch okay, wenn ihr das mit einem Block macht oder mit Papier und dann sagt halt jemand, Mensch, weil es sind, man muss halt sagen, klar, es sind sehr viele schwierige Leute in Behörden in Deutschland, definitiv, aber es sind auch wenige Leute dabei, die sagen, sie wollen da was ändern und wollen da was verbessern und das sind dann diejenigen, die sich auch mal in der Freizeit hinsetzen und überlegen dann, wie kann ich denn sowas verbessern, um meine Arbeit zu erleichtern und vielleicht auch bei den Kollegen irgendwie ein Stein im Brett zu haben, ist ja alles okay, aber ich gebe dir recht, natürlich, und so entsteht natürlich auch Wildwuchs, weil wenn du dann als ITler da hinkommst und hast eigentlich die Aufgabe, irgendwas anderes zu machen und stolperst dann über solche Sonderlösungen, ja, unschön, also das kann dir schon mal den Tag oder die Woche oder auch einen Monat versauen und auch in der Arbeit zurückwerfen, aber es ist halt Realität in Deutschland, also wie du auch sagst, die Windows 98 Server in den Behörden, die gibt es definitiv, das hat man ja auch in diesen, was war das, Berliner Landgericht oder was da gehackt wurde vor ein paar Jahr oder anderthalb Jahren, die hatten ja da auch noch Sachen am Start und das sind auch keine Sachen, die offiziell irgendwie bestellt wurde, das sind Sachen, die selbst gebaut wurden oder dann ein paar wenige haben dann irgendwie die Möglichkeit gehabt, Geld auszugeben und haben halt dann mal im Telefonbuch geblättert, was gibt es für IT-Firmen und dann schussst du da halt irgendwie so jemand, der, sag ich mal, hauptsächlich Toner tauscht und Drucker aufstellt, aber der halt ein bisschen programmieren kann, der baut da irgendwas zusammen und du kannst es nicht vergleichen mit der Umgebung, in der du dich befindest in, sag ich mal, unter Gleichgesinnten, die alle halt Anwendungsentwicklung betreiben und das ist halt dann nochmal eine andere Nummer, muss man halt ganz ehrlich sagen, ne? Ne, ne, das meine ich, das meine ich damit dann nicht, aber es ist halt eher so eine Frage, ob hier die, also meiner Meinung nach, die Philosophie dahinter nicht mal überdacht werden sollte, also dass ich eben, ich sage jetzt mal, dass es eben sein muss, dass sich jemand, der sich dafür, also privat interessiert oder was ändern möchte, das eben noch zusätzlich aneignen muss, anstatt dass ich jetzt, keine Ahnung, so einen Haus- und Hof-Informatiker habe, der das ja doch irgendwo gelernt hat, der das dann nicht machen kann oder dass ich da irgendwelche Leute habe, die ich dafür einsetzen kann. Mir geht es jetzt, ich will jetzt da niemandem absprechen, dass das, dass der das nicht könnte oder dass das nicht die Realität ist, aber es ist halt auch wieder die Frage zum Beispiel, wie du gemeint hast, Wildwuchs, früher oder später fällt mir halt sowas auf die Füße, wenn ich so ein gewachsenes Legacy-System habe, das ist, also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen schon mal mit beschäftigt hat, der weiß, dass es Jenga auf dem Miedenfeld spielen und sowas geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt gut und wenn es dann mal kracht, dann viel Spaß. Auf jeden Fall, also ich, da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Arbeit zu tun sein in den Behörden, wenn man solche Sachen aufräumen möchte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe da jetzt auch den klassischen ITler, der dort, wie du sagst, Haus- und Hof-ITler ist, gar nicht als Zuständigen für sowas, weil, bin ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt, der hauptsächlich ja IT-Sicherheit macht, wenn du mir jetzt sagst, so, jetzt machst du mal hier ein schönes Programmchen für, was weiß ich, wir sagen dir auch, was da rein soll, das bringt nichts. Also wenn, dann muss da jemand hin, der sich auch wirklich hauptsächlich mit Entwicklung beschäftigt und der muss sich das reinziehen und dann ist da noch jemand, der ihn dann berät, wie das implementiert wird in der Umgebung. Das ist dann der, was weiß ich, der Systemarchitekt, der dann sagt, okay, lieber Entwickler, es muss in die und die Umgebung passen und vielleicht dann da halt auch bei der Konzeptionierung mit dabei ist, aber so der normale ITler, der dort halt sich um alles kümmert und das ist ja auch in manchen Kommunen Realität, dass du halt da einen ITler hast. Also wenn man sich auch hier unsere Gemeinde anguckt in Eberstoch, die haben keine 20 ITler. Ich meine, die haben einen ITler am Start, der alles macht. Der macht vom Drucker bis zum Server, Domain Controller, Exchange, macht der alles. So und, weiß jetzt nicht, ob sie die Produkte haben, nur mal so beispielhaft. Nicht, dass da jemand jetzt schreibt, ja, vielleicht sogar noch der Admin selber. Wenn er es hört, schöne Grüße. Nee, aber es ist, ja, man muss da echt mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber gut, wir können ja diskutieren. Dafür ist ja auch Platz in den Kommentaren. Ihr könnt ja euch da auch ein bisschen austoben. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema, weil da wird es auch Zeit, dass da mal was passiert, nämlich den Breitbandausbau. Genau, da ist nämlich jetzt so, da ist die Telekom jetzt hergegangen und hat gesagt, so, jetzt sind wir endlich fertig mit Vectoring. Das heißt, bestehende Verträge werden noch fertig ausgebaut. Aber die Telekom wird sich jetzt ab sofort mehr darauf konzentrieren, quasi den Glasfaserausbau auch in Deutschland voranzubringen. Mhm. Und da hat auch die offizielle Behörde oder diese Organisation, die, wie hieß die nochmal, VATM, Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten, der hat auch gesagt, naja, das Ziel von der Bundesregierung, das bis 2025 zu schaffen, dass der Großteil der Haushalte mit Gigabit-Verbindungen angebunden wird, können wir nicht schaffen, sondern wir werden es wahrscheinlich erst 2030 schaffen. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt, wann hier die Bagger rollen. Das Irrwitzige ist ja hier in der Straße bei mir, wurde vor zwei Jahren erst aufgebaggert, wurde eine Glasfaser bis zum, ja, D-Slam bis zum Verteiler geschossen und ich habe ja versucht, wirklich an eine Faser ranzukommen, weil ich sage, Mensch, ihr habt jetzt die Straße offen, wie viel muss ich euch denn bezahlen, dass ihr da noch eine Faser reinlegt? Ja, das geht nicht, das geht in dieser Baumaßnahme nicht, dass da einzelne Häuser angeschlossen werden, wenn, dann müsste man das Einzelne beantragen, das heißt, dann wird die Straße nochmal aufgerissen, da muss man natürlich auch die Kosten dafür nochmal tragen und dann sind wir in einem Bereich von um die 80.000 Euro für den Breitbandanschluss für mein Haus hier, ja, vielen Dank fürs Gespräch, liebe Telekom, also, sehr schwierig das Ganze, da ist man auch aus meiner Sicht ein bisschen zu unflexibel, also ich hätte, keine Ahnung, 1.000 Euro, 2.000 Euro, hätte ich bestimmt bezahlt, ohne Scheiß, wenn man dann, ich meine, das wertet ja so ein Gebäude auch auf, darf man auch nicht vergessen, wenn dann da wirklich ein richtiger Glasfaseranschluss bis ins Gebäude gelegt werden würde, dann wäre ich auch bereit, da was zu bezahlen oder den Tiefbau selber mit zu finanzieren oder whatever, also den Tiefbau auf meinem Grundstück natürlich, aber 70.000 Euro oder so, ihr habt doch echt den Schuss nicht gehört. Was noch interessant ist zu dem Thema auch noch, dass ich halt jetzt auch immer mehr Stadtwerke zum Beispiel mit den, mit der Telekom zusammenschließen, da war ja auch der Trend, dass sich teilweise Stadtwerke und Telekom Konkurrenz gemacht haben, was ja auch völliger Irrsinn ist, wir haben die Telekom, die eigentlich zu dem größten Teil noch staatlich ist oder die Aktien, die größte Teil am Start noch, beim Start liegt und wir haben dann die Stadtwerke, die ja auch von Steuergeldern zum größten Teil mit finanziert werden oder durch die, durch den Energieverkauf und so weiter und so fort und die konkurrieren dann auch noch miteinander und dafür wurde ja dann auch teilweise gesorgt, dass die Telekom geguckt hat, wo reißen die Stadtwerke die Straße auf und dann haben die da einfach mal ihre Glasfaser mit reingeschmissen, haben dann den Kunden natürlich das günstiger anbieten können als die Stadtwerke, das heißt für die Stadtwerke hat es sich nicht rentiert, die haben miese gemacht, haben dann vielleicht auch aufgehört, weiter Breitband auszubauen und die Telekom hat dadurch auch nicht sehr viel mehr Kunden gewonnen und ein Gebiet, sag ich mal, ist teilweise doppelt erschlossen worden, da liegt jetzt Glasfaser von den Stadtwerken und von der Telekom und also solche Sachen gab es eben auch und deswegen muss man auch wirklich sagen, ist es natürlich jetzt besser, wenn die Telekom mit Stadtwerken zusammenarbeitet, da gibt es jetzt ein Beispiel Stadtwerke Münster und da gibt es jetzt eine Ausgründung oder eine Firmengründung aus dieser Kooperation, das ist die Glasfaser Münster und da arbeiten die eben zusammen und wollen eben gemeinschaftlich bis 2030 160.000 Haushalte eben anbinden und 40.000 Gebäude mit Glasfaser versorgen und das ist dann, denke ich mal, eine ganz schicke Geschichte, vor allem für den Kunden springen auch wahrscheinlich günstigere Preise raus, als wie wenn sich jetzt Stadtwerke selbst drum kümmern würden, nur alleine, sag ich mal und die haben ja auch die Möglichkeit bei solchen Baumaßnahmen wie neue Wasserleitungen, Stromleitungen oder Gas, Erdgas, Fernwärme, wie auch immer, da gibt es ja öfters Baumaßnahmen bei Stadtwerken, dass die halt eben dann die Möglichkeit haben, mit der Telekom zusammen, mit dem Know-how der Telekom da eben dann sowas zu verlegen und das macht die Sache halt auch günstiger für den Kunden unterm Strich und auch für unsere Steuergelder, darf man auch nicht vergessen. Gut, ähm, ja, dann, wie kommen wir jetzt von, von Glasfaser zu Ransomware, vermutlich gar nicht, ähm, ne, aber, Gelder, immer über Gelder, immer, follow the money, genau. Über Gelder, über Infrastruktur in dem Fall, genau, also ist, Infrastruktur ist nämlich ein schönes Stichwort, weil in Amerika ist ein, äh, Betreiber einer, äh, sehr großen Pipeline, äh, geransomt, wäre, äh, angegriffen worden, sagen wir es mal so, und, ähm, die haben an der Ostküste, glaube ich, glaube ich, 49% des Öls gefördert und des Gas und die mussten das jetzt offline nehmen und die Hackergruppe, die quasi die Software, äh, quasi verkauft hat, die hat sich jetzt distanziert und hat gesagt, ne, wir distanzieren uns davon, wir sind unpolitisch, wir wollen doch bloß Geld verdienen, wir, und die Folgen, die sie jetzt ziehen daraus, ja, wir prüfen jetzt unsere Kunden und schauen, dass sie nicht sowas wie Krankenhäuser oder so angreifen. Ja, ja gut, das ist, ist halt genauso, äh, jetzt hier mal, um mal gleich einzuhaken und, äh, so ein bisschen ist halt genauso, wenn der, der gute alte, die gute alte Waffenindustrie plötzlich anfängt rumzujammern, äh, oh, plötzlich sind unsere Sturmgewehre in Hand von Terroristen. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Also, da musst du ja dann doch überlegen, also, wenn ich halt, äh, Werkzeuge baue, dann muss ich halt davon ausgehen, dass die Leute dafür verwenden, für was sie gebaut wurden und was halt nun schlussendlich das Ziel ist, äh, hat dann immer noch derjenige zu entscheiden, der das Ding in der Hand hat. Ja. Ähm, und da ist halt auch wieder sehr schön zu sehen, äh, wenn dann immer Leute sagen, ja, äh, IT-Security und so weiter ist ja eigentlich gar nicht so gefährlich. Ey, Leute, das ist, nichts anderes wie Waffenhandel, wenn es um, äh, um solche Dinger geht. Das sind, äh, strategische Ziele, ähm, auf einem, auf einem, äh, auf einem, ähm, Takt, äh, in einer Taktik. Äh, das ist genauso, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, keine Ahnung, Russland will einmarschieren oder so, dann schalten wir halt einfach mal in Europa den Strom ab, äh, per Hackingangriff und so weiter. Also es sind, äh, oder so blöd, wie es klingt, äh, wenn du es richtig aufziehst, sind, äh, Ransom, Ransom wäre bald, in dem Fall, so Lockergeschichten und so weiter, ist ja im, in dem Sinne, Ransom wäre ja nichts anderes, dass dir deine Files verschlüsselt. Ja. Sind im Grunde, äh, richtig einsetzt oder richtig programmiert, Erstschlagwaffen. Also ob du die jetzt eben gegen ein Unternehmen einsetzt, oder gegen einen Staat, äh, ein Hammer bleibt ein Hammer, äh, egal wo du drauf haust. Ja. Naja, das Thema hatten wir jetzt auch in der Corona-Pandemie mit den Krankenhäusern, da war ja auch so die Diskussion, oder auch die, die Hacker-Gruppierung, die dann gesagt hat, das war ja in, in NRW war das, nee, Neuss war es nicht, das war ja vor Corona schon, ähm, Düsseldorf, egal, weiß ich nicht mehr, irgendwo in NRW, hat es ja dieses Krankenhaus getroffen, und da ist ja dann auch ein Mensch verstorben, weil er eben, äh, durch diesen Hackerangriff, äh, weiter transportiert werden musste, gut, Details, und ich bin kein Arzt, ne, aber ihr wisst ja, wo es drauf hinausläuft, aber es, äh, es sind halt, äh, ja, wie soll man sagen, Prozessabläufe unterbrochen worden, die eigentlich laufen müssen, damit unser Leben weiter funktioniert, unser ziviles Leben, und, äh, das ist halt was, was man nicht kalkulieren kann, da gibt es kein Risiko, was du kalkulieren kannst, ähm, weil die Auswirkungen, die können so, äh, mannigfaltig sein, dass, das in allen Bereichen eingreift. In dem Fall ging es ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, um eine 9000 Kilometer lange Leitung zwischen den Bundesstaaten Texas und New Jersey, und, äh, 45 Prozent, ich glaube, das hat der Georg schon gesagt, äh, ja, alle an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe sind darüber gelaufen, also das hat dann schon einen ganz schönen Impact, sag ich mal. Und das hat die ganzen Benzinpreise extrem in die Höhe getrieben, äh, es gibt einige Firmen, die quasi, äh, ihr Öl quasi, äh, die sich extra Schiffe angemietet haben, damit sie das Öl dann quasi zwischenlagern. Ja. Und wie gesagt, also das geht seit mindestens einer Woche schon nicht mehr. Ja, aber das, äh, man sieht ja, das zeigt ja auch, dass solche Unternehmen, und deswegen finde ich den Schritt auch richtig, dass man solchen, ähm, kritischen Unternehmen in Deutschland, solle man vielleicht sogar in ganz Europa machen, da an manchen Stellen, ich bin ja eigentlich sonst eher der umgekehrte Typ, Leute kennen mich ja als libertären Steffen, aber dass man da in solchen Fällen die Daumenschrauben einfach mal ein bisschen anzieht und sagt, so, Leute, ihr habt eine gewisse Verantwortung, gerade wenn die Betriebe halt auch staatlich mitfinanziert werden, ähm, dann muss man da halt auch mal ein bisschen was anderes auffahren als, äh, nur den Windows Defender und jetzt mal, ist ja nicht nur der Virenschutz, ne, also wenn wir von Sicherheitsmaßnahmen reden, dann betrifft es ja, äh, technische Lösungen, organisatorische Lösungen, auch physikalische Sicherheitslösungen, also wir reden jetzt wirklich nicht nur vom Virenscanner, aber ich hab nur der Virenschutz oder der Endpoint Protection, aber das nehm ich halt jetzt mal, weil sich das jeder vorstellen kann, so, und dann ist es halt nicht ausreichend zu sagen, ja, dann nehmen wir jetzt hier nur den, den, äh, Windows Defender, weil der, der ist ja dabei und das läuft schon irgendwie, sondern man muss die Leute halt schon dann in dem Fall zu ihrem Glück zwingen und sagen, so, dann müsst ihr jetzt mal wirklich, äh, was machen und, äh, da ist halt zum Beispiel ein ISMS, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ist halt da vielleicht ein ganz gutes Werkzeug oder auch eine Zertifizierung, wie die 27001 zum Beispiel, äh, um halt abzuklären, erfüllt denn dieser Betrieb überhaupt den Standard, äh, und, ähm, das halt auch, bei dieser Norm ist zum Beispiel so, dass das halt auch jährlich auditiert wird, das heißt, es wird auch jährlich kontrolliert und da sind halt auch viele, ja, Sachen drin, äh, die sind sehr offen formuliert, also Stand der Technik, das heißt, in fünf Jahren kann die Norm immer noch richtig sein, weil dann ist der Standard Technik vielleicht ein anderer, aber der Standard Technik wird abgeprüft und, ähm, das ist halt vielleicht sogar bei solchen Unternehmen sollte das halt wichtig sein und wenn, wenn halt jemand so ein Global Player wird, ähm, das gilt auch für die Privatwirtschaft, wenn jemand so groß wird, auch als Energieversorger oder was auch immer, dann bin ich auch dafür, dass so jemand sich wirklich auditieren lassen muss, ansonsten darf er in Deutschland oder in Europa keine Energie verkaufen oder keine, sag ich mal, kritischen Anwendungen anbieten, was auch immer das sein kann, das kann auch ein Krankenhaus sein, zum Beispiel, was ja auch eine Firma sein kann, eine AG oder eine GmbH oder irgendwas, aber es gehört halt zu kritischen Infrastrukturen, Krankenhaus, ist halt einfach so. Naja, was soll man dazu noch sagen, es sind jetzt wieder einige Fälle bekannt zum Thema Ransomware, also die Pipeline ist jetzt das eine, ähm, es geht dann auch weiter in Richtung Verlag, zum Beispiel, Madsack oder Madsack, keine Ahnung, ich sag mal Madsack, klingt ganz cool. Also ich hab mal geguckt, es ist sogar ein deutscher Verlag, also es ist Madsack. Madsack Verlag zum Beispiel oder auch den Tegut hat's erwischt, also irgendwie ist da jetzt mittlerweile wöchentlich irgendein Unternehmen betroffen und da muss man halt wirklich gucken, dass man da was macht, ähm, es sind natürlich auch immer nur die Großkonzerne, die es in die Medien schaffen, muss man halt auch mal wirklich so ganz klar sagen, den kleinen Mittelständler oder das kleine Unternehmen um die Ecke, wenn das betroffen ist, das wird halt nicht so bekannt, ähm, aber die haben natürlich auch Probleme da ihre IT aufzurüsten und da, Hashtag Werbung, kommt zum Beispiel die Kurs-O4U-Services mit ins Spiel, äh, wir bieten da als IT-Dienstleister eben Lösungen an, zum Beispiel auch das Awareness-Training, was sehr gerne genutzt wird, um seine Mitarbeiter zu sensibilisieren vor Cyber-Angriffen oder eben auch vor Phishing-Attacken, ähm, und, äh, so eine gewisse, ja, wie der Name schon sagt, Awareness-Bewusstsein zu schaffen, äh, dass eben nicht alles angeklickt wird in E-Mail-Attachments und, äh, da könnt ihr uns zum Beispiel kontaktieren, info at kurs-o4u.services, ähm, da wird es auch auf der bald, hoffentlich bald fertigen und geschalteten Website dann auch noch detaillierte Informationen geben, wir bieten das auch online an, also, vor Corona wäre das oder ist es auch wahrgenommen worden, dass ich zu den Leuten, hingekommen bin in die Firmen und habe dort die Mitarbeiter sensibilisiert dafür, ähm, ist halt immer noch mal eine andere Sache, wenn jemand persönlich dort ist, aber das wird halt jetzt auch digital angeboten, je nachdem, wie man es denn möchte, äh, hat beides Vorteile definitiv, ähm, und das könnt ihr da auch als kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen für schmales Geld buchen, muss man mal ganz klar so sagen und, ja, und kurs-o4u.services ist natürlich auch Sponsor von kurs-o4u.com. So, Werbung zu Ende, ähm, und wie gesagt, das werden wir weiter verfolgen, Ransomware wird, glaube ich, so schnell nicht aufhören, weil Follow the Money, da, wo das Geld hingeht, äh, da wird's halt dann auch, äh, abgezogen, ist halt einfach so, oder da, wo man Geld hingibt, sagen wir's mal so, und wo Leute auch scheinbar noch Geld hingeben, ist zu AOL, und nicht gerade wenig, und vor allem, der Grund, warum Leute da Geld hingeben, ist auch, also aus meiner Sicht, unfassbar. Genau, äh, nämlich, äh, durch den Verkauf, äh, der Verizon Media Group, an Apollo Global Management, für 5 Milliarden US-Dollar, sind auch ein paar interessante Wirtschaftsdaten, von AOL ans Licht gekommen, äh, so ist es nämlich so, dass 1,5 Millionen Menschen, noch monatliche Servicegebühren, an AOL zahlen, was sind diese Servicegebühren, das sind zum Beispiel, momentan auch, äh, so, für 9,99 oder 14,99 US-Dollar, kann man sich noch technischen Support, für die Sicherheitssoftware, gegen Identitätsdiebstahl von AOL sichern, und, darunter gibt's auch noch einige Leute, die bis heute, äh, Modem benutzen, laut dem Artikel hier, sind es, äh, sind die im niedrigen Tausender-Bereich, aber 2015, waren es tatsächlich noch 2,1 Millionen, die in Amerika, Modem benutzt haben, von AOL. Ja, und vor allem, also für die Älteren unter uns hier, vielleicht kann der ein oder andere sich noch erinnern, ich hab das grad mal hier eingeblendet, es gab ja früher diese AOL-CDs, ich weiß nicht, Georg, ob du die noch kennst? Oh ja, ich kenn sogar noch die Einwahl von AOL. Ja, mit den, äh, mit den Stunden dann kostenlos und so, das war halt auch schon ein bisschen scammy, weil ganz ehrlich, 500 Stunden for free und so, ähm, also da hab ich auch, glaub ich, äh, vor ein paar Jahren hab ich noch welche weggeschmissen, ähm, wo AOL halt damals, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, äh, dass jemand so eine CD in, als Heftbeilage, also bei Computerzeitschriften war das immer mit drin, oder sonst wo, äh, teilweise wurden die irgendwo verramscht, diese CDs, und es war halt auch so, dass es ja nur einmal abrufbar war, also du hast halt, wenn du Neukunde warst, konntest du einmal diese Stunden halt abrufen, danach natürlich nicht mehr, ist ja logisch, sonst könntest du einfach immer eine neue CD reinlegen und dann geht's los, das ist genauso wie Microsoft hat auch mal so 2007 rum, haben die mal mit einer Office, äh, CD geworben, die waren vielen Computerzeitschriften mit drin, irgendwie so, äh, 200 Tage, ähm, Office 2007, naja, das war halt eine etwas größere Demo, im Vergleich, also, ähm, das gab schon echt, äh, lustige Geschichten, und wie gesagt, die Älteren unter uns werden sich erinnern, früher Modem, wo man sich halt eingewählt hat ins Internet, und da gab's halt eben die Möglichkeit AOL, oder was ich auch noch kenne, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ist den Smart Surfer, das war ja so eine, ähm, Lösung, wo du eben billig, sag ich mal, oder so eine Art Preisvergleich für, ähm, ja, für Modem-Tarife machen konntest, also du konntest sagen, okay, ich guck mal, was, das war von Web.de, glaube ich, die haben das damals rausgebracht, und dann konnte man eben gucken, welcher Anbieter bietet jetzt einen günstigen Minuten- oder Stundentarif, und konnte den halt dann eben für ein paar, für den Einwählvorgang buchen, und da war eben dieser Smart Surfer, war da eben das Mittel der Wahl, aber es ist schon krass, also was da noch umgesetzt wird an Geld, ist schon heftig. Mich wundert es halt vor allem, dass Leute noch ein Modem im Einsatz haben, und, äh, also jetzt zumindest mal, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, war die Statistik weltweit, oder, äh, Amerika? Das war jetzt in den US in dem Fall tatsächlich, also bloß Amerika, aber das ist trotzdem krass. Ich bin sehr überrascht, also, ich hätte, also jetzt, äh, nicht irgendwie, äh, böse oder rassistisch gemeint, ich hätte jetzt noch, äh, erwartet, dass, keine Ahnung, in irgendeinem afrikanischen Hinterhof, Bauernhof oder so, noch irgendwo ein Modem steht, weil halt einfach die Infrastruktur nicht anders, anders da ist. Ähm, ja. Aber, äh, die andere Frage ist, äh, werden die Protokolle und das ganze Zeug überhaupt noch unterstützt? Also, ist da überhaupt noch, noch, noch Maschinen am Netz, die das Ding überhaupt noch betreiben können? Ja. Beziehungsweise, äh, was passiert dann? Also, wenn du jetzt mal so eine moderne Angular-Seite oder so per Modem aufrufst, also, da schießt du dir doch eher ins Knie, als dass, äh, irgendwas dabei, äh, bei rumkommt. Also, ich würde mal behaupten, du kannst nicht mal Wikipedia über, über ein Modem noch aufrufen, also, ich glaube, Wikipedia hat das Dauerfall gehen. Also, nach zehn Minuten hast du mal die Startzeit mal irgendwo geladen. die, die maximal Paranoia machen, und dein URL keilen. Also, du musst dir immer nur den HTTP dann ziehen und dann wirklich auch nur die, die, die Sachen aus dem Text rauslesen. Wenn da, wenn der Aluhut noch mal ein bisschen zu straff sitzt. Ja, naja, ich meine, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte ja auch noch in meiner, ähm, in meiner Schulzeit hatte ich teilweise noch wirklich, äh, Referat-Recherchen über, ähm, ISDN. Also, da waren wir schon ein bisschen weiter, aber da gab es halt hier ISDN. Und, äh, das war teilweise schon wirklich nervig, weil, ähm, ganz ehrlich, wie recherchiert man? Man hat tausend Fenster damals noch, damals hatten die Browser auch noch keine Tabs, ähm, offen vom Internet Explorer oder vom Firefox. Firefox hat dann irgendwann relativ schnell, muss man dazu sagen, dann schon Tabs gehabt, aber, äh, so die ersten Versionen, die hatten eben nur Fenster. Da hattest du dann jede Website, das wäre jetzt unvorstellbar. Ich hab teilweise, hab ich hier 30 Tabs offen mit meinem Browser. Ey, wenn ich das alles ans Fenster offen hätte, ich würde ja durchdrehen. Wie hab ich früher im Internet gearbeitet? Das ist unvorstellbar. Wie konnten wir so leben? Ja, das ist irgendwie mittlerweile unvorstellbar. Ähm, aber wahr. Ja, vor allem das größte Unding, also was sich, äh, jetzt die jüngere Generation gar nicht mehr vorstellen kann, ist ja, dass, wenn man im Internet ist und man möchte gleichzeitig telefonieren, das funktioniert, das hat damals gar nicht funktioniert. Wenn jemand wen anrufen wollte, hat es dann geheißen, geh, gefällt es aus dem Internet, ich will jetzt telefonieren. Ja, oder beziehungsweise, hör auf im Internet zu surfen, es kann uns keiner anrufen. Genau, äh, das stimmt. Ja, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ähm, aber es war so, oder du hast dann teilweise halt auch das, äh, Problem gehabt, äh, dass die Updates, also für Windows zum Beispiel, dass sie halt ewig lang gedauert haben und teilweise gab es halt dann Leute auch, die haben so Updates, also mein Vater damals auch, also Updates, nee, das kostet doch alles nur Internet, äh, also was man da sich auch für Sicherheitsprobleme eingefangen hat, sag ich mal, durch das, dass da Leute ja auch direkt im Internet waren, das heißt, du hattest ja, jetzt hast du ja Router dazwischen und so weiter, aber damals waren die Leute mit ihrem PC direkt im Internet und hatten eine öffentliche IP-Adresse mehr oder weniger angreifbar, äh, das ist auch schon, ähm, sehr speziell gewesen, muss man wirklich sagen. Naja. Ah, und vor allem dieses wunderbare Geräusch, wenn man sich eingewählt hat, für jeden, der es nicht kennt, googelt es einfach mal, Mode im Einwahlgeräusch. Also ich, ich muss dir dazu sagen, vielleicht bin ich einfach nur komisch, aber ich hab das Geräusch irgendwie schon gemocht. Ja, also im Nachhinein, ja, es ist halt schön nostalgisch. Also nicht das Rauschen, sondern dieses Piepen danach. Aber, äh, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach nur komisch, das kann auch sein. Das wurde mir auch schon oft genug unterstellt. Ja, gut, das sind wir ja alle irgendwie. Naja, gut, also ihr könnt ja gerne mal, also wenn Leute wirklich Modem noch benutzen, dann, und die sind hier unter den Zuhörern. Und bitte für was? Das interessiert mich jetzt mal ernsthaft. Also, oder wenn ihr Leute kennt, die einen Modem benutzen, für was? Ja, das wäre wirklich mal interessant. Ich würde mal sagen, wenn jemand einen Modem benutzt, dann glaube ich nicht, dass er unseren Podcast anhören kann. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kennt ihr jemanden, jemanden, der einen kennt, der einen Modem benutzt. Ja, aber ich frage mich dann, welche Anbieter bietet denn noch eine Modeeinwahl an? Also, da muss ja auch wieder die Infrastruktur gegeben sein. Ich weiß es nicht, was ich mir noch irgendwie so vorstellen kann, sind entweder so Leute, bei denen der Aluhute ein bisschen zu eng sitzt, oder halt irgendwelche Enthusiasten, die irgendwelchen kompletten abgefuckten Mist mitmachen. Das sind aber dann so Leute, die einen Linux auf ihrer Playstation 2 installieren. Ich glaube, das gibt sogar noch Leute, die sogar noch BTX benutzen. Also, wenn ihr BTX kennt, diesen Bildschirmtext. Ja, wobei, das ist teilweise dann auch so Enthusiasten-Community, die wirklich diese Idee noch zelebriert. Und das verstehe ich dann auch, wenn es halt noch Leute mit dem Modem so machen. Genau, da gibt es halt auch eine Community dafür. Nur, die Frage ist halt, bei BTX, da hast du halt den Leuten dann eben Bildschirmtext und so weiter zugeschickt und so. Aber, die Frage ist halt, beim Modem, weil letztendlich ist BTX ja eine komplett eigene Welt. Das ist so ein bisschen wie das Darknet, so kann man sich das vorstellen, wo halt da eben so ein geschlossener Raum ist, ein eigenes Medium und so. Aber beim Modem hast du ja das gleiche Medium, was du jetzt halt auch bekommst, nur halt viel schneller. Das heißt, also da gibt es für mich eigentlich auch keinen Nostalgieanreiz. Wobei, man muss halt sagen, also ich meine, es gibt für alles einen Fetisch. Das heißt, vielleicht habe ich auch einfach nur da keinen Zugang dafür. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ähm, ja. Stellen wir da gerade einen Fetisch. Also, woraus besteht dieser Fetisch? Einfach bloß, indem man langsam sieht, wie sich die Seite so nach und nach aufbaut. Du hast doch gerade gehört, dass auch das Geräusch schon ziemlich antörnend sein kann. Ja, aber dann kann ich ein YouTube-Video anschauen. Ja, da gibt es vielleicht sogar einen Generator dafür im Internet. Wie gesagt, was, ich mir halt noch vorstellen könnte, äh, wäre halt echt irgendwelche Enthusiasten, aber wie gesagt, selbst dann, äh, geht es ja hier eher um die Technik, als um das System an sich. Also, wie du gesagt hast, so BTX ist ja eigentlich ein, ein eigenes Netzwerk, äh, in dem Sinn. Ja, das ist ja auch, ähm, ja. Mich würde es, äh, falls irgendwelche Leute da draußen irgendjemanden kennt, warum, wieso und für was. Genau. Äh, ich bin wirklich, also das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, ich bin interessiert, nee, mich würde es echt mal interessieren, was da abgeht. Ja. Ähm, Dito, also das sehe ich genauso. Was ich noch sagen wollte, ähm, mit dem BTX kann man auch vergessen, wie mit CB-Funk, ne, es gibt keine Notwendigkeit mehr, aber es gibt halt noch Leute, die da Spaß dran haben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich habe ja auch jahrelang, äh, fand ich das ja auch, äh, interessant, faszinierend eben, CB-Funk braucht kein Mensch mehr. Wir haben Smartphones, wir haben Handys und so weiter, aber es ist ganz nett. Und wenn die Zombie-Apocalypse kommt, dann sitze ich hier mit meinem CB-Funk-Gerät und dann können er mich auf Kanal, was weiß ich, können er mich dann hier anfunken. Nein, aber, äh, äh, es gibt schon noch, ähm, auf jeden Fall Anwendungszwecke oder wo man halt sagt, okay, da macht das halt Spaß, aber beim Modem, also irgendwie, okay, ähm, ja, was vielleicht manchen Leuten auch Spaß macht, ist das Thema Homeoffice. Und, es gibt ja auch Firmen, die mittlerweile darüber nachdenken, Homeoffice-only zu machen. Und da gibt es scheinbar jetzt auch ein deutsches Unternehmen, äh, was sich das jetzt auf die Fahnen schreibt. und aus meiner Sicht relativ ungewöhnlich ist, weil das hätte ich gerade dem Unternehmen nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Ja, und zwar, äh, Opel, äh, von allen deutschen Unternehmen, ähm, möchte jetzt mehr ins Homeoffice gehen. Also, ähm, so wie ich die ganze Sache verstanden habe, geht es auch hier, äh, darum, dass halt durch so Sachen wie Desk-Sharing und, äh, solche Sachen, die, die Anwesenheit im, also im Office selbst oder im Büro selbst verringert werden soll, um halt eben mehr Arbeit von daheim aus, äh, zu ermöglichen. Natürlich ist es jetzt, äh, nur für Mitarbeiter, bei denen das auch, irgendwo sinnig ist, also, äh, Angestellte in der Verwaltung, Angestellte in der Entwicklung. Also nicht in der Produktion. Nee, äh, in der Produktion leider nicht. Das ist ja immer auch so das, äh, witzige, wenn man es im Heiseform oder so liest, so, alles Digitalisierung, wie soll der, Klempner das machen? Ja, äh, Junge, es ist ein Klempner, der kümmert sich um Rohrleitungen. Das ist, äh, das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Ähm, der Schornsteinfeger, der sich, glaube ich, hat, in Homeoffice. Sätzen Sex-Thema verfehlt. Ähm, aber um zum Homeoffice zurückzukommen, äh, ja, also, Opel möchte da doch ein bisschen mehr drauf setzen. Ähm, unterschreibe ich jetzt so an sich vollkommen. Äh, 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 es gab da noch so ein paar Sachen, dass sich, äh, die Gewerkschaft so ein bisschen, was jetzt drüber echauffiert hat. allerdings, zumindest wurden in dem Artikel Punkte genannt, die ich so auch nachvollziehen kann. Äh, 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 wurde angemengelt, dass, äh, das Geld, wo extra, äh, zur Verfügung gestellt werden soll, es sind, glaube ich, 150 Euro auf den Lohn drauf und nochmal 10 Euro für extra Stromkosten, doch wohl ein bisschen wenig sei. Ähm, und worum sich auch Sorgen gemacht wird, ist um die Ergonomie am Heimarbeitsplatz. Äh, ist durchaus nachzuvollziehen, äh, äh, da du ja auch, äh, in Deutschland wieder mit Berufsgenossenschaft und dem ganzen Zeug, äh, ja, eine gewisse Ergonomie garantieren musst. Ähm, und einen wirklich echten, also echten Homeoffice-Arbeitsplatz, der auch, ähm, soweit von, von allem angenommen ist, ja auch, äh, gewissen Ergonomie-Standards entsprechen muss und es theoretisch nicht eben der Küchentisch sein kann. Ähm, dass das durchaus auch mal ins Geld gehen kann, ähm, ähm, wie gesagt, habe ich an sich so keine großen Sachen mit, man geht ja immer so, ja, die Gewerkschaften sind immer mit nichts zufrieden, ähm, ist ja manchmal so der Tenor, den man ganz gern mal hört. Äh, wie gesagt, sehe ich aber da, äh, komplett ähnlich, was jetzt da weniger angesprochen wurde, äh, war halt so die, das sei jetzt mal das Problem der Überarbeit, dass man halt, keine Ahnung, mal lieber eine Stunde länger macht, oder, äh, äh, ähm, ja, die dann doch die Mittagspause kürzer ist, weil man halt eben trotzdem nur einen Kaffee und ein Wurstbrot isst, äh, und halt eben dann nicht mit einem Kollegen noch irgendwie mal kurz schnackt oder so. Natürlich gibt's dann auch die Leute, die ja irgendwie den ganzen Tag rumhocken und irgendwie Call of Duty spielen, aber das, äh, gibt's Leute, ja. Äh, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, gehe ich jetzt mal um, also, ah, nur nicht ganz so viel sind und am Ende vom Tag kommt ja dann auch bei dem Typen nichts raus oder bei der Frau. Also, äh, da hatten wir es ja schon mal drüber, auch in unserer Homeoffice-Folge, äh, wo wir gesagt haben, also, wenn jemand in der Firma nichts arbeitet, der wird dann auch im Homeoffice nicht produktiver und umgekehrt. Also, ähm. Ja, und wie gesagt, äh, äh, schlussendlich merkst du ja dann auch irgendwann, wenn jetzt, keine Ahnung, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, dass jetzt irgendwie so ein Designer, wenn der, äh, dass er Grafik-Tablet und so weiter, äh, von heim aus arbeitet, äh, wenn, wie gesagt, wenn der halt so Zeug nicht abliefert bis zum Stichtag, dann, äh, ja, kann das andere Gründe haben, kann das aber halt auch sein, dass der einfach keinen Bock hatte. Oder keine Ahnung, wenn ich halt als, äh, Anwendungsentwickler halt mit Software hinrotz und, äh, dann den restlichen Tag irgendwie YouTube-Videos schaue. Ja. Äh, ja, ne, also. Genau. Und schlussendlich fällt dir die, 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 die Arbeitseinstellung ja doch irgendwo immer wieder auf die Füße. Ja. Also ich, äh, anscheinend hat da bei Opel doch jemand, äh, mal gemerkt, dass das funktionieren kann. Und, äh, vielleicht, wenn das ja sich bei Opel, äh, ganz gut durchsetzt, äh, finde ich es ja dann doch ein bisschen mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Das könnte gut sein, ja. Also, ähm, das mit dem Homeoffice, ich glaube, das würde uns noch, äh, Jahre verfolgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, in den nächsten zwei Jahren immer mal wieder irgendwo ein Artikel auftaucht, diese Firma macht jetzt Homeoffice, äh, zum Standard, ähm, äh, ist eine sehr interessante Entwicklung. Mit dem, äh, mit der Mittagspause kann ich nur sagen, es gibt mittlerweile Firmen, die sich dann halt eben eben in der Videokonferenz treffen, um zusammen Mittag zu essen. Ähm, kann man machen. Ähm, man muss halt seine Kollegen schon sehr mögen, dass man das dann macht. Und die Kollegen einen auch, weil wenn sich da gegenseitig einen voll schmatzt, ähm, ja, aber ich bin durchaus, also ich sehe durchaus die Möglichkeit, ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt hier auch über hunderte Kilometer Entfernung, äh, dann auch mal so privat, und, äh, die ist ja möglich grundsätzlich. Ähm, ja, was... Was mir jetzt noch, äh, zu Homeoffice eingefallen wäre, da hatte ich letztens eine interessante Diskussion mit meinem Chef. Ähm, und zwar, ich glaube, es hat mir ja auch schon Ewigkeiten, was man so ein bisschen gegen diese, diese Homeoffice-Depression und so weiter, das auch jetzt mal tun kann. Oder so dieses, dieses Homeoffice-Gefühl. Äh, und, äh, war eine ganz interessante Sache, äh, wie ich mit hatte, also ich mach's jetzt so ach, aber, ähm, ähm, ach, wenn man von daheim aus arbeitet, einfach verhalten, als würde man ins, ins Büro gehen. Also, keine Ahnung. Man rasiert sich, man zieht sich halbwegs vernünftige Klamotten an, man hockt nicht unbedingt in Unterhose rum, oder im, im Schlafanzug oder so. Ähm, ja, also kann ich durchaus sehen, also, wie, das mach ich jetzt auch nicht, wenn ich von daheim aus arbeite, oder wenn ich irgendwie jetzt Homeschooling hatte. Ähm, da schaut man schon, dass man halt versucht, ein bisschen so die, die gängigen Sachen zu haben, und, also, vielleicht hilft das nochmal am einen oder anderen, dass man das mal noch so eingestreut hat. Also, das ist, denke ich, eine ganz gute... Finde ich auch, also, dass man sich vielleicht auch, ja. Und, äh, was mir auch noch eingefallen ist, was das Ganze so noch ein bisschen unterstützt, so, dass ich, ja, das muss ich, äh, äh, weiß ich, ist hier auch zum Beispiel, äh, Kamera. Bei Besprechungen einfach immer mal, äh, die Webcam oder so anmachen. Mhm. A, hilft's dem dir gegenüber, äh, dass er dich mal sieht. Äh, und wenn du jetzt nicht mit den kompletten Idioten zusammenarbeitest, äh, geh ich jetzt einmal davon aus, wenn du irgendwie den Kollegen schau, wie lange haben wir jetzt schon Lockdown und den ganzen Mist? Also, wenn du, äh, wirklich konsequent Homeoffice, anderthalb Jahre oder so? Über ein Jahr, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, also, äh, wenn du dann deinen Kollegen halt über ein Jahr nur durch irgendein, äh, durch irgendein Thumbnail gesehen hast, äh, also, wie gesagt, da kannst du mir nicht erzählen, dass du deine Kollegen so sehr hasst, dass du, äh, den nicht mal in der Video schaltet oder so. Also, das ist ja dann auch irgendwo nur menschlich, dass du sehen willst, dass der Typ nicht irgendwie, ja, schon lang, schon lang mit dem String irgendwann in die Kanalbrücke ist oder so. Ja, ja, ne, es ist, es ist halt auch eine andere Unterhaltung, wenn man halt dann auch sieht, wie die Leute darauf reagieren, ne, also, wie wenn du den einfach nur, äh, hörst. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das würde ich so unterschreiben. Ich würde halt noch zwei oder ein was noch mit ergänzen, Thema Arbeitszeit auch. Vielleicht sollte man da halt auch sich ein bisschen, äh, gerade wenn man dazu neigt, ähm, mehr zu machen oder dann halt zu übertreiben oder, ja, halt eben die Stundenzahl zu überziehen, dass man sich halt wirklich einen festen Plan macht und sagt, ich arbeite da wirklich nur, wie wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, normal in der Firma wäre bis 17 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, wie eure Office Zeiten sind, ähm, und äh, legt sich das halt dann auch fest und, äh, macht dann halt auch wirklich, äh, Schicht im Schacht und, äh, geht dann nicht nochmal her und sagt, ach, kommt, die drei Mails, die gehen noch und dann ist es 22 Uhr und dann, oh, Mist, ja, halben Feierabend, äh, verarbeitet sozusagen, ähm, also das wäre auch nochmal ein Tipp von meiner Seite, dass man das halt so macht und wie du sagst, also dieses Videocall ist halt nochmal eine andere Nummer, ne, also man hat halt dann eben auch eine Hose an, ne, jetzt können natürlich Zuschauer sagen, Moment mal, wenn die früher das Bild nicht an hatten, wie saßen denn die da vor der Webcam, das wird wohl für immer ein Geheimnis unseres Podcasts sein, hatten wir immer eine Hose an, man weiß es nicht, aber heute haben wir alle eine Hose an, ähm, ja, gut, Überleitung, ähm, hab ich jetzt, ähm, ich möchte auch noch was zu sagen. Ja, stimmt, Georg, Mensch, sonst heißt es wieder, ich unterbreche hier alle so und niemand kommt zu Wort. Ja, es ist auch so ein kleines Problem, wenn man selber ein bisschen so schweigsam ist immer, ne, aber aus psychologischer Sicht, äh, kann man natürlich auch bloß im Homeoffice empfehlen, wenn ihr euch einen Arbeitsbereich sucht, dann sucht euch einen separaten von dem, wo er normalerweise arbeitet. Also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Laptop habt, äh, sucht euch in eurer Wohnung nochmal einen separaten Bereich, der nicht der Bereich ist, wo ihr dann privat irgendwie, ähm, dann abends surft oder was ähnliches. Und wenn das nicht klappt, dass ihr euch einen separaten Bereich sucht, dann arbeitet mit Farben. Äh, tut euch zum Beispiel eine grüne Matte hin, wenn ihr arbeitet, und legt die wirklich bloß hin, wenn ihr arbeitet. Weil das hat folgenden Effekt, dass ihr euer Hirn letztendlich irgendwann mit dieser Farbe, äh, konditioniert, dass ihr seht, okay, ich sehe diese grüne Matte, ich weiß, jetzt ist Arbeitszeit. Jetzt wird nicht am Handy rumgespielt, jetzt wird nicht nebenbei im Internet gesurft, sondern jetzt ist Arbeit. Und wenn die Arbeit vorbei ist, wenn eine Schicht im Schacht ist, dann tut man diese Matte weg, und dann ist wieder Freizeit. Das kann man ja zum Beispiel, also guter Tipp auch noch, definitiv, das kann man ja in vielfältigster Form praktizieren, zum Beispiel auch mit Kleidung. Man kann sich anders anziehen, wenn man jetzt den Videocall für die Firma hat, wenn man dann aber mit den Jungs abends noch eine Runde COD zockt oder sonst was, dann ist man halt dann im Freizeitlook wieder normal dort. Oder eben halt dann auch bei den Farben. Das kann man ja auch mit Philips Hue Video, äh, Video, Beleuchtung, mit Philips Hue Beleuchtung machen, dass man eben verschiedene Settings da setzt, dass man, es gibt ja auch so diese wissenschaftlichen Erfahrungen, dass man halt sagt, okay, Blau sorgt für Kreativität zum Beispiel und Produktivität und solche Farbgeschichten kann man ja dann machen. Oder für die Pro-Gamer unter euch, ihr könnt dann eure Tastatur-Setup so beleuchten und euren PC, ähm, geht ja. Also ist alles möglich und durchaus ein Tipp, weil so kann man halt dann diese Trennung zwischen ich habe jetzt Arbeit und ich habe jetzt Privatleben, auch wenn es in der gleichen Bude ist, am gleichen Schreibtisch vielleicht, kann man halt so besser trennen einfach. Kann es auch mit Desktop-Hintergründen machen. Was ich zum Beispiel habe, ähm, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber aus anderen Gründen, dass ich zum Beispiel meinen Unternehmensrechner und auch meinen Unternehmens, äh, VM und was ich alles habe, dass ich den anderen Windows-Style und andere Windows-Farm-Schemas verpasst habe einfach. Das kann man auch machen. Dann hat man da auch eine gewisse Unterscheidung. Und, ähm, also es gibt schon Möglichkeiten. So ist es nicht. Ja. Georg, haben wir alles gesagt zum Thema? Das war alles. Das war bloß noch der Tipp, den ich gerne anmerken möchte. Super. Ähm, ja, da haben wir uns auf jeden Fall weiterentwickelt, was Homeoffice angeht. Und das wird auch die nächsten Jahre so, denke ich mal, gehen. Ähm, wo wir uns aber noch nicht weiterentwickelt haben, das ist so im Bereich Behördendigitalisierung. Wir hatten es ja gerade erst, ähm, das Jahrhundertprojekt hatten wir ja angesprochen. Und eine Geschichte, die war so ein bisschen denkwürdig. Und es ist halt ausgerechnet jetzt wieder die FDP. Aber es ist halt so, die haben versucht, ähm, eine Verfassungsbeschwerde, ähm, zu faxen. Und haben das halt eben sechs Stunden lang erfolglos versucht, äh, diese Beschwerde mit dem Faxgerät eben reinzuschicken. Und da sieht man mal, wie kaputt das System halt einfach ist, dass so eine Beschwerde eben, ähm, eine Verfassungsbeschwerde halt eben nicht rechtzeitig eingereicht werden kann. Jetzt kann man natürlich sagen, hi, hi, hier, Fax und blöd und alles scheiße. Äh, was machen denn die wieder? Sind die dumm oder so? Die könnten es ja per Mail schicken. Nein, können sie eben nicht machen. Das ist so dieses Thema, Felix ist jetzt nicht da als Jurist, aber dieses Thema, dass eben diese Schriftformerfordernis, äh, da vorhanden ist. Und dass man halt sagt, okay, das muss in schriftlicher Form, äh, möglich sein. Und es gibt halt nur die einzige Möglichkeit, Schriftform digital rechtssicher zu verschicken. Und es ist halt nur mal dieses scheiß Faxgerät. Und das hast du ja auch, wenn du zum Beispiel irgendwelche, ähm, Verträge kündigen willst und so. Mittlerweile ist es gesetzlich anders geregelt. Aber bis vor ein paar Jahren war es noch so, entweder per Post oder per Fax. Alles andere ist nicht rechtssicher, äh, zu kündigen. Äh, mittlerweile gibt es aber, glaube ich, die Regelung, Juristen werden mich jetzt töten, ähm, dass eben auch, wenn du Online-Vertrag abschließt, dann musst du den auch online wieder kündigen können, zum Beispiel. Also da können die nicht sagen, ja, du hast den zwar jetzt online abgeschlossen, aber kündigen musst du per Brief, zum Beispiel. Also das ist dann auch, äh, sagen wir mal, digitaler Form möglich, aber wenn es um solche Verfassungsbeschwerden geht, im politischen Geschäft, sag ich mal, das hätte ja auch eine andere Partei treffen können, ähm, dann musst du das halt eben schriftlich machen. Lange Rede, kurzer Sinn, was haben die gemacht? Die haben einen Boten hingeschickt, also ob der jetzt beritten war, das weiß man nicht, aber sie haben das Ganze eben per Bote dann gemacht und dann kam diese Beschwerde halt auch noch rechtzeitig an, ähm, aber, ja, im Endeffekt muss man halt sagen, da muss man wirklich mal ran und auch, äh, juristisch und da mal irgendwas klären und wenn es einfach irgendwie eine digitale, ähm, digitale Plattform gibt, wo man sowas eben einreichen kann in irgendeiner Form, was halt eben auch sicher ist, äh, im besten Fall, aber, ähm, so wie das jetzt abgelaufen ist mit dem Fax, ist es halt schon eher suboptimal, würde ich mal sagen. Oder was mir dazu gerade noch einfällt, äh, an alle Leute, die sich, äh, da draußen Entwickler und, äh, Prototyp, äh, Bastler und, keine Ahnung, Ingenieure, äh, eventuell kann man ja auch was entwickeln, so eine Art, wenn man es hinbekommt, eine sichere technische, äh, Signatur oder sowas, dass man sagen kann, okay, ich kann halt einem Pfeil wie einem Textdokument vertrauen, also falls da irgendjemand Ahnung hat und, äh, Bock hat, reich zu werden, äh, soll er es bauen und, äh, mir später danken, am besten, äh, mit viel Geld. Ja, genau. Ähm, wir nehmen auch gerne Spenden an, ne, also, so ist es nicht, Paypal at courseofyou.services, Naturalien, alles. Genau. Ähm, ja, also, da gibt es, glaube ich, viel Potenzial, dass man da irgendwas anbietet. Dann ist halt auch noch die Frage, das ist ja auch oft das Problem, du kannst eine tolle Idee haben, aber wirst du dann halt auch gehört, das ist ja auch bei der Luca-App so, ich könnte mir vorstellen, es gab sicherlich auch kleine Unternehmen, die geile Apps programmiert haben, da ist aber null Aufmerksamkeit hingefallen, äh, weil halt eben so jemand wie Smudo eben da die Macht hat, äh, oder die, die Reichweite hat, äh, um sowas zu pushen, aber er hat halt in dem Fall die, die falsche App gepusht, äh, äh, und vielleicht wäre es da halt auch genau das Gleiche, man hat vielleicht keine Beziehungen zu irgendeinem Politiker und dann wird man halt da nicht wahrgenommen als Lösungsanbieter, das kann halt dann auch passieren unter Umständen. Naja, ähm, soviel zum Thema Fax, äh, mal gucken, wie lange wir noch Faxen machen, in Bezug auf, auf, äh, Behördengeschichten, also ich, wir haben auch in der Firma hier mit Kurs of You Service, jetzt haben wir noch eine Faxnummer, aber die ist digital, also wenn uns jemand einen Fax schickt, was auch viele machen, lustigerweise, also wir kriegen jede Menge Faxe rein, es ist alles Bullshit, also, ähm, jetzt mit Corona, ich glaube, wir kriegen zweimal die Woche, manchmal sogar mehr, äh, Werbung für irgendwelche Masken oder für Corona-Tests oder irgendwie sowas, oder dann hast du solche unseriösen Faxe, wie zum Beispiel Branchenbucheinträge wo du halt dann irgendwie so ein verstecktes Abo abschließt, äh, wenn du da so dich eintragen lässt in so einem Branchenbuch, dann werden dir was, was weiß ich, in der Woche 120 Euro abgebucht und solche Geschichten und hast dann einen Zehn-Jahres-Vertrag abgeschlossen, ähm, was ja viele auch nicht wissen, im, im Business-to-Business-Geschäft, äh, ist es halt auch so, dass, ähm, du theoretisch sehr viel in Verträge reinschreiben kannst und, äh, du, wenn du, wenn der Gegenüber da eingeht auf dieses Geschäft, dann, dann ist es halt so. Im Verbraucherbereich, also wenn du dann als Privatkunde irgendwas einkaufst, dann gibt's da auch noch Beschränkungen, also dieses Zehn-Jahre-Vertragslaufzeit ist privat, äh, gar nicht möglich, verbraucherrechtlich gesehen, aber eben im B2B-Geschäft, also Business-to-Business, ist sowas möglich. Das heißt, da musst du halt wirklich, wenn du ein Unternehmen hast, elendig aufpassen, dass du nicht in so eine Falle rein tapst, äh, und dann halt eben so ein, so ein komisches, äh, Jamba-Spar-Abo dir für zehn Jahre irgendwie geklickt hast. Gut, ähm, ja, wer sich auch was geklickt hat, war, äh, Toma Bravo, die kennt man, weil die haben sich auch mittlerweile bei Sophos zum Beispiel mit eingekauft, vor einem Jahr oder zwei Jahren, und die hauen da ganz gerne mal Geld für Security-Firmen raus. Genau, äh, so, ähm, wie ich Steffen schon gesagt habe, Toma Bravo hat, äh, Proofpoint gekauft für 12,3 Milliarden Dollar, glaube ich, waren es, ja, US-Dollar. Ein echter Schnabber. Ähm, ja, ist eine Hausnummer, äh, aber jetzt, äh, so wie ich mich jetzt so ein bisschen auch an die Sachen bei uns aus dem Betrieb zurückerinnere, für so eine Private-Equity-Sache, also so ein Privatinvestor, mhm, jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich nicht sagen, aber jetzt, äh, nix, was groß im Tagesgeschäft, äh, also, wo man, wo man jetzt, äh, groß am Eskalieren wäre, wenn man das, wenn man das liest, ähm. Proofpoint ist ja auch, ähm, also für die Leute, die Proofpoint nicht kennen, die sind schon einige Jahre am Markt und die machen hauptsächlich Security-as-a-Service, das heißt, äh, Cloud-Lösungen, die zum Beispiel dein Office 365 absichern, ähm, und ich muss auch sagen, jetzt so als Admin, man sieht es in der freien Wildbahn doch öfters mal, dass da irgendwie der Mail-Server hinter einer Proofpoint steht, ähm, und es scheint wohl auch ganz, ganz nett zu funktionieren, alles. Ich meine auch, dass Proofpoint bei diversen Open-Source-Projekten, äh, mit beteiligt ist, unter anderem, so was ich gesehen habe, auch bei der, ähm, Open-Source-Firewall-Opensense, da haben die wohl auch irgendwie Entwickler mit drin und geben der Community da eben auch, äh, Angriffsinformationen und so weiter, was ich nebenbei gesagt einen netten Zug finde, ich hoffe, das bleibt auch so, ähm, aber die sind da im Moment eine feste Instanz, sagen wir es mal so. Ja gut, dazu noch zwei Sachen, ich muss kurz ein bisschen zurückgutern, also es ist ja noch nicht übernommen, äh, das Ganze hat noch bis zum 9. Juni, ich sag jetzt mal, was heißt Schonfrist, aber ist es noch offen, also es können sich nur Leute einkaufen, ähm, allerdings sind, äh, hier, äh, wie heißen sie, die guten, äh, Thomas Bravo, äh, schon mit mehr rein, als eigentlich gefordert war, also falls ihr, äh, Thomas Bravo da in dem Deal wegschnappen wollt, äh, bis zum 9. Juni habt ihr noch Zeit, ähm, und weil du gesagt hast, ja, hoffentlich bleibt so, also ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es bei denen ist, aber meistens, äh, sind ja diese, diese Private Equity Leute eigentlich nur daran interessiert, äh, die Profite rauszuziehen, also da wird ja dann weniger, ich sag jetzt mal, weniger im Management rum, äh, rumgevorwerkt, als dass, äh, ich halt da mal einen Haufen Geld in die Richtung schiebe und, äh, hoff in fünf Jahren einen größeren Haufen aus der Richtung zurückzubekommen, also das ist, äh, auch wieder so ein bisschen höhere Finanz, äh, wieder rein. Also bei Sophos muss ich ehrlich sagen, bisher hat man es nicht gemerkt, aber man weiß halt nicht, was im Hintergrund noch abgeht, ähm, wir werden sehen, ich bin sehr gespannt, also Proofpoint, also Proofpoint definitiv eine Firma, äh, wo ich sagen muss, äh, schon interessant, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere klassische Anbieter, der halt schon länger auf dem Markt ist, vielleicht auch irgendwann mal die Finger nach der Firma streckt, weil er sagt, wir brauchen jetzt unbedingt ein Produkt im Bereich Cloud Security as a Service und wir haben da noch nichts und jetzt, äh, gehen wir da mal shoppen, aber das kann natürlich immer mal passieren. Ja, interessant, was so alles, äh, gekauft und verkauft wird und angekauft wird. Was man sich auch vielleicht kaufen kann irgendwann mal, ist eine autarke, ähm, Microsoft Cloud, zumindest gibt es da im Moment Bestrebungen, das hat natürlich Datenschutzhintergründe, dass die Bundesregierung da gerade mit Microsoft eben, ähm, an einem, ja, unabhängigen Cloud Data Center arbeitet, mit eigener Datensouveränität, wie es so schön heißt. Dieses Konzept ist nicht ganz neu. Ich erinnere mal an die Deutschland Cloud, die Microsoft mit der Telekom oder der T-Systems zusammen vor ein paar Jahren gelauncht hat und diese Cloud wird jetzt, glaube ich, Ende des Jahres abgeschaltet, äh, weil es nicht funktioniert hat. Da sind einige Unternehmen auch rein mit ordentlich Kohle und wollten da irgendwelche Apps, äh, Cloud, äh, Germany Cloud only anbieten äh, und sind halt da wirklich kolossal gegen die Wand gefahren und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie das mit dieser, ähm, Infrastruktur aussieht. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten ja auch schon mit Gaia X zu tun, das ist ja auch eine, ähm, Plattform, eine Cloud, eine europäische Cloud, die eben genau diese Attribute trägt, die angeblich Datensouverän und so weiter sein soll und jetzt wollen die da noch zusätzlich was aufbauen. Hintergrund ist vielleicht auch der, dass sie halt merken, dass man zum Beispiel in Behörden auch schwer an Office 365 vorbeikommt äh, und ich hab so einen Tipp an Microsoft, löst halt eure On-Prem-Produkte nicht auf, bietet halt auch zum Beispiel die Cloud, wie es Open-Source-Projekte, wie zum Beispiel Nextcloud machen, eben auch zum Selbsthosten an und dann habt ihr diese Kunden wieder, so, äh, und habt ihr sie sicher und, äh, die Kunden haben eigentlich genau das, was sie haben wollen, vielleicht und wäre ein Tipp an Microsoft, aber ich glaube, die hören das nicht und denen ist es auch völlig egal, die fahren da stumpf ihren Cloud-Film einfach weiter, aber ich könnte mir schon vorstellen, also bin ich ganz ehrlich, also ich wäre dafür auch offen, äh, so ein OneDrive, äh, für Windows-Server zum Selbsthosten oder so ein Teams, äh, kein Problem. Ich meine, das ging ja die Jahre zuvor auch mit, wenn ich an Skype for Business denke oder davor noch, wie hieß das, Lync, ich glaube schon, Lync, ähm, das ging ja auch On-Premise und zum Selbsthosten, warum geht es dann nicht mit einer Microsoft-Cloud auch und, also da könnte man, wenn man wollte, könnte man da sicherlich was machen, aber, äh, Microsoft will das sicherlich nicht, äh, nur jetzt, wo sie halt merken, hoppla, uns gehen ja die ganzen Behördenkunden vielleicht durch die Lappen, jetzt, äh, handeln sie halt, indem sie sagen, okay, lass uns mal hier eine Cloud machen, die eben datensouverän ist, also ich bin sehr, sehr gespannt und auch Gaia X, äh, ob das, also ich kann's mir noch nicht vorstellen, aber ich, wenn, wenn's gut wird, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, ich will ja hier nicht immer den Miesepeter spielen und sagen, hier alles scheiße und funktioniert nicht, es ist zum Beispiel eine Firma, die ich, ähm, für sehr fähig halte, ist mittlerweile auch in Gaia X drin, nämlich die Plus Server AG, ähm, die sind schon, äh, sehr gut dabei und ich kenne auch einige Firmen, die sehr zufrieden mit denen sind, ähm, warum nicht, aber die, der Kunde wird entscheiden, wenn die, wenn die keine Kunden bekommen, dann ist, dann können die einpacken, aber gut, das ist eine andere Geschichte, gut, wir werden sehen, wir halten euch da auf dem Laufenden, äh, zur souveränen Cloud, ähm, aus Deutschland, ja, ähm, eine neue Kategorie noch zum Ende, bisschen auch was zum Schmunzeln, ähm, das wird jetzt immer mal wieder eingeführt, es gibt da jetzt keinen, keinen, ähm, ja, keinen klassischen Rhythmus, aber ab und an werden wir mal ein IT-Stellenanzeigen-Review machen und ich habe heute mal zwei lecker Bissen aus, äh, dem Internet rausgezogen, das eine ist eine, ähm, Anzeige, wo eine Firma versucht, äh, relativ cool, äh, auszubilden zu werden. Die habe ich mir gerade mal angeguckt, ey, das ist, ähm, die hat schon wirklich ein, ein Geschmäckle, ähm, und dann gibt es noch eine Anzeige von einem, äh, von einem, wie soll man sagen, von einer Firma oder einem Unternehmen, was auch mit YouTube so ein bisschen was zu tun hat, könnte man vielleicht kennen, äh, werde ich da nochmal drauf eingehen, aber erst mal zu der Stellenanzeige von der Firma, ach, wir können die Firmen eigentlich nennen, also es gibt, also das Ding ist öffentlich, also, richtig, es ist auch verlinkt, ich habe noch überlegt, können wir das, also es geht um eine Stellenanzeige, Ausbildung Fachinformatiker, Systemintegration, Ausbildung Fachinformatiker in digitale Vernetzung, das sind wohl jetzt, glaube ich, diese neuen, Berufsbezeichnungen, es gibt jetzt, glaube ich, auch noch für digitale Medien, gibt es jetzt, glaube ich, auch noch einen Fachinformatiker, also, zu unserer Zeit, also vor ein paar Jahren noch, gab es den Systemintegrator und es gab den Anwendungsentwickler. Ich bin jetzt der Letzte, also, Du bist der Letzte, der das noch mitmachen darf. Nee, also, jetzt die, der Jahrgang, ähm, sind die letzten Azubis, die praktisch noch die alte, die alten Informatiker lernen. Genau, und wie gesagt, das ist die Firma, PlusTech aus Bamberg, also, schöne Grüße, falls das jemand mitkriegt, dass wir euch da erwähnt haben und da hat die Marketingabteilung oder das Personalmanagement gedacht, ja, jetzt lass hier mal einen raushauen und, äh, die fängt schon lustig an, hier, 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 bei unserer Stellenanzeige nach, äh, dann mach's für ein Drittel des Gehalts, weil du noch keine Erfahrung hast. Nein, Spaß beiseite, dann mit Smiley natürlich unsere, ähm, Azubis, äh, ist schon echt spät, lernen etwas, nicht nur das, sie sind nach ihrer Ausbildung echte Waffen, ja, also, ihr als Azubi hier, schön, äh, durch die Gegend ballern, äh, nicht umsonst gibt's ja den Begriff, man ballert Updates raus bei uns, falls sie etwas lernen und ihre Abschlussprüfung bestehen. Du willst auch eine echte Waffe sein, dann komm zu uns und lerne mehr über Windows Server, gut, jetzt kommen so die Klassiker, Linux, also das, da ist halt wirklich alles drin, äh, wie man Kunden brav glücklich macht, äh, brave Kunden glücklich macht, wie man doofe Kunden abwimmelt und, also, es ist schon wirklich sehr, 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 äh, äh, interessant geschrieben. auch noch gut, wie man alle möglichen Geräte wieder zum Laufen bekommt, ohne, oder nur mit ganz wenig Klebeband, genau, also, Kaffee kochen, komm schon, das gehört auch dazu. Also, mich würde mal interessieren, wie man so ein, äh, äh, durchgebraten Switch oder so, äh, wenn es da mal mit wenig Klebeband hinbekommt, aber, ja, es gibt, es gibt nix, was, äh, Panzertape net hinbekommt. Ja, die haben, also, was halt auch interessant ist, die haben halt wirklich alles dabei, also, ich glaube, die haben, äh, mittlerweile alles, was ich hier, was ich auch interessant finde, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, da wird auch noch eine studentische Hilfskraft gesucht. Ja, das ist halt klasse, bei allen anderen so, ja, ey, wir sind voll der coole Junge, Betrieb und studentische Hilfskraft, so, mach. Ja, und bei der studentischen Hilfskraft, du willst Praxiserfahrung sammeln, am besten alle Fachbereiche kennenlernen, dabei aber auch Zeit, zeitlich maximal flexibel bleiben. Auf unbezahlte Praktika kannst du gerne verzichten, du willst fair bezahlt werden. Wir suchen ganz eindeutig dich, Fett, äh, und geben dir die Chance, äh, Hands-on-Erfahrungen zu sammeln in den Bereichen, und jetzt wird halt richtig hier, äh, rausgefeuert, mit kleinen Serverumgebungen, Windows, Linux, Mac, Mac sogar, Netzwerktechnik und Rechenzentrum, Hosting, ISP-Umfeld, Web-Hosting, Mail-Hosting, Public-Cloud, AWS, Azure und Google Cloud. Äh, Leute, allein für, für AWS, da musst du schon, äh, tief drin sein. AWS, das ist nix, was du mal in der Woche, äh, irgendwie lernst, und Elektronik, äh, Elektro-Technik, äh, Board-Repair, also, das ist, Leute, also wer sowas von der studentischen Hilfskraft irgendwie erwartet, also, was geht denn? Das ist ja echt krass. Naja, also wie gesagt, äh, könnt ihr euch, ja. Das ist mit der studentischen Hilfskraft ist halt, äh, so ein bisschen, du musst halt alles machen. Wobei, das, was halt so ein bisschen danach klingt, dass, äh, jetzt von dem auch ist, dass halt mehr oder weniger, so, mehr oder weniger, dass sie das Ding irgendwo in die MINT-Abteilung von der Uni oder der Hochschule packen können. Ja. Und halt alles bis auf Biologen und Physiker abgreifen. Genau. Ähm, dass sie da halt wirklich sagen, okay, alle zu uns, irgendwas geben wir dir schon. Was ich auch, äh, interessant finde, äh, mit dem, willst Pferde zahlt werden? Also, zumindest in der Zeit, wo ich noch im Studium gegammelt hab, äh, war es klassischerweise so, also zumindest an der Hochschule, dass die Betriebspraktika für Informatiker und Elektrotechniker eigentlich immer bezahlt waren, weil gesucht wie Sau. Ähm, liegt aber auch einfach nur daran, dass das Studiengänge sind, die, die, äh, die dich erst brechen, um dich wieder aufzubauen. Ähm, ähm, ja, ähm, von daher. Genau, naja, was, was man da auch sagen muss, das ist so der Klassiker, ähm, man hat dann irgendwie so einen Studenten da, der irgendein Projekt macht, irgendwas Unbeliebtes, vielleicht auch irgendwas mit Datenschutzgrundverordnung, oder so, oder irgendwelche Dokumentationen, und, äh, ja, und dann geht der, und dann vielleicht läuft das System dann, und dann irgendwann irgendeine arme Sau von Admin nach 20 Jahren, hier haben wir noch ein System, das hat irgendwann mal ein Student programmiert, das läuft hier auf einem Windows 98 Server, könnt ihr euch mal drum kümmern, und du als Admin denkst dir, ey, Leute. Bitte nicht. Ja, genau. Alles nur nicht die Legacy-Systeme von den Studenten. Genau, nee, aber das ist, also, lest euch das durch, wir verlinken natürlich die Stellenanzeigen in den Shownotes, vielleicht ist ja was Interessantes wirklich für euch dabei. Die zwei, ja? was ich noch sagen wollte, also zumindest kreativ, kreativ waren sie schon mal, also, Kreativnote ist auf jeden Fall vorhanden, ja. wenn sich jemand dort bewerben will, äh, kann er ja gerne mal erzählen, wie das Bewerbungssprech gelaufen ist, und wie der, was der Laden für einen Eindruck macht. Genau, also, nochmal, die, was wir jetzt hier sagen, nicht, dass hier jetzt schon die ersten Abmahnungen von mir wieder reinflattern, äh, das sagt nichts über das Unternehmen aus. Wir gucken uns wirklich nur, wir reacten auf die Stellenanzeigen sozusagen, ähm, aus dem IT-Bereich, also, ne, also, gerade auch jetzt bei der nächsten, bei der nächsten Unternehmung, ähm, gerade da möchte ich jetzt nicht unbedingt ins Fettnäpfchen treten, also, es ist wirklich nur unsere persönliche Meinung dazu, und es sagt nichts über das Unternehmen, und, äh, wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was da wirklich dahinter steckt, sondern wir lesen nur die Stellenanzeige, und, äh, erzählen unsere Gedanken über diese Stellenanzeige. So, und warum ich jetzt so, äh, so vorsichtig das Ganze formuliere, weil es geht nämlich um eine Stellenausschreibung von unserem Kollegen Christian Solmecke, von der, äh, Rechtsanwaltskanzlei WBS Law, also Wilde Beuger Solmecke, und die suchen aktuell, und deswegen, ich hab's jetzt mal rausgepickt, weil vielleicht ist es wirklich für jemanden interessant, die suchen gerade einen Systemadministrator in Köln, äh, ähm, ja, weiblich, männlich, divers, also das, äh, muss natürlich jetzt mittlerweile drinstehen, vor allem bei einem Rechtsanwalt, da muss es natürlich richtig dort stehen, und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Mensch, ähm, wäre für mich vielleicht wirklich interessant, also, wenn man gerade in der Region ist, und wenn man den Kanal vom Solmecke kennt, vielleicht sagt man, hey, sympathischer Typ, und, ich hab jetzt auch mal geguckt, äh, bei der anderen Firma hab ich's nicht gemacht, aber bei denen hab ich mal geguckt, hier, Konuno, das ist ja bekannt, dass man da Unternehmen bewerten kann, die Mitarbeiter von denen sind schon recht zufrieden, also, die scheinen wirklich keine schlechte Bude zu sein, ist zumindest so der Eindruck, den man über Konuno bekommt, und die haben auch einige, äh, Benefits. Was halt da interessant ist, die reden da sehr viel auch von Microsoft 365 Umgebung, also Exchange Online, Microsoft Teams, und da steht jetzt auch, Wartung und Überwachung bestehender Microsoft Server Landschaft, 2019, ist also schon mal aktuell, also die fahren jetzt hier nicht auf der letzten Rille, das kann man schon mal positiv bewerten, jetzt so aus Administratorensicht, was aber trotzdem sein kann, äh, wenn die hier sagen, bestehende Landschaft, das heißt, die haben auf jeden Fall keine Cloud-Only Umgebung, das heißt, die haben noch On-Premise Exchange, und haben das vielleicht mit der Cloud verheiratet, in irgendeiner Form, das kann man da schon mal rauslesen, ähm, was ich ein bisschen vielleicht kritisch finde, ähm, dass sie jemanden suchen, der sowohl, ähm, Support macht, als auch die Systeme betreut, und das ist halt was, das könnte halt vielleicht den einen oder anderen abschrecken, also ihr seid da vielleicht schon eher, wie gesagt, Eindruck von mir, äh, ich hab die Fakten natürlich nicht, aber der Eindruck entsteht, dass es jemand ist, der halt, äh, sehr flexibel sein muss zum einen, und zum anderen halt auch unter Umständen Support macht, und Wald- und Wiesen-Admin ist, also, äh, so, die haben da keine Spezialisten, was bei einer Kanzlei ja, sag ich mal, würde ich jetzt mal sagen, eher der Regelfall ist, die meisten Kanzleien haben wahrscheinlich gar keine eigenen Admins, sondern haben irgendeine Systemhausbude, die denen halt das Zeug irgendwie konfiguriert, und, ähm, aber da wird halt schon sehr viel abverlangt, ne, also, ähm, klar, sie wollen natürlich entweder, also erfolgreiches, äh, abgeschlossenes Studium im Bereich IT, oder eine Ausbildung mit, äh, entsprechender Berufserfahrung, was auch immer entsprechend heißt, ne, also, sind zwei Jahre entsprechend, oder, äh, muss man da schon zehn Jahre dabei sein, gerade bei Office 365, glaube ich, sind jüngere Leute geistig flexibler, als, äh, jemand, der vielleicht schon 30 Jahre IT macht, würde ich jetzt mal behaupten, und, klar, die wollen natürlich Netzwerkenntnisse, Infrastruktur, ähm, großes Interesse an kontinuierlicher Innovation und Wissenstransfer, ähm, ja, da kann man jetzt auch nichts dran aussetzen, das ist halt in der IT-Branche, ich glaube, es gibt keine Branche, äh, die da krasser drauf ist, als die IT-Branche, und, ähm, ja, was sie halt ihr als Benefits anbieten, ist halt, äh, klar, Weiterbildung, sie haben scheinbar ein kostenloses Jobticket, äh, Obst, Kaffee, Wasser, vermögenswirksame Leistungen, regelmäßige Team-Events, zentrale Lage, kann ich bestätigen, bei denen bin ich schon mal vorbeigelaufen in Köln, Dachterrasse und, was auch immer, das heißt, raus ins Grüne, keine Ahnung, irgendwelche Ausflüge, wandern, wandern mit Solmecke, ähm, ja, interessant, ist auf jeden Fall verlinkt, also, wenn ihr Interesse habt, Köln, äh, Systemadministration, euch vielleicht ein bisschen mit Office 365 auskennt, oder da Bock drauf habt, bbslaw.de, alles verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen. so, ähm, würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf, oder, ähm, nochmal die Umfrage der Woche vielleicht, ähm, schaut mal da rein, da könnt ihr uns mal, äh, berichten, ich weiß schon gar nicht mehr, was wollten wir eigentlich fragen, ach ja, GameStop, ob die Leute noch zu GameStop gehen, und, äh, ob ihr noch ein Wahlmodem habt, aber das schreibt mal lieber in die Kommentare, weil da wollen wir auch Details wissen. Da, äh, da, äh, will ich alle Details. Genau, da, äh, wollen wir nicht nur ein Ja oder Nein wissen, und, äh, in diesem Sinne, könnt ihr auch mal schreiben, ob euch das so gefällt, jetzt, äh, der Stil Video, ähm, üben wir nochmal, das war heute eher ausbaufähig, das ganze Thema, aber zum Schluss hat es ja jetzt trotzdem funktioniert, ähm, ja, mal gucken, wie es in der Post, wo, wenn in der, wenn in eurer Version dann gar kein Video ist, dann hat irgendwas mit der Aufnahme nicht funktioniert, wir haben nämlich auch nochmal ein Backup-Audio hier am Start, und mit meiner, ähm, Sony-Kamera muss ich mal gucken, wie ich die mit, zur Not muss ich da einen Atomreaktor irgendwo hinstellen, dass die genügend Strom hat. Hol eine Autobatterie und zwei so, äh, Krokodils klemmen, und dann, ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Genau, in diesem Sinne. Dann, äh, genau, am Ende noch, folgt uns auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook und überall, damit ihr auch mitbekommt, äh, dass was Neues rauskommt. Wir sind auch in zig, äh, Podcast-Apps, also falls ihr zum Beispiel, äh, Castbox FM benutzt, oder, äh, Radio.de oder irgendwelche anderen Sachen, Apple-Zeug, man weiß wie lange noch, sind wir auf jeden Fall überall drin, also ich, es gibt ganz wenige Podcast-Apps, wo wir noch nicht drin sind, dann könnt ihr uns da natürlich auch folgen, und wie gesagt, Social Media, das ist keine, äh, keine verkehrte Geschichte, weil das wird eure Lebensqualität erhöhen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, und, äh, wir sind hier raus, würde ich sagen. Ciao. Genau. Also, Servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020